Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Wir fangen fast pünktlich an. CT ist ja eigentlich noch pünktlich. Wir wollen versuchen, den Zeitplan heute, der dicht gestreckt ist, einzuhalten. Seitens der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten möchte ich Sie ganz herzlich hier heute in der Volkshochschule Wolfenbüttel begrüßen. Zu diesem Workshop zum Thema der politischen Verfolgung in der frühen Bundesrepublik. Ein Thema, das großes Interesse hervorruft, wie man an dem doch relativ großen Kreis derer sieht, die heute Morgen hier sind. Wir hatten erst vor, das im ganz kleinen Kreis sozusagen innerhalb der JVA zu machen, in den Räumlichkeiten der Gedenkstätte. Dann stellte sich aber ziemlich schnell heraus, dass wir doch weit mehr als 30 Teilnehmer haben und mehr als 30 fassen da nicht rein. Deswegen haben wir es hier geöffnet. Ich darf mich ganz herzlich im Vorfeld schon einmal bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Herrn Perli insbesondere, für die Zusammenarbeit im Vorfeld. Es ist eine gemeinsame Tagung, die wir mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen veranstalten. Sie wissen, dass wir in der Gedenkstätte, in der JVA Wolfenbüttel, uns derzeit mit der Neukonzeption der Gedenkstättenarbeit beschäftigen. Bis 2018 soll ein Neubau entstehen, der frei zugänglich sein wird. Das ist ja das Manko der bisherigen Gedenkstättenarbeit, dass man da nur mit vorheriger Anmeldung hineinkommt, weil es ein Sicherheitsbereich ist. Darauf muss natürlich auch Rücksicht genommen werden. Der Neubau wird eine Tor in der Gefängnismauer haben und dann kann man sozusagen frei rein und auch vor allen Dingen frei wieder rausgehen. Während die historischen Baulichkeiten nach wie vor auch später nur im Rahmen von geführten Besuchen möglich sind. Aber immerhin in der Dauerausstellung, die dann bis 2018 entsteht, wird man sich frei bewegen können. Schwerpunkt des thematischen Blicks, des inhaltlichen Blicks auf den Ort des Strafgefängnisses Wolfenbüttel ist die Zeit 1933 bis 1945. Und dann noch einmal verstärkt der Blick auf die Jahre 1937 bis 1945, also die Zeit der Hinrichtungsstätte. Gleichwohl gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass wir beim Blick auf ein historisches Ereignis auch seine Folgen nach der Beendigung des eigentlichen Ereignisses und auch die Präsentationsgeschichte mit in den Blick nehmen. Und wenn man sich die Folgen der Strafjustiz im Nationalsozialismus ansieht, dann muss man unter anderem auch Fragen stellen nach Kontinuitäten und Brüchen nach 1945. Zu den Kontinuitäten gehören Verfolgungskontinuitäten. Denken Sie an den bis 1968 unverändert geltenden Paragrafen 175 und seine Zusatzbestimmungen, also die Verfolgung von Homosexuellen, die nahtlos weiterging. Denken Sie an die gerade so skandalöse Form der Nichtaufarbeitung von Justizverbrechen im Nationalsozialismus, insbesondere beim Blick auf Richter, die zum größten Teil nicht belangt wurden. Ich denke aber auch an die Verfolgung von Kommunistinnen und Kommunisten oder solchen, die dafür gehalten wurden in der frühen Bundesrepublik. Und das ist heute Thema. Es gibt in der Gedenkstättenlandschaft in Deutschland einige Gedenkstätten, die sich mit dem Thema der Justiz im Nationalsozialismus auseinandersetzen. Die meisten dieser Gedenkstätten liegen auf dem Territorium der ehemaligen DDR. Brandenburg-Görden, der Rote Ochse in Halle oder denken Sie auch an den Münchner Platz in Dresden. Dort wird berechtigterweise die Nachgeschichte dieser Rote in DDR-Zeiten ausführlich dargestellt. Hier haben wir einen anderen Fall. Hier geht es um bundesrepublikanische Geschichte nach 1945 oder nach 1949, um genau zu sein. Und das zwingt uns geradezu und diesen Zwang nehmen wir aber dankbar an und expressis verbis auch und ganz besonders mit Kontinitäten und Brüchen in der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren auseinanderzusetzen. Und dieses Thema der Kommunistenverfolgung in der frühen Bundesrepublik ist eines, das wir gewissermaßen als Alleinstellungsmerkmal, wie man das heute so in der marktwirtschaftlich geprägten Sprache formuliert, für die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel sehen. Und aus genau diesem Grund werden wir diesen Punkt stark machen. Ich vermute, wir werden heute feststellen, dass wir noch erhebliche Wissensdefizite haben. Nicht nur Wissensdefizite, aber auch Defizite im Umgang, was den Umgang in der Bildungsarbeit, in der historisch-politischen Bildung mit diesem Thema anbelangt. Und deswegen verstehen wir den heutigen Workshop nur als einen allerersten Schritt, um uns zunächst erstmal sozusagen auf einen Grundwissensstand zu bringen, um dann gemeinsam zu überlegen, wie wir hier weiter agieren können. Es wird sicherlich nicht der letzte Schritt gewesen sein. Der heutige Workshop wirft einige Fragen auf. Zunächst erstmal wollen wir uns mit dem Gesamtblick, einem Überblick auf das Thema politischer Verfolgung in der jungen Bundesrepublik jenseits von Deutungsmustern des Kalten Krieges bewegen. Diesen Gesamtüberblick wird uns der wohl versierteste Kenner dieser Geschichte präsentieren. Prof. Josef Foschepot, den ich gleich noch vorstellen werde. Dann werden wir gezielt uns dem Ort Wolfenbüttel, dem Strafgefängnis Wolfenbüttel, widmen und gucken, welche Folgen hat politische Verfolgung in der frühen Bundesrepublik auf die Belegung des Gefängnisses gehabt. Dazu wird uns ein junger Kollege, Lukas Busche, seine ersten Forschungsergebnisse vorstellen. Sicherlich werden wir bei dem Gesamtblick auf die Verfolgung in der frühen Bundesrepublik vor allen Dingen auch auf Niedersachsen gucken. Denn Niedersachsen ist, denke ich mal, die Hochburg gewesen der justiziellen Verfolgung. Insbesondere Lüneburg spielt hier eine große Rolle, aber auch Zelle. Und dann werden wir die Perspektive der Akteure beleuchten. Das ist dann am frühen Nachmittag der Fall. Und anschließend Fragen stellen, wie ist der Blick auf dieses Thema aus der politischen Perspektive, aus der Bildungsperspektive der Rosalix-Luxemburg-Stiftung, aber auch aus der Perspektive der Gedenkstättenarbeit. Ganz herzlichen Dank nochmal an unsere Partner in der Rosalix-Luxemburg-Stiftung für die Vorbereitung. Insbesondere aber auch an meine Kolleginnen und Kollegen in der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel und im Neugestaltungsteam, die diesen Workshop vorbereitet haben. Ihnen allen vorab schon mal vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir werden am Ende aber nochmal ein Fazit ziehen. Und dann wird sicherlich das Wort Dank auch nochmal im Mittelpunkt stehen. Jetzt möchte ich erst mal Herrn Perli nach vorne bitten, der Sie seitens der Rosaluxemburg-Stiftung begrüßen wird. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Morgen auch von unserer Seite, Viktor Perli, Rosaluxemburg-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, diese Tagung gemeinsam mit der Stiftung Jesuischer Gedenkstätte, mit der Gedenkstätte hier, der Frau Wolfenbüttel, auszurichten. Und dass es zu so einem großen Interesse gekommen ist, zeigt, dass hier nach wie vor viel Gesprächsbedarf da ist. Wir freuen uns sehr besonders, dass auch Zeitzeugen und Personen, die familiär verbunden sind mit diesem Thema, den Weg zu uns gefunden haben. Ich möchte ganz besonders begrüßen Walter Gruber, Willi Gerns und Gerd Graf, die nachher im Zeitzeugengespräch mit dabei sein werden, aber auch Margen Hans, Sonja Kull und Gerda Marotzki, die eben auch familiäre Sichtweisen auf dieses Thema einbringen werden. Als Rosaluxemburg-Stiftung sind wir dem Thema politische Verfolgung in besonderer Weise verbunden. Nicht nur, weil unsere Namenspatronin, unsere Namenspatin Rosa Wuxemburg, selbst eine politisch Verfolgte war in ihrer politischen Aktivitätsphase und als Mitbegründerin der KPD zwei Wochen später von Freikorps ermordet worden ist. Ihr am häufigsten zittierte Satz ist, Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, der ja schon das Thema der politischen Verfolgung zum Mittelpunkt erklärt. Und dieser Ausruf ist für uns Verpflichtung in unserer Arbeit bei der internationalen Stiftungsarbeit mit Partnern in der ganzen Welt, Bewegung für demokratische und soziale Partizipation, für friedliche Konfliktlösungen, aber auch beim Nachdenken über gesellschaftliche und politische Alternativen hier in Deutschland, genauso wie bei der Aufarbeitung politischer Verfolgung in all ihren Facetten der deutschen Geschichte, auch bei der kritischen Aufarbeitung des gestalteten Sozialismusversuchs. Die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel ist in besonderer Weise der Aufarbeitung und Erinnerung an das Strafgefängnis als zentraler Haft- und Hinrichtungsort wegen des deutschen Faschismus verbunden. Sie ist hier in der Region einer der ganz besonderen und wichtigen Gedenkorte und wir begrüßen sehr, dass Land und Bund zusätzliche Mittel bewilligt haben, um diese Gedenkstätte auszubauen und zu modernisieren. Herr Dr. Waag hat es bereits erwähnt, dass auch das Thema der politischen Verfolgung von Kommunistinnen und Kommunisten anderen linken, oppositionellen und weiteren minoritären Gruppen zum Thema werden soll, eine würdige Form finden soll, in dieser Ausschläge geritt zu werden. Und unsere heutige Tagung soll dafür Forschungsergebnisse und Anregungen zur Diskussion stellen. Über 10.000 Personen waren nach den Verboten der FDJ 1951 und der KPD 1956 nach einem politischen Strafrecht zu Haftstrafen verurteilt worden. Eine dreistige Zahl hat diese Haft in Wolfenbüttel verbüßen müssen. Auf Kontinuität und Brüche ihrer Verfolgung und der Justiz kommen wir später zu sprechen. Die Neugeschaltung der Ausbildung der Gedenkstätte wird von vielen zu Recht begrüßt und als Chance für die Intensivierung der Gedenkstättenarbeit gesehen. Wir danken der Leiterin der Gedenkstätte, Frau Staats, Herrn Dr. Wagner als Leiter der Landesstiftung der Gedenkstätte Niedersachsen und allen Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten, auch für die große Offenheit und für die Kooperation bei diesem Thema mit uns. Wir danken Herrn Busche, dass er die Akten aller politischen Gefangenen in dieser Zeit ausgewertet hat und auch heute vorstellen wird. Wir wollen diese Aufarbeitung und das Gedenken über die heutige Veranstaltung hinaus unterstützen, um auch einen kleinen Beitrag für die gebürtige Umsetzung zu leisten. Die inhaltliche Erweitung der Gedenkstätte und die politische Verfolgung in der frühen Bundesrepublik ist dabei auch ein Erfolg all jener, die sich in den letzten Jahrzehnten dafür eingesetzt haben und denen großer Dank gebührt. Ich möchte stellvertretend vier Gruppen nennen, die sich hier immer wieder mit Aktivitäten zu Wort gemeldet haben. Das ist zum einen die Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes. Das ist die Initiative zur Rehabilitierung der Opfer des Kalten Krieges. Das ist die Arbeitsgruppe der Kinder des Widerstandes. Und es ist nicht zuletzt auch die Tätigkeit des Wolf-Müttlers Dr. Helmut Kramer, der hier auch Erwähnung finden sollte. Er hat ja sich viele Verdienste erworben bei der Aufarbeitung der Justizgeschichte, des Nationalsozialismus, bei den personellen Kontinuitäten in der Bundesrepublik. Und er war es, der mit herausragendem Engagement ja auch zur Einrichtung, zur Errichtung und zur Verbesserung der Gedenkstätte beigetragen hat und sich dafür eingesetzt hat. Und dabei auch die Verfolgung politischer Gegner der Zeit des Kalten Krieges thematisiert hat. Meine erste Büro mit diesem Thema war das Jahr 2002. Ich war gerade ein, zwei Jahre Rütsche aktiv in der sozialistischen Jugend hier in Wolfenbüttel. Und wir hörten, dass, wurde uns gesagt, eure Vorgänger waren hier vor 40, 50 Jahren im Knast. Und das hat uns interessiert. Und dann haben wir damals gesagt, wir möchten das mal zum Thema machen in der Öffentlichkeit, weil es kaum Thema in der Stadtgeschichte und Stadtbild auch Wolfenbüttels ist und war. Und haben dann zum einen Herrn Knauer angesprochen, den damals die Leiter der Gedenkstätte, und haben einige Personen eingeladen. Zum einen Walter Tempe, Kurt Baumgart und Gerhard Graf, die selbst hier inhaftiert waren. Aber auch Sarah Wagenknecht, die heutige Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, um diesem Thema eine zuletzige Öffentlichkeit zu geben. Und ganz spannend fand ich, da gab es einen großen Artikel in der Wolfenbüttler Zeitung, war fast eine halbe Seite. Und da ist ein Zitat von Herrn Knauer, von dem damaligen Gedenkstättenleiter. Er sagt, Herr Knauer räumte ein, dass die Aufarbeitung und Dokumentation der Justiz in der frühen Nachkriegszeit noch ausstehe. Es gäbe zwar Signale der Politik, aber er sei eher verhalten als optimistisch, dass sich in nächster Zukunft etwas entwickle. Heute sind wir einen großen Schritt nach vorne gekommen. Wir haben die Möglichkeit, oder Sie haben die Möglichkeit, die Gedenkstätte neu zu gestalten. Es gibt aber auch in der Gesellschaft eine neue Offenheit für dieses Thema. Ich möchte erinnern an den aktuellen Kinofilm, Der Staat gegen Fritz Bauer. Fritz Bauer, auch jemand, der hier in der Region sehr verbunden ist und der auch große Verdienste hat, dass die Ausschutzprozesse in Frankfurt zustande kamen. Ich möchte erinnern, dass der Wendt-Iritschische Landtag jetzt auch die Berufsverbotspraxis aufarbeitet, was auch ein Schritt ist der späteren politischen Verfolgung. Und ich denke auch, dass diese Veranstaltung zeigt, dass wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, an dem viele Verliebungsverwürgen haben, für die großer Dank allen Beteiligten gilt. Lassen Sie uns heute gemeinsam diskutieren und daran arbeiten, dass dieses Thema auf die nächsten Generationen bestmöglich erhalten wird. Ich freue mich sehr auf diese Tagung. Uns allen anregende Vorträge und gute Diskussionen. Herzlichen Dank. Ja, und dann gehen wir gleich in Medias Res. Ich darf Ihnen Herrn Prof. Dr. Josef Foscheport vorstellen, der uns mit einem Überblicksvortrag in das Thema einführen wird. Herr Foscheport hat Geschichte, Theologie und Sozialwissenschaften in Münster studiert und das Studium abgeschlossen mit einer Promotion zum Geschichtsbild des Bauernkrieges in der DDR. Und im Grunde ist die deutsche Systemauseinandersetzung, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr ganzes bisheriges Forscherleben ein ganz zentrales Thema gewesen. Mit Blick auf die Biografie von Herrn Prof. Dr. Josef Foscheport möchte ich hervorheben, dass er auch als Lehrer tätig gewesen ist. Das unterscheidet ihn von vielen von uns, die wir in den Gedenkstätten arbeiten, die eigentlich keine didaktische Ausbildung haben und auch keine didaktische Erfahrung und dann sozusagen auf dem Gebiet Autodidakten sind, was ich immer selbstkritisch durchaus ankreiden möchte. Ich finde es immer außerordentlich fruchtbar, wenn jemand tatsächlich im Schulbetrieb gewesen ist und dann an die Universität zurückkommt, weil doch nochmal ganz andere didaktische Fragen mit Blick auf die Bildungsarbeit im Mittelpunkt stehen. Herr Foscheport war anschließend an seine Tätigkeit als Lehrer am Deutschen Historischen Institut in London, dann unter anderem Rektor der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr und seit 2005 ist er außerplanmäßiger Professor an der Universität Freiburg, am dortigen Lehrstuhl für Zeitgeschichte. In dieser Zeit hat er sich intensiv im Rahmen eines DFG-Forschungsprojektes mit der Geschichte der KPD in der Bundesrepublik beschäftigt. Ein erstes Teilforschungsergebnis wurde 2008 in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft vorgelegt und jetzt warten wir alle sehr gespannt auf die Monografie zum Thema, die, wenn ich das richtig sehe, nächstes Jahr erscheinen soll. Die sicherlich, so hoffe ich und davon gehe ich fest aus, einen neuen Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik, aber auch auf die Geschichte der DDR werfen wird. Ich glaube, man kann die Geschichte der Bundesrepublik gar nicht ohne DDR erzählen und umgekehrt. Das ist ein ganz wichtiges Thema und auch schon ein gewisses Fazit. Herr Foscheport ist, wie ich das vorhin schon sagte, der wohl beste Kenner der Materie und umso mehr freue ich mich, dass wir Sie dafür gewinnen konnten, heute den Einführungsvortrag zu halten. Herzlich willkommen und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Applaus Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident Wagner, Herr Präsident Frau Staats, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und ich habe an Ihnen nicht lange überlegt, weil ich die Idee von Ihnen sehr gut finde. Alleinstellungsmerkmal wurde schon genannt, das ist es in der Tat. Wir stehen, glaube ich, historisch betrachtet an einer großen Wendemarke, auch in der Beschäftigung mit unserer Vergangenheit, weil es jetzt darum geht, das Jahr 1945 nicht nur auch als Sperre unseres Denkens zu begreifen, sondern wir müssen jetzt endlich darüber springen und gucken, welche Traditionslinien weiterführen, positiv, negativ, wie auch immer, das ist eine andere Frage, in die schon 70-jährige Geschichte der Bundesrepublik. Normalerweise beschäftigen sich Historiker nach 30 Jahren intensiv und kontrovers mit Fragestellungen, die in der Epoche davor geschehen sind. Denken Sie an den Ersten Weltkrieg, Griff nach der Weltmacht und die Auseinandersetzung, denken Sie an den Historikerstreit und so weiter. Da liegen immer so 30 Jahre dazwischen und die Auseinandersetzung etwa mit der politischen Verfolgung, die ruht noch immer im Keller und da hält man also die Türe noch sehr verschlossen. Mir ist es in diesem Zusammenhang gelungen und das ist der Grund, warum ich mich nun auch schon länger damit beschäftige. Ich habe nämlich dieses DFG-Projekt gestartet, weil ich so das Gefühl hatte, hier muss noch was aufgearbeitet werden. Mich interessieren immer Fragestellungen, die noch nicht grösermaßen bearbeitet worden sind. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung ist es mir dann gelungen, Löcher zu entdecken. Viele leere Regale, wo eigentlich Akten entstehen müssen im Bundesarchiv und in anderen Stellen und ich dann stutzig geworden bin und dann erst einmal darüber geforscht habe, wie sind diese Lücken zu erklären. Und ich habe das Problem zumindest teilweise gelöst, ich will es kurz machen. Es ist mir gelungen im Rahmen meiner Forschung, aus diesem DFG-Projekt sind im Grunde drei Projekte dann entstanden. Erstens die Freigabe von bislang geheim gehaltenen Staatsakten der Bundesregierung. Und vielleicht haben die ein oder anderen das ja auch in den Medien verfolgt oder über das Buch Überwachtes Deutschland von mir. Es ist also gelungen, jetzt nicht nur 150 Akten zu finden, nicht nur 1500 Akten, nicht nur 10.000 oder 100.000 oder eine Million. Nein, ich höre jetzt einfach auf zu zählen, denn es geht in einen zweistelligen Millionenbereich von Akten, die noch in den Verschlusssachenräumen der Bundesregierung, der einzelnen Ministerien liegen. Ich habe das große Glück gehabt, dort reinschauen zu dürfen. Und dies ist mir lebenslange Motivation geworden, mit dieser Fragestellung mich weiter auseinanderzusetzen. Ein erster Erfolg dieser ganzen Geschichte ist der, dass wir auch mit dem Bundesarchiv und anderen Archiven eine Konferenz haben durchgeführt mit allen Landesarchiven in der Bundesrepublik, die ja sehr zuständig sind, was gerade die rechtliche Seite und die politische Verfolgung anbetrifft, Konferenzen durchgeführt haben, auch darüber publiziert haben und jetzt systematisch begonnen worden ist, also seit 2009, das ist die Zeitenwende da in dieser Hinsicht, da haben wir die erste öffentliche Verlaubbarung mit Unterstützung des Spiegel und der FAZ und anderen großen Zeitungen haben wir dieses gewissermaßen angeschoben. Und jetzt inzwischen arbeitet man sehr stark und intensiv und systematisch, so wie das deutsche Beamte ja dann auch tun, wenn sie mal einen Auftrag kriegen. Und jetzt werden die ganzen Akten sukzessive freigegeben mit dem Ergebnis, dass im Jahre 2024, das ist die Planung, alle Akten der alten Bundesrepublik frei verfügbar sein sollen. Wenn Sie dann die Zeit vergleichen mit anderen Archiven, National Archives, Washington oder in England und Großbritannien, dann merken Sie, dass wir da leider um 40, 50 Jahre hinterher hinken, was die Freigabe anbetrifft. Aber das ist ja gut, auch was die Arbeitsbeschaffung für junge Historiker, die ja auch schon angesprochen worden sind, anbetrifft. Ich hatte zunächst einmal noch die Auskunft bekommen vom Bundesarchiv. Ich könnte hier das einzelne Stück, wenn ich die Vermutung hätte, dass das ein geheimes Dokument wäre, ja schriftlich beantragen und die Bearbeitungszeit dauert sechs Wochen. Und danach, wenn das leider dann nicht taucht, das Dokument, dann könnte ich das zweite dann bestellen. Da habe ich den Präsidenten des Bundesarchivs dann müde lächelnd angeschaut und sagte, dann bin ich sicherlich schon scheintot, wenn also das Buch eigentlich erscheinen sollte. Also es hat alles genützt, verschweige nicht, dass damals ein Innenminister da war, von dem wir das alles nicht erwartet hatten. Herr Schäuble, der hatte dann plötzlich ein offenes Ohr. Es war nämlich Wahlkampfzeit 2009 und er war ein bisschen genervt, dass man ihn als jemand bezeichnete, der also die Geschichte der Bundesrepublik unterdrücken wollte. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Und dann habe ich ein Zimmer bekommen im Innenministerium und durfte dann all die Registraturen durchsehen, die den wunderbaren Stempel geheim und streng geheim hatten. Natürlich für die historische Phase, nicht für die akute Phase. Aber ich habe natürlich auch in dem Sicherheitstrakt gearbeitet des Bundeskanzleramtes, wo dann also die frischen Akten reinkamen und ich immer hörte Afghanistan und Cut of Horn und so weiter. Also es gibt auch in Zukunft noch viel zu arbeiten. Der Historiker arbeitet mit einem gewissen Verzug. Das ist aber auch der Charme an der ganzen Arbeit und deshalb bin ich auch heute hier. Also Sie haben eingeladen, einen Wissenschaftler. Und Wissenschaftler und Zeitzeugen sind zwei unterschiedliche Kategorien der Aufarbeitung der Vergangenheit. Und so ist es mir heute ein großes Anliegen, mit Ihnen einmal einen Blick in die Werkstatt eines Historikers zu werfen. Deshalb werden Sie hier vieles Neues hören, was auch noch nicht so publiziert worden ist. Dann habe ich mir überlegt, ich kannte ja nicht Sie und ich wusste auch nicht, wie das Gremium zusammengesetzt ist, was wir hier heute haben. Ich bin aber in der Lage, dank didaktischer Ausbildung und langer Erfahrung, mich auch bei Stirnrunzeln auf mein Publikum einzustellen. Also Sie dürfen ruhig runzeln. Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann sehe ich das und werde das entsprechend nachschieben. Ich habe mal versucht, da so eine Struktur anzubringen. Eigentlich hätte ich Sie gerne, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt haben, dann hätte ich Ihnen gedacht, schließen Sie mal die Augen und gehen Sie mal ganz langsam den Titel meines Vortrags durch. Und dann überlegen Sie mal, welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf. Vielleicht keine, aber vielleicht doch einige. Und wo schlucken Sie eventuell bei welchen Begrifflichkeiten, die ich da eingeführt habe. Und behalten Sie das jetzt noch einmal für sich. Und vergleichen Sie dieses Bild, was Sie jetzt haben, mit dem, was Sie am Ende des Vortrags haben. Und dann wollen wir gucken, ob wir einen Erkenntnisfortschritt erzielt haben. Oder eben viele Fragen. Also das ist das Beste eines Vortrags, wenn Sie hinter den Raum verlassen. Und Sie haben viel mehr Fragen, als Sie vorher hatten, als Sie reinkamen. Also das ist mein Ziel. Ich habe mal vier Punkte. Also einmal will ich ganz kurz Sie natürlich nicht mit Details belästigen. Aber die Forschungslage ist natürlich hier sehr wichtig. Also wenn man sagt, die Politik hat versagt oder wie auch immer. Also wir Wissenschaftler auch. Oder jedenfalls die zeitgeschichtliche Forschung packt dieses Thema einfach nicht an. Weil, und jetzt sage ich mal was ganz Saloppes, natürlich auch viele biografische Bezüge bestehen. Von Leuten, die sich damals davon mal distanziert hatten, aus dem, was sie in der Jugend gemacht haben. Und heute natürlich als wohlgestaltete C4-Professuren sich mit diesem Thema dann nicht mehr auseinandersetzen wollen. Oder aber, dass sie gewissermaßen als bekehrte 68er dann plötzlich doch zu einer anderen Version der Geschichte dachten. Das spielt alles natürlich auch in der Gegenwart eine große Rolle. Ja, Fazit. Die KPD, also eine erfülllose, unbedeutende Partei, die als erst als Instrument im deutsch-deutschen Kaltenbürgerkrieg ihre historische Bestimmung und Funktion bekam. Klare Aussage. Kalte Bürgerkriege, der Doppelkonflikt, der trägt den Kampf um Deutschland. Einmal der Kalte Krieg international mit klaren Forderungen, Status Quo-Anerkennung, keine Gewaltanwendung, Eindämmung Deutschlands und der Sowjetunion. Überhaupt nicht die Ziele, die die Bundesregierung im Rahmen des Kaltenbürgerkrieges hatte. Also der nationale Konflikt war weitaus bedrohlicher als der internationale Konflikt. Drittens, der Antikommunismus ist der zentrale Bestandteil des deutschen Nationalismus im 20. Jahrhundert, basierend auf Antisemitismus und Antikommunismus. Er sogt den Antisemitismus, weil das nun nicht mehr ging. Da war natürlich die Besatzungsmacht eisern und bitter mit einer Rechtsgefahr. Da machten sie also sehr schnell Schluss, die SRP und deshalb hat man die SRP verboten. Und dann im Zuge dessen musste man irgendwie der Kaltenbürgerkrieg des Größen auch die KPD verbiegen. Und machte den Antikommunismus zum beherrschenden Element des Nationalismus. Das ist jetzt mal kurz zusammengefasst die Erkenntnisse. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Bild ist dann nach dem KPD-Verbot 2056 entstanden. Vielen Dank. Wir sind ein bisschen in Zeitverzug geraten. Deswegen können wir leider die Diskussion jetzt nicht so lange machen, wie sie wünschenswert und nötig wäre. Trotzdem möchte ich die Möglichkeit für Fragen und Kommentare eröffnen. Ich bin gespannt auf das Buch. Ich möchte aber ein paar Dinge in Frage stellen, die Sie zum Teil einfach als Randbemerkungen, so gesagt haben, die auch sicherlich nicht die Zeit hatten, das hier gründlich zu belegen, weil diese Randbemerkungen einfach meiner eigenen Erfahrung in 66 Jahren Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei widerspreche. Das betrifft zum Beispiel Ihre Aussage so als Randbemerkung, die Kommunisten haben kein Geld mehr bezahlt. Das kann so verstanden werden, sie haben keinen Beitrag bezahlt. Also ich kenne alle Kommunisten, die ich kenne, haben zu allen Zeiten, mit Ausnahme, als ich im Knast war, zu allen Zeiten ihren Beitrag bezahlt. Das ist eine solche Sache. Die zweite Geschichte, das ist ein besonders wichtiger Aspekt, meine ich. Sie haben die These aufgestellt, solange sie als illegale Partei war, hat sie existiert. Man brauchte diese Partei für die Bundesrepublik und die Politik, wie sie sie dargestellt haben. Auch das würde ich hinterfragen, weil beispielsweise ein Effekt dieser Tatsache, dass man die KPD in die Illegalität getrieben hat, in vielen Nachbarländern, vor allem europäischen Nachbarländern, die Bundesrepublik Deutschland in ein außerordentlich schlechtes Licht gerückt hat. Denn es war das einzige Land, neben zeitweilig den faschistischen Spanien und Portugal, in dem die kommunistische Partei verboten war. Darum hat es auch in den Nachbarn in Frankreich, Italien, eine starke Bewegung für die Aufhebung dieser Illegalität gegeben. Der dritte Aspekt, in einem, sagten Sie, in den ganzen Verfassungsberichten wurde gesagt, die KPD stellt keine Gefahr für die Bundesrepublik dar. Ich erinnere mich, aber ich habe auch viele dieser Verfassungsberichte gelesen, dass dort detailliert in den einzelnen Fragen dargestellt wurde, welche Gefahr das macht, wie schlimm das ist. Und zwar nicht nur für die KPD, sondern auch für sogenannte Nebenorganisationen, VVL und so weiter und so fort. Auch das widerspricht meinen Erfahrungen. Und die letzte Sache, Sie haben richtig dargelegt, diese deutsche Tradition des Nationalismus, Antisemitismus und Antikommunismus als Hintergrund. Für das Besondere in Deutschland, ich würde meinen, wichtig wäre, auch einen weiteren Aspekt mit im Auge zu haben, warum dieser Antikommunismus so speziell in Deutschland, in der Bundesrepublik war, und nicht beispielsweise in Frankreich oder Italien. Dieser Unterschied bestand darin, die Kommunisten haben in Frankreich, in Italien und genauso in Deutschland Widerstand gegen den Faschismus geleistet. Das hatte aber auf die herrschenden und auf die Bevölkerung, die Masse der Bevölkerung, einen völlig gegensätzlichen Eindruck gemacht. In Frankreich und Italien waren sie wegen dieses Widerstandskampfes gegen die fremden Besatzer, die dort gewütet haben in diesen Ländern, waren sie sozusagen, wie ich den Begriff mal gebrauchen kann, waren Helden der Nation, die in der Resistanz und so weiter ganz entscheidende Rolle gespielt haben. In Deutschland umgekehrt, dieser Widerstand wurde ausgelegt, sie waren sozusagen Vaterlandsverräter, Interessenvertreter einer fremden Macht. Das ist ein Aspekt, den man zusätzlich mit Aufnehmen hinterfragen sollte und mit Fakten belegen sollte. Aber insgesamt noch mal, ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ja, will ich ganz schnell etwas zu sagen. Also, den letzten Punkt beginne ich mal damit. Ich habe ja versucht, das klarzumachen. Das heißt also, wenn da Kommunisten auf einmal Wahlkampf machten und dann für eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie waren, dann wurden sie natürlich verprügelt. Das ist doch logisch. Das heißt also, hier war eine Gesellschaft am Werke, deshalb der gesellschaftliche Auftrag, die dieses nicht hören wollte. Und die Kommunisten waren natürlich auch deshalb unbequem, weil sie permanent dann auch hinter die braune Vergangenheit von anderen ans Licht führten, der Vertreter der Beklagtenseite im KPD-Prozess. Das fing ja dann erstmal an mit der Personalie des Vorsitzenden Richters, dass der Gauleiter also ihn als besonders qualifiziert im Sinne des nationalsozialischen Rechtsauffassungen gelobt hatte. Und das war natürlich tumultartig, was dann dahinter passiert ist. Also insofern war es natürlich jetzt die eine Sache. Und weil von daher natürlich sofort dann die Verbindung hergestellt wurde, das machen sie nicht im eigenen Interesse, sondern man sagte, das ist die Devise, die kommt von Moskau über die SED und auf den Vorstand der KPD und die sitzen im Deutschen Bundestag. Raus mit euch! So, das ist genau volle Zustimmung. Jetzt diese anderen Dinge, Verfassungsschutzgerichte, das sind ja jetzt zwei Paar Schuhe. Das heißt, wenn ich sage, was ist denn intern dort festgehalten worden und wie wurde nach außen hin dieses also nun dargestellt. Also der Verfassungsschutz hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt in dieser ganzen Auseinandersetzung. um die rechtliche Kriminalisierung der KPD und andere, kann ich jetzt im Einzelnen nicht weiter vertiefen. Aber das ist kein Widerspruch zu dem, was Sie dort angehört haben, dass natürlich nach außen hin gerade dieses Feindbild produziert wurde, mit dem Ziel, den Deutschen endlich zu klar zu machen, es gibt keine Alternative zu dem Weststaat. Das war immer das ganz, ganz große Ziel. Und insofern, und für mich ist es auch interessant zu lesen, dass man also durchaus doppelwürdig verfuhr, warum schreibt der Verfassungsschutz sowas rein, in die internen, geheim qualifizieren, deshalb können Sie diese Berichte, die in diesem Fall nicht gelesen haben. Also da steht es nämlich differenziert drin und immer dieses natürliche Schritt anbringt. Und so und so, die Kommunisten gingen raus und hatten eine rote Längel am 1. Mai, Knöpflöchen, die wurden beobachtet und so weiter. Das ist ja natürlich Bumpitz, alle diese ganzen Geschichten. Wenn Sie Beobachtungen bei Podiumsdiskussionen oder Beerdigungen und wo Sie dann die rote Fahne geraten, sind das ja alles lachend. Und entscheidend ist ja die Frage, ging von diesen paar Leuten, die Zahl derjenigen, die in der Partei aktiv waren, ist um ein Vielfaches geringer als die Zahl derjenigen, die vor den Gerichten standen. Das heißt also, es ging ja weit über den Bereich der Kommunisten hinaus. Und insofern ging es hier um eine Feindbildproduktion, die dann auch funktionierte und letztendlich ja auch die Bürger motivieren sollte, sich entgegültig und eindeutig für diesen Weststaat zu bekennen. Das war die Zielsetzung. Dela hat mal gesagt, der Kommunismus und das Verbot brauchen wir, um das Bürgertum in der Bundesrepublik endlich auf unsere Seite zu ziehen. So, und diese anderen Dinge, lassen Sie mal, ich glaube, das waren jetzt gerade die wichtigen Punkte, wir haben nicht so viel Zeit dafür. Aber Sie sehen, es ist alles sehr, sehr spannend und es darf dringender Diskussionen und auch einer erweiterten Perspektive, die nicht dadurch uninteressanter, jedenfalls in meiner Begriffe, sondern weitaus spannender wird als das, was Sie bislang wissen. Eine Frage hatte ich hier noch und dann würde ich, und zwar mit der Bitte, sich möglichst kurz zu fassen. Die sind bereits fast eine halbe Stunde im Zeitverzug und wir wollen uns auch noch an den Kollegen Buscher hören. Muss man in diesen ganzen Untersuchungen, die Sie gemacht haben, nicht auch die Bedeutung des KPD-Verbots mit der Wirkung auf Leute, die andere gesellschaftliche Verhältnisse in der Bundesrepublik wollten, mit berücksichtigen? Meiner Ansicht nach spielte das eine große Rolle. Ich war aktiv beim Ostermarsch, den Ostermarsch zu diffamieren als kommunistische Machart oder für den Osten. Das spielte ja eine große Rolle, aber durch das KPD-Verbot konnte man sehr gut diese Ostermarschiere genau in dieses Fenster schieben. spielte übrigens in politischen Prozessen in Lüneburg eine große Rolle. Zweite Frage, die auseinander oder das zweite Problem möchte ich nur anreißen, ohne dass wir das hier ausdiskutieren können. Aber auch auf die Gewerkschaften, auch auf Teile der sozialdemokratischen Partei sollte ja auch wirken, der Protest gegen irgendwelche Formen der Entwicklung des Kapitalismus in der Bundesrepublik, sage ich jetzt wohl verkürzt. spielte das nicht auch eine ganz große Rolle? Und darum dieser scharfe Kampf auch. Und das Letzte wäre, dass Adenauer sich vom Staatssekretär bis zu seinen Mitstreitern immer die schärfsten Nazis mitgeholt hat und seine eigenen Leute wie Heidemann oder in Niedersachsen Dr. Dr. Gereke verprägt hat. Aus der Landesregierung ist der ja ausgetreten. Also das spielt ja da rein, da sind nicht mal die Kommunisten reinschuld gewesen. Aber das war eine Durchsetzungsstrategie auch einer ganz bestimmten Richtung. Also Sie haben das völlig zu Recht beschrieben, nur die Fragestellung, die ist eine etwas andere. Es war auch so, diese paar Kommunisten, muss ich ja einfach sagen, war ja bedeutungslos, auch in den 15 Jahren. Ich habe es ja in verschiedener Hinsicht gemacht. Viele sind auch einfach ausgetreten. Also sie wollten natürlich ihre, was ja auch geschehen ist, ihre Wiedergutmachungsgelder nicht gefährden, denn das ist ja alles damit verbunden gewesen. Wenn sich einer für eine verfassungswidrige Organisation stark machte und dann kriegt er erst einmal die Wiedergutmachung, die Entschädigung für seinen Widerstand in der Nazizeit gestrichen. Und manche Senarkobude im Ruhrgebiet ging dann über die Wupper, die man sich dafür gekauft hatte. Das ist ja genau das Ziel dieser Formierung der Gesellschaft gewesen. Nur darf man jetzt nicht meinen, dass diese Ostermärsche und so weiter, die waren aber aus der Gesellschaft hervorgegangen und waren nicht kommunistisches Gut. Das können Sie auch sehen. Die Kommunisten haben sich dem angeschlossen. Und die SED wollte auch, dass die KPD, aber die Partei, die am wenigsten überzeugt war von der KPD, das war die SED und Walter Ulbricht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die wollten auf jeden Fall, dass die KPD vor Ort dort aktiv werden sollte. Die KPD haben sie dann auch teilweise gemacht, war aber nicht so sehr so spannend. Sie haben damit der ganzen Sache einen Bärendienst erwiesen, weil natürlich immer sofort gesagt hat, da ist die rote Fahne, also ist diese gesamte gesellschaftliche Bewegung entweder kriminell oder es sind alles Kommunisten, also verbieten und so weiter. So läuft das ja in einem Prozess. Und das ist diese Auseinandersetzung in diesem von mir so bezeichneten kalten Krieg. Also man kann jetzt nicht herkommen, und da ist jetzt nicht Wahrheit zu finden für politische Überzeugungen, sondern ich muss es nur einfach gewichten, was bedeutet das Ganze. Im Ergebnis hat es dazu geführt, dass es zu einer Formierung dieser Gesellschaft kam, übrigens ein Ausdruck, den ja wirklich er, den er auch wieder gebraucht hat. Man wollte diese formierte Gesellschaft auch geistig ideologisch, und dann ging das ja dann, 66 Folgen sind dann voll in die Hose. Das heißt also, gerade wollte man nämlich erreichen, durch dieses feindliche Kommunismus, eine Disziplinierung der Gesellschaft überhaupt. Gustav Heinemann, ich habe die ganzen Berichte gesehen, wurde regelmäßig vom Verfasserschutz überwacht, selbstverständlich. Das heißt, es ging genau in diese Breite der Gesellschaft, um eine kommunistenfreie Gesellschaft hier in der Bundesrepublik zu schaffen. Und das erreichte man am besten und am leichtesten, indem man sie kriminalisierte, und diese kriminalisierte Kriminalisierung des Kommunismus fand dann auf einem anderen Schauplatz, nämlich vor den Gerichten statt. Da wurde es individualisiert, und da hatte die Gesellschaft überhaupt kein Thema mehr damit. So ist dieser Prozess gelaufen. Das ist auch die Härte dieser ganzen Verfolgung, der politischen Verfolgung, die also deutlich über die Verfolgung der Kommunisten hinausgeht. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Poschepoth. Wir müssen an dieser Stelle zunächst mal Diskussionen abbrechen, weil wir tatsächlich jetzt eine halbe Stunde im Verzug sind und eigentlich in einer halben Stunde das Mittagessen angerichtet ist, das dann kalt wird. Das sind so ganz pragmatische Gründe, die etwas begrenzen. Wir wollen das hier ganz bewusst als Workshop heute konzeptionieren, und aus diesem Grund wird es sicherlich auch danach noch weitere Diskussionen geben. Und der Vortrag von Herrn Poschepoth wird natürlich in diesen Diskussionen dann auch eine Rolle spielen. Ich darf jetzt den Kollegen Lukas Buschepoth vorstellen, der gerade erst Anfang des Jahres sein Studium der Geschichte und Kulturwissenschaft an der Uni Gießen abgeschlossen hat. Herr Poschepoth hat eben ein sehr von Herzen kommendes Plädoyer abgegeben, das heißt Ad Fontes. Und hier haben wir jemanden, der an den Fontes, an den Quellen arbeitet, Herrn Busche, der nun gezielt gucken wird, wie sieht es mit den Folgen der justiziellen Verfolgung von Kommunisten in der jungen Bundesrepublik, hier konkret am Ort in Wolfenbüttel aus. Herr Busche ist, seitdem er das Studium Anfang des Jahres abgeschlossen hat, freier Mitarbeiter des Neukonzeptionsteams hier in der Gedenkstätte. Und das Thema der politischen Gefangenen ist nur eines der Themen, das er bisher gearbeitet hat, aber sicherlich eines der wichtigsten. Herr Busche, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für die nette Einführung. Und vielen Dank den Organisatoren, dass ich die Möglichkeit bekomme, heute hier zum ersten Mal meine vorläufigen Ergebnisse aus den letzten Monaten vorzustellen. Das Thema hat Herr Wagner schon sehr gut umrissen. Ich möchte deshalb direkt einsteigen mit den drei Fragestellungen, die ich mir heute besonders vornehmen möchte. Das ist zum einen, wird es darum gehen, welche Personen und Ereignisse hinter den erfassten Signaturen stecken. Das ist zweitens, dass es zweitens, welche Rückschlüsse die bearbeiteten Akten auf die Situation der politisch inhaftierten Strafgefängnis Wolfenbüttel zulassen. Und drittens, welches Bild die erfassten und ausgewerteten Gefangenenpersonalakten vom Strafgefängnis der 1950er und 60er Jahre zeichnen. Zunächst aber noch ein paar Worte zur Quellenlage und zum Quellenkorpus. Herr Perli sprach in seiner Willkommensansprache von einer dreistelligen Zahl, die im Strafgefängnis Wolfenbüttel inhaftiert waren, überliefert. Das ist eine Anzahl von 85 Personalakten. Das ist die Anzahl, die ich mir angeguckt habe. Mehr Akten sind leider nicht überliefert. Und es fehlt leider auch an Gefangenenbüchern und Namensverzeichnissen, die eventuellen Aufschluss darüber geben, warum Häftlinge im Gefängnis Wolfenbüttel waren, sodass eine vollständige zahlenmäßige Erhebung für Wolfenbüttel leider nicht mehr nötig ist. Die Gefangenenpersonalakten enthalten sowohl individuelle Dokumente für Rückschlüsse auf die Haftbedingungen als auch Standardformulare, die für einen ersten Einstieg in die Materie dienen. Ich möchte jetzt anfangen mit einem kurzen Exkurs. Herr Professor Poscheport sprach bereits von einsteilenden Änderungen des Strafgesetzbuches und diese Änderung war das Strafrechtsänderungsgesetz. Das Gesetz ist am 30.08.1951 erlassen worden und richtete sich ausschließlich gegen Kommunisten, deren Sympathisanten und Unterstützer und hatte zum Ziel, die politische Opposition in der Bundesrepublik auszuschalten. Die Verfasser dieses Gesetzes erschufen auf diese Weise ein Gesinnungsstrafrecht, was die objektive Ermittlung von strafbaren Tatbeständen vor Gericht und bereits während der Ermittlungsverfahren im Vorfeld der Gerichtsverhandlungen in den Hintergrund stellte und dafür die subjektive Einschätzung der vorliegenden individuellen Fälle durch die vorsitzenden Richter immer stärker in den Vordergrund rückte. Heinrich Hannover äußerte sich zu diesem Umstand wie folgt, ich zitiere, Wir sind dank der Auflösung des Tatbestandsstrafrechts heute so weit, dass selbst ein Jurist, der die Rechtsprechung des dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofs genau kennt, nicht mit Sicherheit voraussagen kann, ob ein bestimmtes politisches Verhalten strafbar ist oder nicht, da es lediglich einer politischen Wertung, um nicht zu sagen einer willkürlichen Entscheidung, des Richters bedarf, um aus einem irgendwie geadreteten Verhalten eine Förderung kommunistischer Ziele zu machen. Ich beginne jetzt mit einigen Informationen zur Rechtsprechung, um die lokale Situation hier in der Region noch ein bisschen zu verdeutlichen. Von den erfassten gefangenen Personalakten entfallen ungefähr 49 Prozent der enthaltenen Urteile in diesen Akten auf das Landgericht Lüneburg. Die nächstgrößeren Zahlen entfallen dann erst auf die Oberlandesgerichte in Zelle mit 15 Prozent und auf das Oberlandesgericht in Braunschweig mit 14 Prozent. An dieser kurzen, zahlenmäßigen Erhebung sehen Sie bereits die außergewöhnliche Bedeutung, der das Landgericht Lüneburg in den 50er, 60er Jahren bei der Aburteilung von Kommunisten beizumessen ist. Auf dieser Grafik sehen Sie jetzt eine Erhebung nach Jahren der ermittelten Urteile gegen inhaltierte Kommunisten. Und der absolute Höhepunkt ist hier für das Jahr 55 mit 20 Urteilen zu verzeichnen. Danach können Sie sehen, dass die Zahlen rapide einsinken, trotz des ergangenen oder gerade wegen des ergangenen KPD-Verbots. Herr V. Schepoth hat es bereits angesprochen. Die KPD besaß im Jahr 1956 nur noch 70.000 Mitglieder Tendenz rapide Feind. Und einen relativen Höhepunkt findet sich dann in den Anfang der 60er Jahre, was mit einem Anstieg der strafrechtlichen Verfolgung von sogenannten Kontaktdelikten, heißt politischen Beziehungen in die DDR zusammenhängen könnte. Häufig auftretende Straftatbestände waren die Bestände der Staatsgefährdung, § 90a, der Geheimbündelei, § 128, und die der landesverräterischen Beziehungen, die § 100e und 100d. Die verhängten Haftstrafen derjenigen, die in Wolfenbüttel einsaßen und noch feststellbar sind, beliefen sich auf eine Länge von drei Monaten bis zu drei Jahren Gefängnis. Und im Schnitt wurden die Häftlinge zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Alexander von Brünneck, auch Historiker, spricht in diesem Zusammenhang davon, dass der gesetzlich zulässige Rahmen dabei aber nie voll ausgeschöpft wurde. Es waren Haftstrafen bis zur Höhe von fünf Jahren Zuchter aus möglich. Dennoch kann an dieser Stelle nicht von milden Urteilen gesprochen werden, berücksichtigt man die tatsächlich begangenen und zur Last gelegten Delikte der Einzelpersonen. Vor dem Landgericht Lüneburg konnten einige Personen festgestellt werden, die bereits im Nationalsozialismus, in der Justiz tätig waren. Und die verwolfen relevanten Personen sind Dr. Johannes Liebauf, ab 1953 Oberstaatsanwalt, Heinz-Peter Hohlst, ab 1955 Landgerichtsdirektor, Norbert Ziedlik, ab 1960 Landgerichtsrat, Karl-Heinz Ottersbach, seit 1952 Staatsanwalt für politische Strafsachen, der spätere Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Dr. Konrad Lenski, ab 1952 Richter der 4. Strafkammer in Lüneburg, Kurt Koller und Gernot Stein. Ja, bitte. Darf ich ganz kurz stören? Hört von Ihnen jemand das Motorrad hier draußen? Ja. Das ist umgefallen. Oh. Vor den regionalhistorischen Hintergründen erscheinen zwei Personen von gesondertem Interesse. Das ist einmal der Oberlandesgerichtsrat Dr. Friedrich Linke, der seit 1943 am Sondergericht Braunschweig als Staatsanwalt tätig war. Hier zuerst zuständig für Kriegswirtschaftsverbrechen und im Anschluss auch für Gelegte gegen die Rundfunkverordnung und die Volksschädlingsverordnung. In letzter Funktion war Linke dann beteiligt an der Verhängung von Todesurteilen. Und im Mai 1945 wurde Linke dann von der britischen Militärregierung suspendiert. Kurze Zeit später setzte sich dann aber der damals amtierende Oberlandesgerichtspräsident Mannsfeld für die Wiedereinsetzung Linkes in die Braunschweiger Justiz ein, die im Jahr 1948 durch seine Fülle Sprachen dann auch nachgekommen wurde. Und in den 50er Jahren stieg Linke dann vom Amt zum Oberlandesgerichtsrat und schließlich zum Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts Braunschweig auf. Die zweite Kontraditionslinie ist Rechtsanwalt Dr. Oskar Kahn. Kahn war Strafverteidiger am Sondergericht in Braunschweig und hat sich hier ohne Rücksicht auf personelle oder berufliche Konsequenzen für seine Mandanten eingesetzt. Ich komme jetzt zu Kapitel 4, den politisch Inhaftierten im Strafgefängnis Wolfenbüttel der 1950er und 60er Jahre und möchte jetzt zunächst einige allgemeinere Informationen zum Strafvollzug in dieser Zeit anführen, bevor ich Ihnen dann noch eine beispielhafte Biografie vorstellen möchte. Zunächst zur Belegungsdichte. Dieses Schaubild zeigt die Anzahl der politischen Inhaftierten im Strafgefängnis Wolfenbüttel im erarbeiteten Zeitraum nach Monaten. Sie können sehen, dass im Juni 1954 der erste politische Gefangene nach Wolfenbüttel eingeliefert wird und erst im April 1955 sind dann drei politische Häftlinge in Wolfenbüttel inhaftiert. In den folgenden Monaten steigen die Zahlen dann rapide an, bis sie dann im Januar 1956 mit einer Anzahl von 19 feststellbaren politischen Häftlingen auf einem absoluten Höhepunkt sind und die Monate Februar und März 1957 markieren mit zehn politischen feststellbaren Häftlingen für Wolfenbüttel einen relativen Höhepunkt. Die zweite Grafik, das ist dann, hier wird noch der zweite relative Höhepunkt deutlich und zwar Anfang bzw. März und April 1961, was wiederum für die eventuelle angestiegene Verfolgung von Kontaktdelikten sprechen könnte. Das zweite Schaubild zeigt das Verhältnis der Einlieferungen und Entlassungen in das Strafgefängnis Wolfenbüttel in den 50er und 60er Jahren und belegt die gerade genannten Daten, so ist hier gut zu erkennen, dass bis Januar 1956, also ab hier bis da, mehr Häftlinge ins Gefängnis eingeliefert als entlassen worden sind. Hierbei muss ich nochmal kurz auf die lückenhafte Überlieferung der gefangenen Personalakten aufmerksam machen. In der Autobiografie von Bruno Ortsikowski, auch ein Häftling, ein jeweiliger Häftling des Strafgefängnisses Wolfenbüttel, spricht zur Zeit seiner Einlieferung im Juni 1955 von einer Zahl von 16 politischen Inhaftierten, die mit ihm gemeinsam in Wolfenbüttel inhaftiert waren. Meine Erhebungen konnten lediglich sieben Häftlinge nachweisen. Es gab in Wolfenbüttel im bearbeiteten Zeitraum zweimal einen Hungerstreik, einmal Anfang der 50er Jahre. Dieser Hungerstreik hat vermeintlich dazu gedient, die zu diesem Zeitpunkt in Einzelhaft, in Hafthaus 2 in Wolfenbüttel inhaftierten politischen Häftlinge in Gemeinschaftshaft zu überführen. Der Versuch blieb aber erfolglos und der zweite Hungerstreik vollzog sich Ende Januar 1962. Der Grund hierfür ist unbekannt. In der Gefangenenpersonalakte von Gerhard J. ist ein Merkblatt für Strafgefangene überliefert, was Sie hier abgebildet sehen, was mehrere Regelungen für den Strafvollzug aufweist. So durfte jeder Gefangene nach Einlieferung einen Brief an seine Angehörigen schreiben und danach galt eine Schreibfrist von vier Wochen. Zur Post ein Zitat. Hier fühle ich schon in meinem Genick des Zensors bitterbösen Blick. Zitat Ende. Dieser Häftling zitiert hier Heinrich Heine in einem Brief an Angehörige und beschreibt damit die sehr strengen Vorlagen der Zensur von eingehender und ausgehender Post in das Gefängnis Wolfenbüttel. Bei eingehenden Briefen handelt es sich dabei meistens um Solidaritätsbekundungen von Bürgern der DDR oder um Briefe von Angehörigen, die in ihrer Post tagespolitische Themen behandelt haben. Bei ausgehenden angehaltenen Briefen, die überliefert wurden, handelt es sich meistens um Briefe, die dann Informationen zum Haftalltag oder kritische Informationen oder Äußerungen zur bundesdeutschen Strafjustiz oder ebenfalls tagespolitischen Themen aufweisen. Das Versenden von Angehörigen an die Häftlinge im Strafgefängnis von Geldbriefmarkenpaketen und Päckchen jeglicher Art war verboten und Besuche durften alle zwei Monate abgehalten werden. Wir sehen hier einen individuellen Antrag von Hans G., der bei dem nächsten Besuch seiner Ehefrau seine Tochter sehen wollte. Kinder unter 16 Jahren war der Zutritt laut dem Merkblatt für Strafgefangene streng untersagt. Es gab aber, wie dieser Fall hier beweist, auch Ausnahmen. Ein weiteres Zitat. Ich habe während meines ganzen Lebens niemals für solche Beckelpennige arbeiten müssen, auch nicht bei WKR. Zitat Ende. Dieses Zitat beschreibt die Art und Weise, wie die Häftlinge bei ihren Beschäftigungen entlohnt wurden. Häftlinge wurden auf verschiedene Weise beschäftigt, sowohl mit Zellenarbeit als auch in Betrieben. Häufig genannte Beschäftigungen waren das Kleben von Papiertüten und das Falten von Briefumschlägen. Und als Betriebe werden häufig die Firmen Hammer in Lübeck und die Firmen Holtemeier und Streif und Helmholtz genannt. Die Belohnung der Häftlinge betrug ungefähr 25 bis 60 Pfennig pro Pensum. Und von diesem Geld konnten die Häftlinge einmal im Monat Einkäufe tätigen. Die Einkäufe bzw. die gekauften Artikel umfassen eine sehr große Spanne von verschiedenen Artikeln. Es handelt sich dabei um Toiletten, um Hygieneartikel bis hin zu Material zur Weiterbildung, wie Lehrbüchern und Lebensmitteln. Wenn die Häftlinge zusätzliche Lebensmittel erwerben wollten, musste dies von der Anstaltsleitung genehmigt werden und diese holte dann häufig eine Stellungnahme des zuständigen Anstaltsarztes ein. Dieser begutachtete dann den gesundheitlichen Zustand des jeweiligen Häftlings und dafür beobachtete dann den Einkauf oder lehnte diesen ab. Hier sehen Sie nun ein weiteres Beispiel für eine Ausnahmeregelung. Der gefangene Gerhard K. bekam nämlich ein Rotkreuzpaket mit ausschließlich Lebens- und Genussmitteln ausgehändigt, was seine Frau ihm zugeschickt hatte. Anträge auf Hafturlaub sind vereinzelt überliefert und hier halten sich Ablehnungen und Zusagen ungefähr die Waage. So wurde Waldemar B. ein Besuch der Konfirmation seiner Tochter verwehrt und Herbert W. bekam vier Tage Hafturlaub zugesprochen, um zu heiraten. In Einzelfällen mussten sich die Häftlinge mit Hausstrafverfahren auseinandersetzen. Hausstrafverfahren wurden eingeleitet, wenn die Strafgefangenen gegen die Vollzugsordnung verstoßen. Die Verstöße in unterschiedlicher Art und die Strafen ebenfalls. Ein Beispiel, Otto H. wurde für eine mündliche Auseinandersetzung mit einem Wachhabenden verwarnt und Hans G., dessen Hausstrafverfahren Sie hier abgebildet sehen, wurde ein Fristbesuch gestrichen, weil seine Frau ihm bei ihrem letzten Besuch ein Päckchen Tabak zugesteckt hatte. Christian H. wurden hingegen gleich drei Hausstrafverfahren geführt. Bei seiner dritten Strafe musste H. für einen Tag in die Arrestzelle, weil bei ihm 60 Griefumschläge gefunden wurden, mit denen er unbemerkt das Pensum bei seiner Arbeit steigern wollte, um einen höheren Lohn zu erzielen. Neben diesen aufgezeigten Ereignissen enthalten die Gefangenenpersonalakten noch weitere Besonderheiten, auf die ich an dieser Stelle leider nicht vertiefend eingehen kann. Ich komme nun zu den aus politischen Gründen Inhaftierten. Diese wurden zwischen 1896 und 1939 geboren. Die meisten Angeklagten wurden in einem Alter zwischen 19 und 42 verurteilt. Die Häftlinge des Strafgefängnisses Wolfenbüttel waren zu ungefähr einem Drittel, was sich dann wieder mit den Zahlen von Herrn Fosche-Portdikt, die er im Bezug auf die durchgeführten Verfahren von Mitgliedern der Partei bzw. Nicht-Mitglieder durchgeführt hat. Und zwar von den 85 festgestellten Personen verworfen natürlich 31 Personen Mitglieder der KPD. Neun Verurteilte waren Mitglieder anderer Organisationen wie der SED oder dem FDGB und 30 Mitglieder für diese Personen konnte keine Mitgliedschaft nachgewiesen werden. Gesellschaftlich können die festgestellten Inhaftierten unterschiedlich eingeordnet werden. Es sind sowohl Angehörige des Arbeitermilieus feststellbar als auch andere Schichten. So ist zum Beispiel auch ein Lehrer inhaftiert und kaufmännische Angestellte sind ebenfalls vertreten. Durch die Haftzeit standen die Ehefrauen der Inhaftierten oft vor dem Problem, dass sie sich jetzt nun allein um den Unterhalt ihrer Familien kümmern mussten. Viele Inhaftierte waren Familienväter und diese Situation stellte die Frauen nicht oft vor größere Schwierigkeiten, sodass sich in den gefangenen Personalakten häufig Anträge auch Sonderbriefe oder Besuchsverlängerungen wiederfinden, um persönliche und familiäre Angelegenheiten mit ihren Angehörigen besprechen zu können. Der Fall der Ehefrau von Paul D. zeigt die Verzweiflung, der manche Ehefrauen dann ausgesetzt waren ganz deutlich. Sie schreibt am 11.09.1960, zitiere, ich war lange nicht mehr so lebensmüde wie jetzt, nun bekommt mein Mann schon jahrelang keine Arbeit, jetzt fängt es auch bei mir an. Wir haben noch zwei Kinder, da fragt kein Mensch nach, was aus denen werden soll und wovon wir leben sollen. Mein Leben lang würde ich ihnen dankbar sein, wenn sie uns helfen würden und meinem Mann irgendetwas besorgen, kann auch als Fahrer oder sonst was. Die Ehefrau von Paul D. hat sich in mehreren Briefen an das Strafgefängnis Wolfenmittel darum bemüht, für ihren Ehemann nach der Entlassung wirklich schnell eine Einstellung zu finden. In diesem Fall hat sich der zuständige Oberlehrer auch für den Fall eingesetzt. Bei den Inhaftierten konnten ebenfalls Traditionsnieden festgestellt werden, in Bezug auf Haft oder andere Repressionen während des Nationalsozialismus. Die Gerichtsakten könnten hier eventuell noch mehr Einzelheiten enthalten. Die Informationen in den gefangenen Personalakten hierzu sind meistens sehr spärlich. In der Akte von BDI ist so lediglich von Konflikten mit der NSDAP die Rede. David E., Karl H., Friedrich K. und Louis S. waren ein politischer Schutzhaft. Bei Louis S. sind genauere Angaben verzeichnet. Er war für sechs Monate im KZ Morin. Der Vater von Erich B. wurde drei Jahre im KZ Groß Rosen oder Bürgermor festgehalten. Heinrich F. wurde wegen unerlaubtem Entfernen von der Truppe zu einer Zuchthausstrafe von insgesamt vier Jahren und drei Monaten verurteilt, die er im KZ der Haufer büßte. Das Sondergericht Oldenburg verurteilte August N. zu zwei Monaten Gefängnis, weil er ein Verstorbenes des Armenglied verspottet hatte. Heinz K. wurde zeitweise der Schulbesuch verboten und Berthold K. befand sich wegen Staatsgefährdung längere Zeit im Zuchthaus. Ich möchte Ihnen nur noch eine Biografie eines politisch Inhaftierten vorstellen. Der Fall Berthold K. soll hier exemplarisch für die individuellen Haftbedingungen im Strafgefängniswürfel mittel der 50er, 60er Jahre entstehen und berücksichtigt dabei auch die persönliche Vorgeschichte des Inhaftierten. Das Sondergericht Lüneburg verurteilte Berthold K. am 9. November 1955 wegen Staatsgefährdung zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt zwei Jahren. Die Untersuchungshaft von 158 Tagen wurde angerechnet. K. wurde am 8. Oktober 1902 in Oelsnitz, Kreis Zwickau, als fünftes von neun Kindern geboren. Zu seinem 17. Lebensjahr war er bei seinen Eltern aufgewachsen, hatte die Volksschule besucht und anschließend verschiedene Berufe ausgeübt. Seine Eltern waren bereits früh verstorben. 1926 kam er nach Hannover, um in einer Druckerei zu arbeiten. Bis 1935 war er häufig arbeitslos und musste betteln, weswegen er insgesamt sechsfach vorbestraft war. Sein Urteil führte seine Vorstrafen bis ins Detail aus. Unter anderem verurteilte ihn das Oberlandesgericht Hamm 1934 zu zwei Jahren Zuchthaus wegen Vorbereitung zum Hochverrat, in Tat Einheit mit Beteiligung an einem verbotenen Verein. Als strafbare Handlung wurden ihm in diesem Fall das Verteilen von Flutblättern für die proletarischen Freidenker vorgeworfen. Am 2. August 1940 wurde K. wieder vom Oberlandesgericht Hamm und erneut wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu insgesamt fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. K. verbüßte beide Strafen und gab in den 1950er Jahren eine 50-prozentige Erwerbsunfähigkeit als Folge seiner Haft während des Nationalsozialismus an. Im Jahr 1950 wurden K. Entschädigungszahlungen von mehr als 12.000 D-Mark zugestanden. Zusätzlich bezog er eine monatliche Rente von 120 D-Mark. Der Regierungspräsident in Hannover entzog ihm im Jahr 1957 das Ruhrgehalt. Der Grund hierfür war K.s. Tätigkeit für die verbotene KPD. K. war seit 1920 KPD-Mitglied und trat der Partei bereits 1945 wieder bei. Bis 1955 war er Stadtteilgruppenleiter von Hannover List. In dieser Zeit wurde er kurzfristig aus der Partei ausgeschlossen. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Ab 1957 war er Mitmieter einer Garage, die als Lagerraum genutzt wurde. Im Dezember stellten die zuständigen Ermittlungsbehörden in der Garage mehr als eine Tonne gelagertes kommunistisches Schriftgut sicher. Bis zu seiner Festnahme am 3. Dezember 1957 beteiligte sich Berthold K. aktiv an Kurierfahrten in einem Lkw zur Verteilung der Tageszeitungen Freies Volk und Neue Niedersächsische Volksstimme. In seiner Verhandlung legte ihm das Landgericht Lüneburg Geheimbündelei in verfassungsfeindlicher Absicht, in Tateinheit mit Staatsgefährdung und Verstoß gegen das KPD Verbotsurteil zur Last. Zusätzlich zur Haftstrafe erkannte die 4. Große Strafkammer auf die Zusatzfähigkeit von Polizeiaufsicht und verhängte für die Dauer von drei Jahren eine Unfähigkeit zur Ausübung öffentlicher Ämter, den Verlust des Wahl- und Strimrechts und der Wehrbarkeit. Am 3. September 1948, 58, wurde K. in das Strafgefängnis Wolfenbüttel eingeliefert. Bei seiner Aufnahme ruck er 57 Kilo bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Er wird als ledig konfessions- und kinderlos und mit einer Pflegetochter auf dem Aufnahebogen geführt. Als ersten offiziellen Vermerk zur Person des Berthold K. notierte Oberlehrer B., zitiere, K. ist 56 Jahre alt, Keramikkaufmann, selbstständig, ledig, keine Kinder. Seit 1920 in Hannover hat eine Pflegetochter, Kind von seiner früheren Braut. Vorstrafe, in der Zeit des Dritten Reichs zweimal Zucht aus. Tat, Staatsgefährdung § 20a, geht nach Strafverwüßung in die eigene Wohnung zurück. Ich fühle mich nicht als Verbrecher, überzeugter Kommunist. Zitat Ende. Die erste Unterbringung für K. ist Abteilung 18 in Haus 2. Später befindet er sich dann in Stube 26 in Haus 3. Und er verrichtete seine Arbeiten für das Typenkleben, für die Druckerei und für Kartonagearbeiten. Am 15. September 1958 wurde K. nach Stube 2 verlegt und durfte damit an den Gemeinschaftsveranstaltungen der politischen Häftlinge teilnehmen. K. erhielt ein Päckchen Tabak ausgehändigt, das scheinbar noch aus seiner Zeit im Landgerichtsgefängnis Lüneburg stamte. Während seiner gesamten Haft führte er einen regen Briefwechsel mit seiner Pflegetochter. Sie hatte sich der Regelung seiner privaten Angelegenheiten angenommen. Unter anderem lief noch ein Entschädigungsverfahren seiner Wiedergutmachungsangelegenheit. Im September 1959 reichte die Stube 26 aus Haus 3 gemeinsam einen Antrag auf einen Einkauf von Obst und Gemüse ein. Regierungsrat Dr. K. gab hierzu eine medizinische Stellungnahme ab und verdröstete die Inhaftierten zunächst und verlangte einzelne Anträge. Im Oktober des selben Jahres wurde dann ein weiterer Antrag des Gefangenen K. befürwortet. Jetzt durfte er einmalig in der Höhe von 4 D-Mark Obst und Gemüse einkaufen. Die erhaltene Einkaufsliste führt folgende Lebensmittel und Preise auf. 1 kg Äpfel zu 90 Pfennig, 1 kg Zwiebeln zu 70 Pfennig, 1 kg Bananen zu 1,20 Mark und 1 kg Weintrauben zu 1,60 Mark. Zu seinem 57. Geburtstag beantragte K. einen Sondereinkauf, um für seine Zähnengenossen Kaffee, Kuchen und Zigaretten zu erwerben. Er hatte vor, eine kleine Geburtstagsfeier abzuhalten. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Auf seinem Antrag argumentierte er mit der langen Haftzeit und Nationalsozialismus und schrieb davon, dass er jetzt schon den 10. Geburtstag in Haft verbringen würde. Nach diesen Besonderheiten beantragte K. zusätzlich Kleidung zum Schutz vor Erkältung und ein spezielles Haarwassmittel zur Fortführung einer Schuppenkur. Beide Anträge wurden zuerst abgelehnt und zu einem späteren Zeitpunkt teilweise genehmigt. Am 21. Mai 1959 reichte K. sein Zweidrittelgesuch auf vorzeitige bedingte Entlassungen beim Landgericht Jüngerbrück ein. Die befragten Aufsichtsbeamten äußerten sich positiv über K.s Persönlichkeit und beschrieben ihn als ordentlich, ruhig, bescheiden und fleißig. In seiner abschließenden Stellungnahme äußerte sich Regierungsfakt Dr. S. wie folgt, ich zitiere, Er ist zwar ein überzeugter Kommunist, aber in idealem Sinne und nicht der Typ eines radikalen und fanatischen Funktionärs. Da er sich schon seit seiner frühesten Jugend mit dem kommunistischen Gedankengut beschäftigt hat, wird es schwer sein, ihn eines Besseren zu belehren. Ich möchte aber aufgrund des hier von ihm gewonnenen Eindrucks annehmen, dass er sich hüten wird, künftig wieder gegen die demokratische Rechtsordnung zu verstoßen. Man sollte ihm die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Am 10. Juli 1959 lehnte das Landgericht Lüneburg den Antrag K.s. auf bedingte Haftentlassung ab. In seiner Entscheidung argumentierte die Strafkammer mit einer Aussagevorreigerung K.s. in einem anderen Strafverfahren, in dem er als Zeugen gehört werden sollte. Aus diesem Verhalten konstruierte die Kammer eine von K. ausgebende, staatsgefährdende Bedrohung. Gegen diese Entscheidung legte K. Beschwerde ein. Dr. S. bezeichnete K. in seinen Folgenentstellungen nahm weiterhin als einen überzeugten Kommunisten, über den eine klare Zukunftsprognose nicht möglich sei. Dennoch sprach er sich am Ende seiner Aussagen immer für eine Entlassung K.s. aus. Schließlich wurde er am 1. Dezember 1959 bedingt entlassen, nur einen Monat vor dem offiziellen Ende seiner Haftzeit, am 7. Juni 1960. Seine Bewährungszeit betrug vier Jahre, mit den Auflagen nicht an Aktionen des internationalen Kommunismus und politischen Veranstaltungen in der Sowjetzone teilzunehmen. Dann komme ich zum Fazit. Das möchte ich so kurz halten wie möglich. Und zwar kann erstens festgestellt werden, dass ein sehr breites Spektrum der politischen Inhaftierten vorliegt, was durch ein ebenso breites Spektrum an unterschiedlichen Haftbedingungen und Strafgefängniswäufig im Mittel der 50er und 60er Jahre unterstützt wird. Zweitens, es gibt keine Hinweise auf gewalttätiges Verhalten der Bediensteten gegenüber den politischen Inhaftierten. Drittens, die Willkür des ersten Strafrechtsänderungsgesetzes zeigt sich in der Gleichbehandlung politisch Inhaftierter mit kriminellen Straftätern. Ich möchte abschließend noch einmal darauf hinweisen, dass es sich hier um vorläufige Ergebnisse handelt und ich hier keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, da noch keine Vergleichswerte eingeholt worden sind. Hierfür würden sich gefangenen Personalakten von kriminellen Häftlingen aus Waffengüttel anbieten, die in den 50er, 60er Jahren inhaftiert waren oder man schaut sich andere Strafveranstalten an, die in der Zeit politische Gefangene inhaftiert hatten. Und wofür ich hier noch widieren möchte, ist, dass man sich die Gerichtsakten für die festgestellten Personen nochmal anguckt, um mögliche Hintergrundinformationen noch zu Tage zu fördern. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Antworten und Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Busche, für diesen Werkstattbericht und der Auswertung der befangenen Personalakten. Ich sehe ganz hinten rechts bei Detlef Garwin eine Wortmeldung. Gleich bei dem letzten anknüpfend, ich habe drei Fragen insgesamt, weiß die Zeit, werde das ganz kurz machen. Gleichbehandlung von politischen und kriminellen Strafgefangenen, hinten aber im Einzelschicksal von Berthold K., dass es Gemeinschaftsveranstaltungen für politische Gefangene gegeben hat. An diesem Punkt würde ich also gerne nochmal nachsetzen, dass bei Entlohnung, Arbeitseinsatz und so die Bedingungen gleich waren, kann ich mir einfach vorstellen. Aber wie sah das in der Organisation der Haftbedingungen im Detail aus? Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Gemeinschaftshaft in Wolfenbüttel gegeben hat, wurde eine Praxis perpetuiert, die es im Nationalsozialismus in den Gefängnissen und Zuchthäusern gegeben hat, dass man zur Demoralisierung politischer Häftlinge, Strafgefangener, nichtpolitische zum Beispiel mit in die Zellen gelegt hat. Also das ist die Frage nach den Haftbedingungen. Die zweite, neben dem, was sie aus den Berichten, aus den Vollzugsakten zitiert hat, nach anderen Akteuren, insbesondere der Gefängnisseelsorge. Und die dritte Frage, auch wieder an dem Einzelbeispiel, Berthold K. anknüpfend, Sie erwähnten den KPD-Ausschluss, das ist auch nochmal eine Frage an der Foschbrot. Ich komme aus Hamburg, wenn man da ein bisschen, ich bin da überhaupt kein Spezialist für, aber die KPD-Akten der endvierziger, frühen 50er Jahre sich anschaut, soweit man das in der Theemangedenkstätte machen kann, dann hat man den Eindruck, man knüpft wieder an an die Phase unter Thelmann Ende der 20er Jahre, was die innerparteilichen Auseinandersetzungen ausgeht. Und gerade bei den Funktionsträgern sind Ausschlüsse keine Einzelhandlung oder nichts Singuläres, sondern ist ein Massenphänomen, das innerparteiliche Richtungskrempf durch Tituismus oder sonst was. Das heißt, innerhalb der KPD, auch wenn sie zentral angeleitet war, gab es Auseinandersetzungen und Verwundungen. Zeigt sich das auch unter den Strafgefangenen, die also inhaftiert waren. Wissen Sie, wie deren Verhältnis untereinander gewesen ist? Wir hören ja nachher noch Zeitzeugen, ist vielleicht da dann besser. Zur ersten Folge nach der Gleichbehandlung und den getrennten Gemeinschaftsveranstaltungen. Es gab getrennte Gemeinschaftsveranstaltungen in den Häusern, es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Veranstaltungen nicht getrennt waren. Das ist dann wieder so eine Art der Vielfältigkeit, die dann im Festschreiber ist. Also man kann nicht eindeutig sagen, ob zum Beispiel die Gruppe Schach oder der Chor jetzt nur für politische Häftlinge da war oder nur für die kriminellen Häftlinge. Und die Frage nach der Gemeinschaftshaft, es sind teilweise Fälle belegt, die eine Einzelhaft von politischen Häftlingen am Anfangsvollzug belegen. Das wäre dann eine der Benachteiligungen, die dann aber später in Gemeinschaftshaft in ein anderes Hafthaus verlegt wurden. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass, und da knüpfe ich dann direkt an das Verhältnis der politischen Häftlinge untereinander an, dass politische Häftlinge nicht zu den in Gemeinschaftshaft sich befindenden Personen verlegt werden wollten. Die wollten lieber in Hafthaus 2 in Einzelhaft bleiben und wollten nicht an einem Hofgang der politischen Gefangene teilnehmen. Da wären wir wieder bei den Veranstaltungen. Es gab also anscheinend auch einen Hofgang extra für politische Gefangene, der aber offensichtlich auch nicht zwingend für politische Gefangene möglich war, weil es eben die Möglichkeit gab zu sagen, ich möchte da nicht dran teilnehmen, ich möchte lieber an dem Hofgang für alle teilnehmen. Zu Akteuren aus dem Gefängnis kann ich bis jetzt sehr wenig sagen, weil dazu in den Personalakten die Informationen über den Namen meistens nicht hinausgehen. Man könnte jetzt höchstens zu den Personen noch ein, zwei Sätze sagen, die die Stellungnahmen, die abschließenden zur Führung der einzelnen Personen abgegeben haben, wenn diese bedingte Haftentlassung beantragt haben. Da ist es aber auch wieder sehr ambivalent. Es gibt dann Äußerungen, die ganz deutlich machen, dass der Häftling X vielleicht besser noch in Strafhaft bleiben sollte, weil eine Zukunftsprognose nicht möglich ist, so wie es bei Bertolt K. ja auch der Fall war, was dann aber am Ende noch umgekehrt wurde. Und es gibt auch ganz klare Fürsprachen für eine bedingte Haftentlassung. Hierfür könnte dann eventuell der Umstand positiv ausgelegt worden sein, dass sich der Häftling nicht in die Gemeinschaftshaft verlegen lassen wollte. Und zu dem Thema des KPD-Ausschlusses kann ich Ihnen leider nichts sagen. Die Frage würde ich an Herrn Foschobot abgeben wollen. Ja, das ist ein ganz großes Thema, was Sie da angesprochen haben. Vielleicht zwei Antworten darauf. Die erste ist die, es gab den Ausschluss aufgrund von Ängsten, dass man zu viele V-Leute in der KPD hatte. Es war ein regelmäßiger Tausch der Mitgliedskarten vorgesehen. Das hat die Kommunisten natürlich fürchterlich genervt. Sie mussten sich permanent also wieder rechtfertigen, was da nun gewesen ist. In der Regel waren es die sogenannten Instrukteure, die dann von der DDR hier rübergeschickt worden sind. Die haben sich dann noch ganz speziert vorgenommen und dann fielen die Köpfe. Also das ist schon ein Thema Aktion, wie es in der Weimarer Zeit der Fall war. Ich habe auch festgestellt, dass zum Beispiel die SPD einen eigenen Geheimdienst in der KPD unterhalten hat. Die SPD-Führung kriegte regelmäßige V-Leute-Berichte auf den Tisch über die illegale KPD und über den illegalen Apparat. Sie haben auch hier Beispiele dafür genannt. Das waren immer so Einzelne, die dann in diese Tätigkeit gelockt wurden, um sich ein Zubrot zu verdienen. Das Problem war ja tatsächlich, dass ihnen diese ganzen Wiedergutmachungen oder Entschädigungen usw. genommen worden sind. Und da boten dann die Instrukteure an, wenn du das und das machst, um Fluchblätter verteidst und dies oder jenes, was ein hohes Risiko war, dann kriegst du also so und so viel, was weiß ich, 50 Pfennig oder irgendeine Sache. Also es war eine permanente Angstsituation, so wie sie sich aus den Akten darstellt. Also einerseits bedingt durch die Verfolgung in der Bundesrepublik, dass also Bauleute, die zu hoher Zahl in der KPD vertreten waren, um sich zu verdienen, aufgelegt wurden. Diese ideologischen Dinge waren angesichts der grenzten Konflikte in diesem Zusammenhang außen vor. Was wohl ein Thema war, das war die Tatsache eines doch sehr hohen Generationenkonfliktes zwischen den Altkommunisten, Weimarer Pränikung, die ja auch vor allem über die Westimmigration noch weiterhin aktiv waren und keineswegs in hoher Gnade bei der SED standen, nicht bei Walter Ulbricht, so dass man also auch die irgendwo mal so abschneiden wollte. Und das hat man auch getan. Stattdessen setzt man stärker auf FDJ-Nachwuchs, das heißt also die jungen Kader, die noch stramme Parteigänger dann auch der SED gewandelt. Also ein sehr viel differenzierteres Bild, was wir so haben, aber im Grundsatz führt es permanent dazu, dass pro Jahr mindestens eine, wenn nicht zwei Rückgabeaktionen dann in den Bezirk durchgeführt wurden, von Parteibüchern. Eine Frage haben wir noch, falls es überhaupt noch eine gibt. Ja, Sie haben sich zuerst gehört. Eine kurze Frage. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie die Anstaltsleitung des Gefängnisses und das Personal, ob es da eine Kontinuität gibt zur Nazi-Zeit? Nein, kann ich bis jetzt keine Aussage zu machen? Ich habe noch eine Frage an Herrn Buschel. Ja, Herr Foschelbrot hat noch eine Frage und dann gehen wir auch gleich in die Pause. Herr Buschel, welche Rolle spielt die Untersuchungshaft bei Ihnen? Sind da Untersuchungshäfte drin oder ist das einfach schon Strafvollzug von Verurteilten gewesen? Es gibt eine ganz, ganz, ganz kleine Zahl an... Es gibt eine ganz kleine Zahl an Urhäftlingen. Da sind die Akten aber so dünn, dass man so gut wie gar nichts über die erfährt, weil die dann oft nur eine Woche oder nur ein, zwei Tage in Wolfenmüttel untergebracht sind, sodass die überhaupt keine Gelegenheit haben, um irgendwelche Anträge zu stellen oder sonstige Dokumente anzufertigen. Die sind dann meistens auf Grundlage von Haftbefehlen von ansässigen Amtsgerichten, zum Beispiel aus Wolfenmüttel oder aus Braunschweig in Strafgefängnis-Wolfenmüttel eingeliefert worden. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Busche. Herzlichen Dank auch noch mal an Herrn Buschebrot. Damit haben wir sozusagen den historiografischen Überblick über das historische Ereignis als solches noch nicht abgeschlossen, aber zumindest erst mal in Grundlage gelegt. Bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, als jemand, der unter anderem auch für das Neugestaltungsprojekt Verantwortung trägt, dass wir an die Gerichtsakten heran müssen. Denn mir scheint hier ein ganz zentrales, quellenkritisches Problem auch zu liegen. Allein aus den gefangenen Personalakten können wir natürlich überhaupt nicht so etwas wie erfahrene Wirklichkeit herausarbeiten und insbesondere die Haft-Hintergründe und vor allen Dingen auch dann die Vorverurteilung. Das ist ja hier noch mal ganz wichtig. Der Blick auf die Zeit 300 bis 45 lässt sich aus den Akten ja gar nicht erarbeiten. Das heißt, da müssen wir wirklich an die Gerichtsakten nach Möglichkeit nicht nur an die, die zur Verurteilung in den 50er Jahren geführt haben, sondern auch an die, die zur Verurteilung in den 30ern geführt haben. Ich begrüße Sie und Euch zur Fortsetzung unseres Workshops, zur Nachmittagssitzung zwei technische Ansagen. Zunächst, es liegt vorne am Eingang eine Teilnehmerinnenliste aus und wir bitten darum, dass sich möglichst alle anwesende Zwecksdokumentationen dort eintragen. Das braucht sowohl die Gedenkstättenstiftung wie auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zweitens, haben Sie, habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, dass hier Videoaufnahmen gemacht werden. Wir wollen diese Veranstaltung zu weiten Teilen dokumentieren und immer wenn Aufnahmen von Personen im Publikum gemacht werden, dann kann es durchaus sein, dass auch zufälligerweise da Personen drauf sind. Wer das nicht möchte, wer das nicht wünscht, der muss sich bitte melden. Ansonsten wird das in den nächsten Tagen dann veröffentlicht werden. So, nun muss ich noch eine Begrüßung oder darf ich eine Begrüßung vornehmen. Dr. Helmut Kramer ist zwischenzeitlich zu uns gekommen. Er hat ja heute Morgen schon Erwähnung gefunden. Wir freuen uns sehr, dass er zumindest für einen Zeitraum auch die Gelegenheit genutzt hat. Herzlich willkommen und danke dafür, dass Sie da sind. Des Weiteren begrüße ich jetzt zwei Mitglieder des Deutschen Bundestages. Pia Zimmermann ist schon seit heute Morgen anwesend. Auch du herzlich willkommen. Jan Korte nunmehr auch unter uns von einer Sitzung kommt und ich glaube auch wieder zu einer Sitzung hinfahrend. Stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke, innenpolitischer Sprecher, der schon viele kritische Fragen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlamentes zur Geschichte, ich nehme jetzt mal Ihre Begrifflichkeit, der alten Bundesrepublik formuliert hat zum Antikommunismus als Staatsdoktrin in dieser alten Bundesrepublik und der auch zur instrumentellen Verfolgung von Kommunistinnen und Kommunisten im Kalten Krieg oder im Kalten Bürgerkrieg Positionen bezogen hat. Jan Korte ist jetzt sozusagen der nächste der aus sowohl rückblickender als glaube ich auch aktueller Sicht heraus zu unserem Thema etwas beitragen hat und Jan du hast das Wort bitte sehr. Vielen Dank. Ja auch von mir schönen guten Tag vielen Dank für die Einladung war lange nicht mehr in Niedersachsen das ist ja eigentlich meine alte politische Wirkungsstätte deswegen freue ich mich natürlich auch alte Kämpferinnen und Kämpfer hier zu treffen freue mich euch mal wieder zu sehen und freue mich ganz besonders natürlich auch Helmut Kramer zu sehen mit dem ich zusammen mit Joachim Perils Helmut Kramer und anderen einen wie ich finde sehr sehr großen Erfolg im Bundestag erringen konnte nämlich im Jahr 2009 die Rehabilitierung der sogenannten Kriegsverräter das waren diejenigen kleinen Wehrmacht Soldaten die kritische Tagebucheintrage gemacht haben die sowjetischen Kriegsgefangenen geholfen haben die Juden vor der Deportation gerettet haben und sie alle wurden im Rahmen der NS Wehrmacht Justiz zu tausenden dahin gemordet und sie waren bis 2009 vorbestraft mit Hilfe von Helmut Kramer und anderen konnten wir den Bundestag dazu bringen einstimmig diese Unrechtsurteile aufzuheben deswegen freue ich mich natürlich sehr dich zu sehen ich möchte vorab zwei drei Anmerkungen machen weil ihr euch vielleicht fragt nur weil man im Bundestag ist heißt das ja noch lange nicht dass man zu irgendeinem Thema was zu sagen hat sondern ich bin ein Stück weit als Bundestagsabgeordneter da und möchte natürlich ein bisschen was über das parlamentarische Verfahren in diesem Bereich der Geschichtspolitik Ihnen und euch mitteilen aber ich habe das Ganze auch studiert ich bin Politikwissenschaftler und habe meine Abschlussarbeit insbesondere zu dem Thema Antikommunismus und die Rückkehr der alten NS-Eliten in Justiz und Staatsapparat geschrieben also deswegen bin ich ein bisschen mit diesem Thema befasst und versuche auch im Thema zu bleiben meine alten Professoren Joachim Perls viele andere Oskar Neck bei denen ich studiert habe die versorgen mich immer noch mit Literaturlisten und das ist auch ganz gut im Bundestag nebenbei ein bisschen wissenschaftlich zu versuchen up to date zu bleiben ich hoffe dass ich jetzt nicht irgendwas wiederhole was Professor Foschepot heute Morgen schon vorgetragen hat will eine kurze Einführung mal zur politischen Justiz in der Bundesrepublik weil in vielen Diskursen insbesondere auch in der etablierten Politik ist das ja gar nicht präsent dass es eine politische Justiz in Westdeutschland in der Bundesrepublik gegeben hat das ist ja ein Teil sozusagen der Auseinandersetzung mit der Geschichte der eine völlige Leerstelle ist insbesondere natürlich auch im offiziellen Gedenken der Bundesrepublik also das kennen Sie und ihr kennt das von der Würdigung des Widerstandes vom 20. Juli und anderen aber ein relevanter Teil nämlich der Widerstand der Arbeiterbewegung im Allgemeinen und der der kommunistischen und Speziellen wird ausgeklammert und das ist also auch etwas womit wir was zu tun haben wir haben seit 1950 ein politisches Strafrecht eine politische Justiz in der Bundesrepublik gehabt und ich will mal nur ein paar Stichpunkte nennen es gab so wunderbare Bestimmungen wie hochverräterische Unternehmen landesverräterische Fälschung Staatsgefährdung staatsgefährdende Strömung oder etwa den fahrlässigen Landesverrat also nicht nur Landesverrat sondern man konnte auch fahrlässig das Land verraten und das Problem dabei ist ja zwei Sachen einmal im juristischen Sinne dass das natürlich so dermaßen dehnbare und interpretierbare Begrifflichkeiten sind wo man jedes abweichende Verhalten natürlich staatlicherseits sanktionieren konnte das zum einen und das zweite große Problem ist und das ist so auch mein Hauptpunkt über den ich einige Anmerkungen machen will ist natürlich das gewesen dass dieses politische Strafrecht diese politische Justiz von denen angewandt wurde die das bis 1945 bereits getan hatten und durch die bedingungslose Kapitulation immerhin für einige Jahre aus dem Verkehr gezogen sind ja das ist ja das eigentliche wenn man verstehen will mit welcher Akribie mit welchem Fanatismus in der frühen Bundesrepublik also irgendwelche kommunistischen Arbeiter die in Bochum ein Plakat angebracht haben wo drauf stand also Adenauer ist ein Verratskanzler oder etwas mit der vollen Härte eines ganzen Justizapparates verfolgt wurde und das ist nur zu verstehen wenn man zum einen natürlich das politische Strafrecht sieht und auf der anderen Seite guckt wer hat es eigentlich angewandt und wie es angewandt wurde ist ja empirisch belegbar nach wie vor stütze ich mich hier auf die Zahlen die Alexander von Brünneck in seinem Standardwerk gesagt hatte wir hatten von 1951 bis 1958 allein auf dem Verwaltungsweg 80 Verbote gegen reale oder vermeintlich kommunistische Organisationen und dann sozusagen der politisch-juristische Höhepunkt war logischerweise die Beantragung des KPD-Verbots ganz im Sinne der Totalitarismus-Theorie wurde natürlich kurz vorher der Verbotsantrag für die Sozialistische Reichspartei gestellt das hatte logischerweise eine bestimmte Logik ja im Sinne der Totalitarismus-Theorie als NSDAP-Nachfolgeorganisation der Höhepunkt bekanntermaßen wir haben nächstes Jahr den 60. Jahrestag dazu dann am 17. August 1956 das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschland übrigens mit Bezugnahme auf eine völlig verbal-radikale Programmatik die allerdings zum Zeitpunkt des Verbots gar keine Gültigkeit mehr hatte also auch das ist nochmal wichtig daran zu erinnern und auf der politischen Sphäre war es natürlich also selbst im praktisch-justiziellen Sinne des Antikommunismus natürlich politisch völliger Wahnsinn weil die KPG war zu der Zeit am Ende politisch sie spielte keine relevante Rolle mehr sie hatte gerade mal noch bei dem 2. Bundestag bei knapp über 2% der Stimmen bekommen also auch das ist sozusagen Ideologie gewesen wir hatten dann von 1951 bis 1968 insgesamt rund man kann es nicht ganz genau sagen aber rund 130.000 staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wurden durchgeführt und verurteilt wurden in dieser Zeit rund 7.000 Menschen zum Teil zu hohen Haftstrafen zu hohen Haftstrafen aufgrund ihrer Gesinnung das ist ja das Entscheidende es war eine Gesinnungsjustiz aufgrund der Gesinnung wurden Kommunisten für einen Vorgang verurteilt wobei andere die nicht kommunistisch verdächtigt waren niemals behelligt worden wäre das ist ja der eigentliche Skandal gewesen immerhin fiel dem Nachrichtenmagazin der Spiegel 2009 etwas auf und der Spiegel schrieb die Zahl der zwischen 1951 und 1968 gefällten Urteile gegen Kommunisten lag fast siebenmal so hoch wie die gegen NS-Täter obwohl die Nazis Millionen Menschen ermordet hatten während man westdeutschen Kommunisten politische Straftaten die Landesverrat vorwarf Zitat Ende das bringt der Spiegel in der Tat das eigentlich spezifische am deutschen Antikommunismus finde ich sehr gut auf den Punkt er hatte vor allem eine exkulpierende Funktion um die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zu meiden zweiter Punkt der in diesem Zusammenhang passt und versuchen soll meine These dass es vor allem etwas mit Vergangenheitspolitik zu tun hatte belegen soll es gab nach 1949 das sogenannte Bundesentschädigungsgesetz das war vorgesehen halt für die Opfer des Nationalsozialismus für KZ-Inhaftierung Gestapo-Inhaftierung und anderes mehr und es gab dort dann im Zuge dieses KPD-Verbots und dieses wahnsinnigen Antikommunismus also eine Regelung dass diejenigen Kommunisten die zum Teil jahrelang in den Konzentrationslagern gesessen haben von diesen Entschädigungszahlungen auszunehmen sind und es kam sogar noch schlimmer es mussten einige Kommunistinnen und Kommunisten die gerade mal eben die KZs überlegt haben diese geringen Entschädigungszahlungen zurückzahlen sie mussten zurückgezahlt werden man muss es sich vorstellen Boris Bernol sagt finanzieren zu diesem Vorgang dieselbe ausgeprägte kommunistische Gesinnung die sie in den 30er Jahren zu verfolgten des NS-Regimes hatte werden lassen konnte bewirken dass Kommunisten ihre daraus resultierenden Wiedergutmachungsansprüche in der Bundesrepublik wieder verloren wenn sie an ihrer politischen Überzeugung festhielten das ist sozusagen die Situation in der damaligen Bundesrepublik gewesen es ging in dem Fall eben nicht um eine wie auch immer das ist das falsche Wort um eine symbolische Entschädigung für das erlittene Tortur in den Konzentrationslagern sondern es zog der Antikommunismus der das Ganze ausschlug und dann unmöglich machte in vielen Punkten wir haben als Bundestagsfraktion der Linke explizit zu diesem Vorgang bereits zwei Anträge in das Plenum des Bundestages eingebracht dass man zumindest erstens politisch anerkennt dass das moralisches Unrecht gewesen ist und dass man unbürokratisch ein Härtefallfonds einrichtet und die wenigen Überlebenden die es noch gibt aus dieser Zahl zumindest die Entschädigungszahlung nach dem Bundesentschädigungsgesetz wieder zukommen ist und wie es in der Bundesrepublik bestellt ist will ich an zwei Zitaten deutlich machen was auf unseren Antrag die CDU CSU antwortet es sind Originalzitate aus dem Plenarprotokoll zu unserem Antrag das Unrecht im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes wieder gut zu machen sagte der CDU Redner ich zitiere es ist der Versuch diejenigen die erst einen freiheitlich demokratischen Rechtsstaat beseitigen wollten und einen Unrechtsstaat nach DDR Vorbild etablieren wollten von Kollaboratoren zu Opfern zu stilisieren nicht zuletzt um das sozialistische Regime der DDR mit dem der Bundesrepublik auf eine Stufe zu stellen Zitat Ende das ist natürlich die ganze Perfidie man muss es sich vorstellen es wird ja in Abrede gestellt dass es sich um Opfer handelt es wird in Abrede gestellt dass es sich um Opfer handelt und er sagt es dann einige Zeilen weiter ganz so wie ich es gerade interpretiert habe Zitat die Opfer die Sie in Ihrem Antrag ansprechen sind gerade keine Opfer einer Diktatur Zitat Ende also da werfen sich ein paar Fragen auf das NS-Regime keine Diktatur sagt es ist keine Diktatur es ist kein Opfer der Diktatur man muss das mal vorstellen und das war jetzt nicht 1953 oder 1956 das war im Jahre 2006 als diese Debatte stattgefunden hat also man muss sich vorstellen wie das ist eine Komponente am Rande der Redner der das gesagt hat das ist der Abgeordnete Günther Baumann wenn man das mal googelt wird man sehr schnell feststellen wo er vor 1990 aktiv war nämlich in der CDU der Deutschen Demokratischen Republik die vieles war aber bestimmt keine Opposition das dann auch noch so vorzutragen ist wirklich schon bemerkenswert am Ende der Antrag wurde wie ihr und euch vorstellen könnt natürlich abgelehnt wir werden aber trotzdem versuchen an dieser Frage weiter dran zu bleiben dritter Punkt auf den ich zu sprechen kommen möchte wir befinden uns jetzt ja in Debatten eigentlich im Feld der Geschichtspolitik und auch in der Geschichtswissenschaft wo es ja eigentlich um eine Aufarbeitung der Aufarbeitung geht und da ist natürlich dieser Bereich eine wesentliche Lehrstelle und wenn wir uns darüber unterhalten also warum konnte eigentlich diese Verfolgung in dem Rahmen so stattfinden da müssen wir uns politikwissenschaftlich soziologisch überlegen warum war das in der Gesellschaft so möglich warum gab es dagegen außer von den Opfern und Betroffenen logischerweise eigentlich keinen oder kaum nennenswerten Widerstand also heute würde man sagen was war mit der Zivilgesellschaft eigentlich los und es gibt dafür mehrere Gründe die ich kurz anreißen möchte erstens natürlich ist der Antikommunismus das weiß hier jeder im Raum erstmal natürlich eine Ideologie des Bürgertums gegen alle Formen der Arbeiterbewegung ob der sozialistischen der sozialdemokratischen das ist die Grundidee Antikommunismus gab es in allen Ländern wissen wir Europa in den Vereinigten Staaten und so weiter und so fort in dieser Variante in Deutschland ist es nur anders gelagert hier hat es logischerweise auch immer diese Variante gegeben der Antikommunismus also als klassische Ideologie gegen die Arbeiterbewegung aber hier war es natürlich anders ich glaube Sie sind heute Morgen ja schon drauf eingegangen deswegen will ich das historisch nicht nochmal wiederholen mit der Verschmelzung des Antikommunismus zur jüdisch-polstivistischen Weltverschwörung das ist logischerweise in Deutschland die Spezifika und das einmalige gewesen zumal dort halt millionenfacher Mord heraus resultierte das ist nochmal ganz wichtig und er hatte natürlich eine wesentliche Funktion Hitler hat insbesondere natürlich die Wehrmachtsgeneralität über den Antikommunismus an sich binden können das war eine wesentliche Voraussetzung und Variante warum die Wehrmacht dann mit fliegenden Fahnen zu Hitler und den Nazis übergelaufen ist auch das ist glaube ich wichtig zweitens in den 50er Jahren und das wäre meine Hauptthese eigentlich gewesen hatte der Antikommunismus in erster nicht nur aber in erster Linie eine vergangenheitspolitische Funktion nämlich die vergangenheitspolitische Funktion erstens ideologisch abzusichern die Rückkehr der alten Eliten in Amt und Würden also insbesondere in die Justiz in den Staatsapparat und so weiter das ist hier bekannt das war der eine Punkt und er war natürlich und deswegen hat ihn Adenauer dankbar angenommen denn Adenauer war ja vieles aber in Sicherheit kein Nazi also war er nun dezidiert nicht und er fand das auch relativ schmuddelig im Übrigen wer da so um ihn herum feuchte und fleuchte aber er hat natürlich eins erkannt Adenauer der Antikommunismus ist nicht nur etwas für die alten Nazi verseuchten gesellschaftlichen Eliten sondern er ist ein tolles Angebot an die Majorität des Wahlvolkes denn wenn der Antikommunismus also damals in der Diktion der Kommunismus natürlich das schlimmste Feindbild für die Zivilisation ist ja dann hatte das natürlich eine sehr exkulpierende Wirkung für die große Mehrheit der Bevölkerung weil es bedeutete ich muss mich mit meiner eigenen Verstrickung sowohl in der emotionalen Art und Weise als auch in der praktisch politischen und in der Alltagsfrage nicht mit meiner Verstrickung in den Faschismus auseinandersetzen das war ein Angebot was dankend und das ist der ganze Elend was dankend natürlich von der Mehrheit der Bevölkerung aufgenommen worden ist deswegen hatte meine These der Antikommunismus in Deutschland vor allem eine exkulpierende Funktion eine exkulpierende Funktion in der damaligen Politik um sich nicht mit den Verstrickungen in das NS-System auseinandersetzen zu müssen dritter Punkt was auch ganz entscheidend ist auch nochmal in deutlicher Abgrenzung zu dogmatischen linken Analysen des Antikommunismus der Antikommunismus der Bundesrepublik war logischerweise nicht nur ein Projekt von Adenauer und den Eliten sondern das Hauptproblem ist ja gewesen dass es vor allem ein Projekt der Arbeiterklasse selber war es gab den Antikommunismus der Werktätigen den Antikommunismus der Lohnabhängigen oder der Arbeiterklasse wie auch immer wir es greifen wollen so deswegen hatte er natürlich diese immense Durchschlagskraft wann es die hatten so das kann man unter vielen Punkten natürlich relativ leicht erklären warum das so war Abendrot hat das natürlich relativ präzise schon damals ich weiß gar nicht wie der Band noch heißt zur Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung das Surkamp-Bändchen damals gesagt naja also das Angebot der Kommunisten rein in materieller Sicht das war nicht gerade ein tolles Angebot für die Arbeiterklasse du hattest das Wirtschaftswunder aus unterschiedlichen Gründen und du hattest dagegen eine weit rückständigere ökonomische materielle Entwicklung im Ostblock und in der DDR so und da haben also die Lohnabhängigen gesagt naja also das Angebot ist schon mal nicht so toll der zweite in Frage kommende Bündnispartner für Linke in dem Fall damals kommunistische Politik war sozusagen ein aufgeklärtes Bürgertum das aber wiederum war nun mit Sicherheit nicht zu gewinnen indem man in den Osten geguckt hat und die Suspension von den Freiheitsrechten gesehen hat ja also Pressefreiheit Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort im Übrigen alles Punkte die ja maßgeblich von der Arbeiterbewegung selber erkämpft worden sind also auch das fiel auf deswegen kann man erklären warum es de facto kaum gesellschaftlichen Rückhalt in dieser Auseinandersetzung damals mit der politischen Justiz gegeben hat Viertens die KPD ich habe das einleitend ja schon gesagt war in den 50er Jahren de facto politisch am Ende regional natürlich sehr unterschiedlich also in vielen Teilen des Ruhrgebiets natürlich eine tiefe betriebliche Verankerung nach wie vor gar keine Frage aber auf der großen politischen Ebene war die Zeit bereits vorbei richtig und wichtig ist natürlich nochmal dran zu erinnern was das für Gründe hat das hatte zunächst einmal das darf man nicht vergessen erstmal eine Folge des NS-Faschismus weil natürlich fast alle Funktionäre entweder umgebracht gewesen sind und die die es geschafft hatten sozusagen in den Mühlen des Stalinismus gelandet sind das ist natürlich nicht zu unterschätzen es war ja eine ganze Generation von Linken die in den Konzentrationslagern gesessen hatten oder was auch immer die waren also sozusagen ganz praktisch ja kaum in der Lage oder sie waren so gezeichnet von der Haft dass sie gar nicht körperlich etc. pp. in der Lage waren sozusagen auch so eine Parteiorganisation wieder tief und fest zu verankern ich finde das ist wichtig nochmal daran zu erinnern und das zweite Punkt ist natürlich wie ich eben geschildert habe auch ein politisch strategisches also die Programmierung des revolutionären Sturzes des Adenauer-Regimes das war irgendwie nicht so überzeugt in der frühen Bundesrepublik so da sagten die also nee irgendwie das finden wir gerade mal nicht vor allem unter der Folie sozusagen der Vergangenheitspolitik wie sie Adenauer dann gemacht hat der entscheidende Punkt ist die Verbindung von Vergangenheitspolitik und Antikommunismus und unübertroffen haben das deswegen möchte ich das auch nochmal zitieren Alexander und Margarete Mitscherlich in ihrem nach wie vor unübertroffenen Werk die Unfähigkeit zu trauern auf den Punkt gebracht wie diese Verbindung zu sehen ist und warum es sie so auch nur in Deutschland und irgendwo anders gegeben hat also in Italien oder was weiß ich oder in Frankreich gab es natürlich auch immer zumindest in ihren demokratischen Zeiten logischerweise immer Antikommunismus so aber es wäre keiner auf die Idee gekommen irgendwie in den 70er 80er Jahren oder was weiß ich also die großen Führer der kommunistischen Parteien was weiß ich Togliatti zu verhaften also es war es ist zwar nicht drauf gekommen sozusagen also jenseits logischerweise von Faschisten oder so so das ist nochmal wichtig und die Mitscherlich sagen zu deutschen Spezifika des Antikommunismus Folgen das folgenreichste also der NS-Gesellschaft dürfte der emotionale Antikommunismus sein er ist die offizielle staatsbürgerliche Haltung und in ihm haben sich die ideologischen Elemente des Narzissmus mit denen des kapitalistischen Westens amalgamiert so ist eine differenzierte Realitätsprüfung für alles was mit dem Begriff kommunistisch bezeichnet werden kann ausgeblieben das unter Adolf Hitler eingeübte Dressat den eigenen aggressiven Triebüberschuss auf das propagandistisch ausgenutzte Stereotyp Kommunismus zu projizieren bleibt weiter gültig es stellt eine Konditionierung dar die bis heute nicht ausgelöscht wurde da sie in der weltpolitischen Entwicklung eine Unterstützung fand für unsere psychische Ökonomie waren der jüdische und der bolschewistische Untermensch nahe Verwandte mindestens was den Bolschewismus betrifft ist das Bild das von ihm im Dritten Reich entworfen wurde in den folgenden Jahrzehnten kaum korrigiert worden Zitat Ende man kann es sozialpsychologisch nicht besser auf den Punkt bringen zu dem letzten Teil meiner Bemerkung ich will natürlich auch nochmal versuchen und das habe ich gemacht zu gucken wie hat sich eigentlich der Antikommunismus in Regierungs- und politischer Praxis wiedergefunden und dazu habe ich mir das ist schon ein bisschen länger her mal die Kabinettsprotokolle der ersten beiden Legislaturperioden der Ära Adenauer reingezogen also komplett das ist wirklich lesend wird zum Teil skurril unterhaltsam zum Teil aber natürlich auch erschreckend und ich will nochmal darauf aufmerksam machen also wir befinden uns jetzt im Jahre 1949 bis 1953 erste Legislaturperiode nach den ersten Bundestagswahlen und man denkt also dass dort eine Regierung relativ viel zu tun hat in dieser Zeit hatten sie auch aber sie hatten sehr viel Zeit auch für anderes und ich will mal ein paar Zitate aus den Kabinettsprotokollen vorlesen damit man mal einen Eindruck bekommt womit die sich halt so beschäftigt haben also in den Protokollen findet sich zum Beispiel folgender Eintrag ich zitiere der Bundesminister für die Angelegenheiten des Bundesrates macht auf die überparteiliche Jugendarbeit gegen die FDJ aufmerksam die unter anderem die Absicht habe und jetzt kommt's einen Stafettenlauf nach Bonn zu organisieren Zitat Ende es folgt eine umfangreiche Aussprache zu einem Staffellauf der FDJ nach Bonn also das hat ja wahnhafte Züge logischerweise und es geht weiter Zitat die Einrichtung eines Hauses der Sowjetkultur und eines Hauses der deutsch-polnischen Freundschaft im Ostsektor erfordern Gegenmaßnahmen von westlicher Seite erklärt der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen einer Anregung des Oberbürgermeisters von Groß Berlin folgend schlage er vor a die Einrichtung eines Hauses der Ostdeutschen zur nationalen Pflege der ostdeutschen Kultur und b die Veranstaltung einer ostdeutschen Ausstellung in Berlin Zitat Ende das sind nun mal drei Ausschnitte das kann man wirklich reihenweise findet man solche Einträge in den offiziellen Kabinettsprotokollen die in vielen Bibliotheken einzusehen sind und man kann so ein bisschen daraus erkennen wie sich dort wirklich wahnhafte Züge natürlich auch herausentwickelt haben je weniger Kommunisten es gab je weniger Wahlerfolge sie hatten und je weniger Relevanz sie hatten umso größer wurde der Verfolgungsrat also je weniger Kommunisten umso größer der Antikommunismus will aber natürlich weil Linke dazu neigen aber natürlich auch die andere Seite nochmal aufrufen es gab logischerweise auch damals relevante Gegenpositionen zum Antikommunismus und damit will ich auch schließen diese nochmal kurz vorzustellen wer war gegen den Antikommunismus und wenn er dagegen war warum war er dagegen es waren zum einen logischerweise erstmal die Kommunisten selber klar deswegen will ich da nicht weiter darauf eingehen das ist logisch ich will Leute kurz mal erinnern die eigentlich zum Establishment würde man heute sagen der Bundesrepublik gehört zum Bildungsbürger Eliten würde man heute vielleicht sagen die also relevante Meinungsmacher gewesen waren und diese Personen die ich gleich nochmal kurz benennen will die stützen nochmal meine These die ich vorangestellt habe das ist vor allem was mit Vergangenheitspolitik zu tun hätte denn diese Personen die eher aus dem Bürgertum kamen und sich damals offen und öffentlich gegen Antikommunismus gestellt haben haben das in erster Linie mit der Begründung gemacht dass das nicht geht weil es die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit behindert und verhindert das war bei all denen die durchgehende Linie wie man bei den Reden und Schriftwechseln nachvollziehen kann das ist zum einen logischerweise kennt hier jeder Martin Niemöller der nicht nur in seinen Predigten sondern auch in vielen Publikationen die damals gar nicht so eine geringe Auflage übrigens hatten in kritischen Kriegskreisen also es waren jetzt nicht so 100 oder so denn es waren schon mehrere tausend Auflage die die hatten Niemöller hat sowohl in seinen Predigten schon sehr früh also schon ich glaube sogar schon vor dem Stuttgarter Schuldbekenntnis findet man das glaube ich schon bei ihm gesagt wir können so gegenüber auch dem Ostblock nicht auftreten aufgrund der geschichtlichen Verheerung die Deutschland insbesondere beim Vernichtungstrieg gegen die Sowjetunion gemacht hat aus diesem Antrieb hat sich Niemöller gegen den Antikommunismus gestellt und der war nun wirklich kein Kommunisten also wirklich weit weit dagegen entfernt der wohl noch bekanntere war logischerweise Gustav Heinemann also das wird ja oft vergessen das ist sozusagen dann auch einen späteren Bundespräsidenten und er hat sich daher nicht korrigiert soweit ich informiert bin der dezidiert auch mit der Begründung der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gesagt hat wir können den Antikommunismus so wie er hier läuft nicht zulassen das geht nicht und das war bekanntermaßen nicht irgendjemand Gustav Heinemann und natürlich nicht zu vergessen in dem Zusammenhang auch Eugen Kogern auch das nicht irgendjemand sozusagen der war glaube ich der erste wenn ich das richtig im Kopf habe der erste Chefredakteur von Panorama also auch nicht irgendetwas beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der erste Chef von Panorama und auch Kogern hat sich natürlich aufgrund auch seiner Geschichte aufgrund auch der Ableitung der nach wie vor unübertroffenen Analysen aus dem SS-Staat natürlich dezidiert gegen Antikommunisten und ich finde das ist wichtig dass man auch an diese eher auf der bürgerlichen Seite verorteten Gegenpositionen erinnert denn ohne diese Gegenposition hätte es natürlich dann eine Auseinandersetzung 68 eine Liberalisierung des Strafrechtes und letztendlich natürlich auch die Neu-Ost-Politik von Willy Brandt so nicht geben können der hätte sie so nicht geben können deswegen ist es immer wichtig daran zu erinnern gerade auch unter Linken es gab Gegenpositionen sie waren minoritär aber aus diesen Minoritäten Einzelpositionen sind dann später Mehrheiten geworden die bestimmte Sachen dann zu also möglich gemacht haben ich finde das ist ganz wichtig dass wir immer daran erinnern zum Schluss ich glaube dass in der heutigen Debatte der klassische Antikommunismus also zum Beispiel gegenüber meiner Partei also de facto keine Rolle mehr spielt wer damit kommt das ist einfach lächerlich nicht ernst zu nehmen er spielt aber gleichwohl und zwar in Form der Totalitarismus-Theorie bei jeder Frage von Gedenkstätten-Konzepten bei jeder Gewichtung von Entschädigungszahlungen oder anderes nach wie vor eine relevante Debatte also das Reden über zwei deutsche Diktaturen ist sozusagen nicht erklärbar sondern ist zurückzuführen auf den alten Antikommunismus nämlich mit der Gleichsetzung Rot gleich Braun was logischerweise vor allem eine vergangenheitspolitische Implikation hat zweite Anmerkung zum Schluss ich halte es gerade für Linke oder insgesamt für kritische Geschichtspolitik und Geschichtswissenschaft nochmal für zentrale Bedeutung auch für mich selber als Linke als demokratischen Sozialisten dass wir ohne wenn und aber Antistalinisten sein müssen um glaubwürdig und überzeugend gegen Antikommunismus aufzutreten denn eine wesentliche Komponente warum der Antikommunismus so stark war war natürlich weil er eine reale Entsprechung hatte er hatte ja eine reale Entsprechung die Propaganda war natürlich in großer Weise Propaganda aber sie konnte ja realen Bezug nehmen auf das was im Ostblock stattfand also Suspendierung von Freiheitsrechten Prager Frühling Niederschlagen etc. pp das hatte ja reale Punkte die dann sozusagen vermischt wurden mit wahnhaften und einer rückschrittlichen Vergangenheitspolitik halte ich für Linke eine ganz ganz zentrale Frage die wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen parlamentarisch haben wir die Aufgabe für Mehrheiten zu streiten um diese Opfer der politischen Justiz nicht nur zu rehabilitieren sondern sie auch politisch zu würdigen insbesondere auch für das was sie in der Zeit von 1933 bis 1945 im Widerstand geleistet haben der dritte Punkt ist ich hatte das kurz schon mal gesagt unsere Aufgabe jetzt auch politisch sozusagen den Rahmen nicht nur finanzieller Weise sondern auch eine politische Verständigung im Bundestag in den Landtagen bis hin zu Geschichtsprojekten vor Ort sich darüber zu verständigen was lief eigentlich gut in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und wo sind die großen Leerstellen eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik und da ist die Frage der Kommunistenverfolgung relevant denn es ist eine Leerstelle die findet nicht statt im politischen Berlin auf der offiziellen Ebene und das ist eine Aufgabe der wir uns finde ich auch in der Alltagspolitik stellen müssen denn viele leben nicht mehr wie wir wissen und wir können nicht warten dass die Letzten tot sind und dann gibt es mal eine Feierstunde deswegen müssen wir dort parlamentarisch in den Quark kommen zum Schluss vielleicht auch als kleinen Ansporn es ist wirklich ich habe das auf der Fahrt hierhin nochmal gelesen den großartigen wirklich immer wieder lesenswerten Artikel von Walter Dirks auch kein Kommunist oder Sozialist sondern ja ein Kirchenmann der hat damals den wie ich finde nach wie vor unübertroffenen Aufsatz geschrieben der restaurative Charakter unserer Epoche wo er nochmal beschreibt nicht nur dass der Begriff Restauration damals wichtig war und richtig war und er ist auch heute noch richtig aber eben nicht nur sozusagen als alleinstehender Begriff sondern Dirks hat damals schon gesagt Restauration bedeutet ein Prozess bedeutet eine Epoche ein Klima ein Vorgang wo eben nicht nur sozusagen die rückschrittlichen Kräfte daran beteiligt sind sondern was immer auch was mit Versagen von fortschrittlichen und linken Positionen zu tun hat und er skizzierte die damalige Zeit die wirklich auch Ermutigung sein kann für uns wenn wir weiter auf diesem Feld arbeiten wollen wie folgt die eigentliche Sünde der Restauration ist die Sünde der Unterlassung derer die berufen waren oder sind jene menschliche Welt zu erdenken zu erfüllen zu erkämpfen zu erproben die eigentlichen Schuldigen sind die zur Erneuerung Berufenden die zu bequem sind die Inbrunst des Gefühls die Anstrengung des Begriffes die Mühe und das Risiko der Tat die Mühe des Dienstes das Kreuz des Opfers auf sich zu nehmen die eigentlichen Schuldigen sind die Matten Christen und die Matten Sozialisten die ausweichen entweder in die Revolutzerei den Radikalismus die revolutionäre Ideologie und den revolutionären Lyrismus oder die geschaffte Huberei in das gute Werk den Praktizismus oder aber in den Verzicht die Resignation das Privatleben die Religion ich finde das hat jetzt hervorragend zusammengefasst mit einer durch und durch aktuellen Note ich hoffe ich konnte ein paar neue Punkte hier einbringen bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen und euch ein herzliches Glück auf vielen Dank so vielen Dank für diesen zweiten politisch-historischen Blick auf unser Thema mit durchaus auch vielen aktuellen Bezügen mit wichtigen aktuellen Bezügen wir sind nur ganz kurz über den Zeitplan es gibt aber durchaus die Gelegenheit für ein, zwei Anmerkungen oder Rückfragen ein Jan Korte ja ich möchte doch zu dem zu den Bemerkungen die Wurzeln des Antikommunismus die Bedeutung des Antikommunismus noch eins hinzufügen wenn man sich in die Lokalgeschichte und Regionalgeschichte direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hineinarbeitet stellt man ganz komische Sachen fest das Entscheidende war dass die Kriegs das Empfinden und der Schmerz über die Kriegsniederlage und der ging der ging sowohl was betraf sowohl die Opfer von Sozialdemokraten und Gewerkschaften als auch natürlich sozusagen die bürgerlichen Kräfte die relativ kalt gestellt worden sind nach 1933 die jetzt aber die jetzt aber nach 1945 wieder mit den sozialdemokratischen Kräften gegen diese gegen das Drama der Kriegsniederlage wieder aufbauen mussten und ich glaube dieses Unbegriffene das was der Schleppankläger in Nürnberg gesagt hat dass nicht der verlorene Krieg dass nicht der verlorene Krieg abgeurteilt worden ist sondern der Beginn des Krieges abzuurteilen ist oder was nachher Richard von Weizsäcker 85 gesagt hat dass es tatsächlich eine Befreiung war eine Befreiung die notwendig eine Befreiung vom Faschismus die notwendig war weil der Faschismus 1933 begonnen hatte und in diesem Prozess des Wiederzusammenfindens dessen was man Volksgemeinschaft nennt nach dem Kriege waren die Kommunisten relativ schnell ausgeschlossen und da muss man sich fragen warum das so gewesen ist und da glaube ich muss man auch noch die Frage stellen weil das diejenigen gewesen sind die meine ich sowohl von ihrer Programmatik auch von ihrer Politik tatsächlich die Opfer gewesen sind die die tatsächlich diesen Krieg nicht als nicht die die Niederlage des Krieges bejammert haben sondern die Niederlage des Faschismus bejummelt haben dass das glaube ich noch ein Unterschied ist den man jetzt in einzelnen einzelnen Fragen weiter nachgehen muss um diese die Dramatik dieser ich bin gleich fertig um die Dramatik dieses Antikommunismus tatsächlich begreifen zu können weil er halt nicht nur die bürgerlichen Kreise betraut sondern wir sprachen davon von dem Antikommunismus der Arbeiterbewegung ja es gibt ja es gibt noch eine weitere Wortmeldung ja ich bin Jan Korte sehr dankbar für seinen Vortrag das war nicht nur unterhaltsam sondern hochspannend vielen herzlichen Dank mir geht durch den Kopf noch eine Geschichte das hört ja nie auf das hat ja nie aufgehört und zwar möchte ich da ansetzen sagen die Berufsverbote Betroffenen ja die haben sich in Niedersachsen Gott sei Dank und auch bundesweit wieder getroffen nach 40 Jahren ich treffe auch traumatisierte Menschen ja die die also sehen mussten wie sie Erwerbsbiografie unter diesen Bedingungen auch des Antikommunismus äh und dieser ganzen Feindlichkeit die sich da einfach nahtlos fortgesetzt hat die Besonderheit ist einfach dass es 72 war Benni Brand ich darf daran erinnern und äh das ist jetzt nur eine Anregung lass uns doch diese Geschichte weiterziehen lass uns diese Geschichte weiter in den in den Fokus nehmen äh weil das hört nie auf das ist mein Gefühl es hört nie auf sehr gut Applaus okay ähm ich denke das waren Ergänzungen eine letzte Ergänzung ja ich habe hier gerade noch ein Spiegelartikel von 1966 hier mal kurz aufgerufen als Ergänzung für den Jan Korte wer sich da auch dafür ausgesprochen hat die Kommunisten wieder zuzulassen ich zitiere das hier nochmal ich bin absolut dafür dass die Kommunisten wieder zugelassen werden Konrad Adenauer am letzten Donnerstag wieder kurz das empfangt vor Euren Gers im Bonnabend Bundeshaus in welchem Jahr 1966 okay gut vielen herzlichen Dank für Ergänzungen auch und Jan Korte hat das Bedürfnis noch was dazu zu sagen bitte ja ich will dazu nochmal ganz kurz was sagen weil das ist ein guter Hinweis gerade das Jahr 1966 das war nämlich ein wirklicher Wechsel also ich habe das das ist wirklich sehr lesenswert 1966 erschien erstens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Adorno Erziehung nach Auschwitz zur besten Sendezeit zur besten Sendezeit zum 2. 1966 hatte Georg Lukas im Spiegel also heute undenkbar Georg Lukas im Spiegel mehrere Seiten wo er sich genau damit beschäftigt hat warum es in Deutschland zu Hitler gekommen ist ja in einer Abrechnung eines der führenden marxistischen Philosophen damals so und daran kann man natürlich erkennen dass sich was geändert hatte dass der Boden gelockert worden ist durch die Kämpfe die es vorher gegeben hat von sehr vielen deswegen ein sehr guter Hinweis nochmal also das Jahr 1966 in der Tat interessant ja nur dass da kein falscher Zungenschlag reinkommt also Konrad der war ja zu allen fähig diese Geschichte mit 66 hatte natürlich einen ganz realpolitischen Hintergrund der auch die Funktionabilität des Antikommunismus eintritt die CDU kriegt zunehmend kalte Füße aufgrund der Erfolge der SPD und dann hat er gesagt dann meine Herren sehen sie doch zu dass die KPD wieder zugelassen wird dann nehmen sie den 3% und die fehlen uns dann also so ganz schlicht das muss man im Zusammenhang sehen und das ging ja vorher in Nordrhein-Westfalen immer so ganz lächerlich und banal es ging überhaupt nicht um Staatsbedrohung Feinde und was weiß ich alles sondern nur um instrumentelle Ausnutzung dieses KPD-Verbots und des Antikommunismus in der Bundesrepublik wer braucht diese 2 oder 3% die jetzt die SPD da kriegt so ging es darum also müssen wir nur nicht ich muss auch gerne instrumentuell jetzt in die andere Richtung verwenden um nämlich den zu zitieren damit in dem Bereich ja aber ich will nur sagen wie lächerlich eigentlich die ganze Auseinandersetzung Sie können genauso gut Adenholz zitieren dass der 1951 der Gegenwart die KPD zu verbieten vielleicht sollte man das nochmal eben gerade ergänzen weil das noch eine ganz wichtige Sache ist Sie haben das ja auch nochmal erwähnt die SRP-Verbot und dann das KPD-Verbot das ist ja hochspannend wie das zustande gekommen ist und zwar wir sind hier in Niedersachsen da gab es damals einen Ministerpräsidenten Kopf und dieser Kerl hatte sich den ganzen Hass von Ronald Adenauer zugezogen weil sie den als Ministerpräsidenten nicht wegkriegten und dann kamen wichtige Kreise der CDU auf die Idee und sagten wir koalieren in Niedersachsen mit der SRP mit der SRP die SRP hatte auf Anni 14% hier gekriegt so und jetzt die CDU war noch schlapp an beiden Füßen und so weiter jetzt überlegten die Ernster von diesen Kameraden die dafür waren saßen im Kabinett Adenauer hätten die nicht eine Lösung gefunden für diese Frage der SRP wäre die Regierung auseinandergebrochen und diese erste sagen wir die erste Regierungsamtszeit von Adenauer war eigentlich unterm Strich eine Katastrophe das ist auch im Bewusstsein alles zurückgegangen er hatte die Leute alle nicht unter Kontrolle so und wie kam man jetzt auf die Idee der Dela kam auf die Idee der stand mit dem Dorf in engem Kontakt mit der SRP das heißt die Leute hatten Kontakte bis ins Kabinett und dann schlug der vor wir könnten ja auf die Idee kommen und dann gleichzeitig die Kommunisten verbieten so ist das instrumentell reingekommen nur um das nochmal zu dramatisieren es gab eine Konferenz sämtlicher Verfassungsschutz Präsidenten der Bundesrepublik Unisono haben die eine Entschließung verabschiedet nicht die KPD zu verbieten es ist ein weiterer Beschluss der amerikanischen Regierung auf Initiative von McLeod nicht die KPD zu verbieten und 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 ich höre mal damit auf so und was war der Grund also die Angst davor dass also die SRP tatsächlich mit der CDU kollegieren und da hatte natürlich Adenauer Feuer unterm Hintern weil er dann gedrängt wurde von den hohen Kommissaren mein lieber Freund wenn du das zulässt dann ist er was dann greifen wir ein und da kippte dann Adenauer rum und die einzige Möglichkeit sich irgendwie aus diesem Schlamassel zu befreien war die Kommunisten zu verbieten das ist die ganz schlichte Geschichte des Jahres 1951 auch so Herr Foschebord hat er heute morgen angekündigt nach seinem Vortrag mehr noch nach dem Vortrag von Jan Korti und dem Herrn Busch haben wir eher mehr Fragen als weniger und ich denke wir werden die Gedanken und Vorschläge die auch jetzt schon in der Debatte gekommen sind die Erweiterung um die Opfer der Berufsverbote in unserem Land auch aufgreifen Herr Wagner hat heute morgen gesagt das ist sozusagen der erste Schritt von den gehen wir mit diesem Workshop heute aber dem ersten Schritt werden und müssen sicherlich auch weitere Schritte folgen wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel in unserem Workshop und ich übergebe an Frau Staats und Florian Gams Ja ich denke ich denke wir fangen so langsam jetzt an und ich freue mich sehr dass wir in dem Bereich sind des Zeitzeugengesprächs und zwar wir haben ja heute Vormittag einen Vortrag gehört wo wir insbesondere die historischen Hintergründe von Herrn Foschepot erfahren haben beziehungsweise die Zuspitzung auf erste Forschungsergebnisse nach Auswertung von 85 gefangenen Personalakten die im Landesarchiv in Hannover inventarisiert sind durch Lukas Busche das sind natürlich auch Akten die sind immer bezogen auf Ergebnisse oder Verfahren oder Schriftwechsel Sätze seitens des Justizapparates also von Gerichten beziehungsweise von einem Strafgefängnis und wir wollen jetzt die Gelegenheit nutzen diesen Bereich mit persönlichen Erfahrungen Erinnerungen nochmal anders darzustellen ein großer Schwerpunkt wird das Strafgefängnis Wolfenbüttel sein und deswegen werde ich jetzt die Gelegenheit ergreifen noch so ein paar Häuser vielleicht mal so lokalisieren zu lokalisieren auf die wir dann später eingehen werden einfach so als kleine Orientierung gut okay mach das mal so das sieht man glaube ich besser und zwar das Strafgefängnis die heutige JVA Wolfenbüttel ist ein sehr großer Komplex und wenn von dem Haus 2 gesprochen wird dann ist immer der Bereich dort gemeint das ist also schon das Haus 2 nach dem Umbau das sah in den 50er und 60er Jahren anders aus es gab keine Dachfenster also es war von der Struktur her so wie das Haus 1 das ist das linke Gebäude das ist bisher noch nicht renoviert wenn von der Kirche die Rede sein wird dann ist die Kirche dieser Bereich und das Lazarett befand sich wo im Moment der Querriegel ist das ist das heutige Haus 5 da befand sich ein kleineres Gebäude das war das Lazarett und für uns besonders wichtig ist das Haus 3 und zwar ist das Haus 3 dieses Gebäude und wenn wir zum Beispiel dann später von der Haftzelle 24 hören werden dann bezieht sich das auf eine Haftzelle die in diesem Bereich ist also das jetzt nur so als Orientierung als Orientierung für sie und ja wir werden also bei dem Zeitzeugengespräch einen wichtigen Schwerpunkt auf das Strafgefängnis Wolfenbüttel legen auf die Haftbedingungen wie war es waren es Einzelzellen Gemeinschaftshaftzellen wie war wie war die Haft an sich musste man arbeiten welche Arbeit war zu tun wie war die Gefängnis Kleidung wie war die Verpflegung welche Weiterbildungsmöglichkeiten gab es gab es überhaupt welche gab es die Möglichkeit von Besuchen das haben wir ja auch zum Teil gehört dass es das schon gab gab es Briefwechsel vielleicht auch Besuche von übergeordneten Institutionen und das werden wir also besonders thematisieren weil diese Veranstaltung ja ein Teil des Neugestaltungsprojektes in der Gedenkstätte in der JV Wolfenbüttel ist so und dann übergebe ich jetzt das Mikrofon an Florian Grams ja genau jetzt darf ich sie auch nochmal begrüßen hier zum Podiumsgespräch mein Name ist Florian Grams und ich sitze hier auch auf Einladung der Rosa Luxemburg Stiftung und freue mich das Gespräch mit Frau Staats zusammen moderieren zu dürfen und freue mich auf das Gespräch hier auf dem Podium sitzen neben mir Gerd Graf Walter Gruber und Willi Gerns Gerd Graf und Willi Gerns haben hier auch in Wolfenbüttel eingesessen mit Walter Gruber verbindet sie dass sie in Lüneburg angeklagt und verurteilt worden sind und auch das werden wir sicherlich zum Thema machen und dann haben wir hier noch im Publikum mit Gerda Marotzki und Sonja Krull die Töchter von August Baumgarte ich hoffe dass wir da im zweiten Teil des Gesprächs auch nochmal den Blick der Familie in den Blick bekommen und das gleiche gilt für Marian Otto den Sohn ja ich kriege das immer durcheinander Marian Hans den Sohn von Otto Hans und auch da bin ich gespannt auf Erinnerungen und den Umgang mit dieser Geschichte und wir haben uns jetzt aber entschieden hier erst einmal auf dem Podium das Gespräch zu führen und ich wollte die Podiumsteilnehmer nicht wirklich vorstellen weil das können sie glaube ich am besten selber sie sind die Experten ihrer Biografie und um die soll es ja gehen von daher würde ich jetzt erstmal das Mikrofon an Gerd Graf übergeben weil der hier neben mir sitzt und dann mit der Bitte an die anderen beiden sich dann auch nochmal hier kurz vorzustellen bevor wir dann ins Gespräch kommen ja danke ich war hier in Wolfmüttel eigentlich nur immer so Gast inhaftiert war ich im Randewerch in Braunschweig das erste Mal aber kennengelernt habe ich also das Gefängnis Gebäude in Wolfenbüttel in der Vorbereitung der dritten Weltfestspiele in Berlin haben wir zu Pfingsten ein Zeltlager zum Häuschen gemacht wer hier aus der Gegend ist weiß das im Elm da traf sich die Jungen dann immer Pfingsten und wir haben also für die Weltfestspiele geworben und irgendwo sind wir aufgeflogen und mit mehreren Bereitschaftswagen dann hier nach Wolfenbüttel gefahren worden und dann haben die festgestellt in dieser notdürftigen Polizeiwache hatten sie für uns gar keinen Platz und dann haben sie uns ausgelagert hier diese Räume der Strafanstalt sechs Wochen habe ich hier zugebracht ich muss dazu sagen also wenn es um Haftzeit geht sage ich jetzt mal doppelsinnig da war ich nicht besonders sesshaft ich war dann bin dann vom Rennelberg hier überführt worden weil ich eine Knochenmark verheiterung die wieder aufgebrochen ist und hier im Wolfsburg gab es ein Gefängnislazarett da habe ich also sechs Wochen zugebracht und ein besonderes Erlebnis mit dieser Haftanstalt ist eigentlich dass ich hier das erste Mal mit 21 Jahr in meinem Leben in Knast wählen durfte als Untersuchungsgefangener das eher sind so Erinnerungen an diesem Knast hier in Wolfenbüttel ansonsten war es in der Tat so dass ich mehrere Anstalten fest kennengelernt habe in Hannover bin ich verhaftet worden von hier aus weil sie mich hier nicht weiter behandeln konnten bin ich nach Lingen das war das Mutterhaus der Moorsoldaten Bürgermoor und alles was dazugehörte da gab es also eine richtige Einrichtung für Krankenhauseinrichtung die längste Zeit habe ich eigentlich zugebracht im Gefängnis von Flensburg Flensburg war ein altes Gefängnis mit so meterdicken Mauern die einzelnen Zellen wurden über so ein Eisenofen von draußen geheizt und in einer Küste und im Winter das war so richtig arschkalt und dann musste man immer eine Zigarette ein Briketz das musste man mit dem Kalfaktor aushandeln und da musste man auch gucken dass der das Briketz auch draufschmeißt und es wurde noch gekübelt also es gab noch kein Wasser und 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 also Verhältnisse wenn man sich das überlegt 1952 53 gab es sowas noch und also so habe ich dann ja doch nochmal sechs Wochen verurteilt vom englischen Militärgericht weil wir eine FDJ Aktion gemacht haben Rettet Hilgoland und da haben uns die Engländer dann runter geholt und haben uns in Ratzeburg vor Gericht gestellt und haben auch den Knast abgerissen und zu der Aktion da war Braunschweig oder Niedersachsen gar nicht schlecht alleine aus Braunschweig wenn ich mal in Brunuzidsdorf an Meiding und so weiter waren wir schon zu dritt also unterschiedliche Erlebnisse und jetzt soll da ein paar Fragen ich gebe weiter bei mir ist das wesentlich einfacher ich habe eine sehr kurze Geschichte zu erzählen da ich nicht in so vielen Hafterstädten war sondern nur in dreien ich bin ich komme von Hannover Das war auch ein sehr solides Gefängnis, wie er schon erzählte, mit sehr dicken Mauern. Ich weiß gar nicht, warum die so dicken Mauern früher gemacht haben. Auf jeden Fall bin ich dann die vier Monate in Winzern und Luh gewesen. Ich bin dann zu neun Monaten Strafe verurteilt worden. Zehn Monate habe ich da in diesen Kast zugebracht. Die Auskunft von den Herrn Richtern in Lüdenburg war, dass ich das einen Monat deswegen nicht entschädigt kriege, weil ich kein kooperatives Verhalten an den Tag gelegt habe. Das war aber an sich, glaube ich, eine normale Verhaltensweise von uns damals. Ja, und dann, ja, dann bin ich hier wieder lassen worden. Das ist schon was bezogen auf die Gefängnisgeschichte zu sagen ist, was die Orte angeht. Ich bin also hier nicht in Wolfenbüttel gewesen. Insofern kann ich Gefängnis Wolfenbüttel, was ja jetzt hier Schwerpunkt sein soll, weiter nichts hinzufügen. Vielleicht noch eine Bemerkung. Der Weg zu diesem Gefängnis hat ja was damit zu tun, wie sich eine politische Gesinnung entwickelt hat. Denn wenn die sich nicht entwickelt hätte oder in eine andere Richtung, dann wäre ich ja nie ins Gefängnis gekommen wahrscheinlich, nach den Darstellungen des Professors heute Morgen, der immer noch mal wissenschaftlich mir das erklärt hat, warum das so war, bin ich also der, bin ich also in ziemlich glücklichen Situationen gewesen, dass ich, nachdem ich ja noch zwei Jahre der Hitlerjugend angehört hatte, dass ich dann also auf Leute getroffen bin, die längere Jahre in KZ waren. Und das hat immerhin doch noch eineinhalb Jahre gedauert, bis die mich dann dahin getrimmt hatten, wo ich dann letztlich gelandet bin. Ich war dann bis 56 Mitglied der KP. Und nach dem Verbot bin ich dann in keine weitere kommunistische Partei eingetreten, sondern war dann eine ganze Zeit bei den Sozialdemokraten. Aber da war nach einer bestimmten Zeit auch Schluss, weil das war einfach nicht mehr zu verantworten. Ja, und jetzt bin ich ein richtiger Linker. Ja, ich bin Willi Gerns, aber vielleicht schreiben wir gleich die Fragen an. Ja, also diese Anregung nehme ich sehr gerne auf, Herr Gerns. Und zwar uns interessiert es auch, genau was Herr Gruber eben auch schon angefangen hat zu erzählen, wie kam es dazu, dass Sie sich politisch überhaupt betätigt haben? Also wenn wir jetzt auf Ihre Gefangenenpersonalakte blicken, die im Landesarchiv in Wolfenbüttel vorhanden ist, da steht da drin, kommt aus einer kommunistischen Familie. Ja, kommunistische Familie bedeutet nicht, dass mein Vater oder meine Mutter vor 1933 oder so schon Mitglieder der KPD gewesen sind. Mein Vater war Sympathisant der KPD vor 1933 auch eine gewisse Aktivität, insbesondere bei der Roten Hilfe. Und wenn ich die Frage stelle, warum bin ich ins politische Leben gegangen, dann hat das drei ganz entscheidende Gründe. Der erste Grund ist oder sind die Erfahrungen des Krieges, die ich als junger Mensch in Hannover im Kohlekeller sitzend die Bombardements erlebt habe. Sowas durfte nicht wiederkommen. Und ich erlebte dann schon sehr bald nach 1945, wie das wieder losging mit den Versuchen der Militarisierung, Aufbau einer deutschen Armee. Und da entwickelte sich ja nicht nur bei mir, sondern bei großen Teilen der Jugend diese Bewegung ohne uns oder ohne mich gegen die erneute deutsche Armee. Das war der erste Grund, oder so muss ich noch sagen, was ich auch gleichzeitig erlebte, war die Partei, die am aktivsten dagegen aufgetreten ist und die Jugendorganisation, die am aktivsten aufgetreten sind, war als Partei die KPD und die Jugendorganisation, die antifaschistische Jugendorganisation, Freie Deutsche Jugend. Deshalb bin ich zunächst Mitglied der FDJ geworden und sehr bald dann auch Mitglied der KPD. Der zweite Grund war Hass auf den Faschismus. Mein Vater hat nach 1933 keine Widerstandsarbeit oder so geleistet, aber er hat aus rein humanitären Gründen in seinem Betrieb bei der Remsma in Hannover, hat er an seiner Maschine Zigaretten abgezwackt und hat sie, das weiß ich jetzt nicht mehr, Er hat wenig darüber gesprochen, was er damals erzählt hat, entweder waren es Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter, denen er Zigaretten zugesteckt hat und das ist aufgeflogen, dafür ist er verurteilt worden, zu Gefängnis und anschließend ins Lager im Emsland. Und den Eindruck, den ich davon habe, war, ich erinnere mich, wie er weggegangen ist als gesunder Mensch und er ist mit einer Krücke zurückgekommen, weil er arbeitsunfähig war. Und der dritte Grund war, sozusagen als junger Mensch, elementare Erfahrungen mit dem Kapitalismus, mit kapitalistischer Ausbeutung. Ich habe nämlich, um mich zu ernähren oder auch was abzuzweigen bei diesem Großbauern, bei dem ich gearbeitet habe für meine Familie zu Hause, bei, wie gesagt, bei einem Großbauern, der aktiver Nazi war, schon vor 1933, vor 1933 Nazi war und dann während des Krieges als Goldfasan, wie man dazu landläufig sagte, also als Wehrwirtschaftsführer, die auf der Uniform goldene Achselstücke trugen, darum Goldfasan, der in der Ukraine, in dem Gebiet Schersong-Nikolayev, in einem großen Gebiet, der Verantwortliche für die Ausplünderung der Ukraine gewesen war und so wie der in der Ukraine ausgeplündert hat, wollte er auch mich ausplündern und ich bin mit ihm bis zu Handgreiflichkeiten, mit ihm in Konflikt geraten, also diese primitive kapitalistische Ausbeutung war ein weiterer Grund. Wie gesagt, ich bin dann im Frühjahr 1949 Mitglied der FDJ geworden und im Dezember 1949, also genau vor 66 Jahren, gemeinsam mit meinem Vater Mitglied der KPD geworden. Ja, ich würde gerne das Mikrofon noch weitergeben, um da noch ein bisschen auf Ihre Beweggründe, Ihres politischen Engagements einzugehen. Ja, mein Weg ist eigentlich gezeichnet worden und ich bin beeinflusst worden, dafür bin ich eigentlich immer dankbar. Meine politischen Ziehväter waren mit einer Ausnahme alles Menschen, die aus dem KZ zurückgekommen sind. Und ich bin eigentlich in die Politik gekommen über die Gewerkschaftsbewegung. Viele wissen das nicht, 1948 gab es in den sogenannten Driehzonen, die westlichen Zonen, den ersten Generalstreik. Weiß heute gar keiner mehr. Und es ging darum, Generalstreik gegen den Hunger. Und ich bin also 1946 aus der Schule gekommen, habe Huf und Beschlag schon mitgelernt. Und bei diesem ersten Streik, wir mussten dann immer, wie das so draußen ist, wir mussten dann nasse Säcke um den Amboss wickeln, damit man dann nicht so weit klingeln hört, dass da gearbeitet wird. Und dann ging das Tor auf und die Streikbosten kamen rein. Mein Vater war bei den Rotowerken Vertrauensmann. Die sagten dann, sag mal, weiß dein Alter, dass du hier arbeitest, was ist los? Und dann habe ich kurz überlegt, was machst du denn nun in so einer Situation? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht Mitglied. Und wenn ich jetzt eintrete, kann ich gar nicht mitstreiken und so. Und ich sage, natürlich. Und dann habe ich unterschrieben, der Meister hat mich in den Hammer geschmissen. So bin ich eigentlich über die Gewerkschaftsbewegung in die Politik gekommen. Und uns haben damals also diese Genossen so richtig unter die Fittich genommen und auch beigebracht, dass sie gesagt haben, ihr müsst erstmal in eurer Birne Klarheit schaffen. Das waren so Genossen wie, um einen zu nennen, Robert Gerke in Braunschweig. Und das waren eigentlich nicht nur gute Vorbilder, sondern das waren auch Lehrmeister für uns. Und was sie uns beigebracht haben, das haben wir eigentlich bis heute. Und wir machen das beide heute noch, dass wir über gewerkschaftliche Bildungsarbeit auch Antifa-Arbeit machen, Geschichtsarbeit machen, dass wir als Gewerkschaftler auch in die Schulen gehen und in die Ausbildungsstätten. Wir haben in Salzgitter das große Glück, dass wir fünf Großbetriebe haben. Und da sind wir eigentlich so Institutionen geworden. Weiß was das? Ich würde nochmal gerne das Herr... Herr Gruber. Herr Gruber, Sie nochmal aufhören. Ja, also ich hatte ja schon den meisten Teil davon erzählt, der hier nachgetragen worden ist. Also ich muss sagen, also die Entwicklung, die hier geschildert worden ist, ist bei mir nicht so bewusst abgelaufen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass, so wie er eben geschildert hat, drei Faktoren, die ich da aufzählen könnte. Also es war mehr oder weniger bei mir Zufall, dass ich in diese linke Ecke gekommen bin. Und zwar dadurch, dass ich schon, wie ich schon erwähnte, auf der einen Seite mein Stiefvater ehemaliger KZ war. Und ich habe von Anfang an Gewerkschaftsjugendarbeit gemacht. Das heißt also, ich bin da sehr früh eingestiegen und der Chef damals in Hannover-Schmünden von dem DGB, der war über zehn Jahre im KZ. Sodass ich also da von der Seite vollkommen klar gelenkt in eine ganz bestimmte Richtung lief. Ich hatte damals schon Ausschlussverfahren aus der Gewerkschaft. Das war auch schon mal so eine Spitze damals, weil wir intensiv gekämpft haben gegen die Remilitarisierung. Wir haben also da in den großen Kongressen Transparente reingebracht, sind dann von unseren eigenen Ordnern richtig verprügelt worden. Also insofern gab es auch solche Erinnerungen. Aber im Prinzip war meine politische Entwicklung dann die, die im Wesentlichen über die Gewerkschaft gelaufen ist. Ich hatte dann auch später keinen, außerdem bin ich dann in die KPD eingetreten, mit vorher keine Leute, die jetzt mich gezielt, so wie ich hier eben gehört habe, klassenbewusst gemacht hätten. Ich bin dann, ja, durch diese Haft, muss ich sagen, hat es einen Schub gegeben. Also das bringt einen, das ist ja nicht so ganz normal, dass man dann so mit etwas über 20 dann mal ein Jahr oder ein knappes Jahr ins Gefängnis geht. Ich würde sagen, diese Gefängniszeit hat mich ganz schön nach vorne gebracht, auch durch entsprechende Leserei, die ich in dieser ganzen Zeit ja machen konnte. Und ja, dann kam ja im Grunde genommen nochmal bei mir hinzu, dass wahrscheinlich auch ein bisschen das Bewusstsein beeinflusst hat, dass man in so einer kleinen Stadt wie Hannover Schmünden nach der Lehre keine Arbeit mehr gefunden hat. Das heißt, es gab also saubere Methoden bei unserer, bei der Methode, die ich jetzt viel später rausgekriegt habe, war die, dass der alte Chef, wie bei der Blindenschrift, einfach nur rechts unten in der Ecke vom Zeugnis halb durchgedruckt hat und der, wo ich mich vorgestellt hatte, eigentlich, das hat mich immer gewundert, auch das Arbeitsamt hat das gewundert, dass ich nie Arbeit kriegte. Der hat das abgefühlt angerufen und dann war das klar. Also, dass ich zweieinhalb Jahre um Arbeit da gekämpft habe in der Ort und dann war mir das, also dann zu viel, ich habe ein paar Mitarbeiter noch verheiratet, bin dann in das Hüttenwerk hier in Salzgitter gekommen und dort habe ich dann im Prinzip schwerpunktmäßig Betriebsratsarbeit gemacht, bis zum Schluss ich da Konzernbetriebsratsvorsitzender war, sodass also meine Arbeit eigentlich voll ausgefüllt war mit dieser Gewerkschaftsarbeit. Dann bin ich, also wie ich schon erwähnte, längere Zeit in der SPD gewesen, überzeugt habe ich eigentlich damals, überzeugt kann man auch nicht sagen, aber dazu verleitet kann man heute sagen, hat mich die Politik verbrannt. Ich fand 1972 diese Entwicklung ansprechbar für mich, sodass ich längere Zeit da drin war. Wir haben dann später, wie die ganzen Sauereien bei der SPD passiert sind, dann die WSG gegründet und letztlich dann den Zusammenschluss zwischen Linke und hier PDS und dann WSG in Salzgitter vollzogen. Wobei ich, also das muss ich hier mal als Schluss zu diesem Punkt vielleicht sagen, ich bin ja mit denen mehr rumgefahren zu seinen Veranstaltungen wie bei anderen Veranstaltungen. Insofern hat der wohl eine ganze Menge Schuld daran gehabt, dass das mit mir so weitergegangen ist. Wer will das haben? Ja, ich denke wir kommen einfach mal zu unserem nächsten Punkt, den wir uns gemeinsam überlegt hatten und zwar, das wäre jetzt die Frage, wie es zu Ihrer Verhaftung kam. Sie sind ja zum Teil, also mehrmals verhaftet worden, sagen wir einfach mal zur ersten Verhaftung. Ich fange mal gerne mit Herrn Gerns an, Sie sind ja 1930 geboren und ja. Ja, das erste Mal bin ich 1955 verhaftet worden und dann in Lüneburg vor Gericht gestellt. Vielleicht sage ich zunächst einmal was zu den Richtern, Staatsanwälten, die mich verurteilt haben, weil ich glaube, diese historische Linie von 1900, also aus der Nazi-Zeit nach 1945 in der bundesdeutschen Justiz, die wird in meinem Fall durch die Personen, die mich angeklagt und verurteilt haben, besonders deutlich kommt, sie konzentriert zum Ausdruck. Der Gerichtspräsident in dem Verfahren war Lenski, Landgerichtsdirektor Lenski, der als Feldgerichtsrat während des Krieges im Esas an Todesurteil und der Hinrichtung von 13 Antifaschisten beteiligt war. Der Beamte der Staatsanwaltschaft, der die Anklage vertreten hat, war Siegfried Buback, der damals, der schon in der Nazi-Zeit NSDAP-Mitglied und anderer Nazi-Organisationen war, aber kein großes Licht. Später ist er bekannt geworden, dadurch, dass er von der RAF als Bundesanwalt ermordet worden ist. Die beiden Vorgesetzten von Buback waren Ottersbach, der als Oberstaatsanwalt Ottersbach, der als Staatsanwalt in Katowice an einer größeren Zahl von Todesurteilen beteiligt war. Und der andere als zeitweilig Gesamtverantwortlicher für die politischen Prozesse in Lüneburg war Oberstaatsanwalt Dr. Liebau, der während der Nazi-Zeit zeitweilig Referent für Sondergerichte am Reichsjustizministerium gewesen sein soll. Das wird in einer frühen VVN-Broschüre angeführt, das habe ich sonst noch nirgends belegt gefunden, sage ich dazu. Aber was belegt ist, er war Staatsanwalt, er war Vorsitzender Richter in Bosen und hat dort mitgewirkt an, belegt sind über 60, also 62 Todesurteile gegen Antifaschisten wegen Blutschande, wenn es Geschlechtsbeziehungen zwischen Aryan in Anführungszeichen und Juden gegeben hat und anderen Dingen. Das vorweg, ich will in diesem Zusammenhang nochmal die Werbung unterstützen von meinem VVN-Kameraden aus Lüneburg. Dort ist das sehr gut unter anderem auch dokumentiert und viele andere Fälle. Kann ich nur raten, sich die zu besorgen. Ja, ich wurde dann verurteilt wegen meiner Arbeit in der FDJ, wobei eine Sache mir zugute gekommen ist. Die Gerichtsverhandlung hat, weiß ich nicht, ich glaube drei Stunden oder maximal vier Stunden gedauert und das ging so schnell über die Bühne, weil zur Rechtsstaatlichkeit in der damaligen Zeit gehörte, dass nichts im Einzelnen bericht werden musste, sondern dass wie eine Floskel immer wieder kam, das ist gerichtsbekannt, dass das Eintreten von dem Angeklagten für die Wiedervereinigung Deutschlands im Auftrag der SED geschehen ist. Dass gegen die Wiederbewaffnung, das ist gerichtsbekannt, und wo braucht es nicht weiter belegt werden, im Auftrag der SED unter DDR. Dadurch ein schneller Prozess, aber das ist mir insofern zugute gekommen, dass ich das Gericht nicht wusste, was ich wirklich gemacht habe. Die haben mich verurteilt, weil ich angeblich Kreisvorsitzender der FDJ in Hannover gewesen sein soll. In Wirklichkeit war ich zu diesem Zeitpunkt nach einem einjährigen Marxismusstudium an der Karl-Marx-Hochschule in der Nähe von Berlin, war ich verantwortlicher für den illegalen Druck- und Vertriebsapparat der FDJ für Westdeutschland, also für die Bundesrepublik, und war zu dem Zeitpunkt meiner Verhaftung Sekretär des illegalen Zentralbüros der FDJ in Westdeutschland, verantwortlich für die Bildungsarbeit und Kulturarbeit der Partei. Wenn das bekannt gewesen wäre, wäre ich mit zwei Jahren nicht weggekommen, die ich so gekriegt habe. Wie gesagt, ich hatte dann später noch andere Prozesse mit anderen Anklagepunkten, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Also ich bin da, wie schon bei den anderen Wortmeldungen, wieder sehr einfach. Ich hatte nur eine Verhaftung, die hat mir auch gereicht. Die Begründung, also der Gerichtsprozess ist ähnlich abgelaufen, wie hier geschildert wurde, aber die hatten tatsächlich von uns zwei Zeugen auf die Bühne gebracht, die im Grunde genommen auch alles sehr ausführlich dargestellt haben, was ich da getrieben hatte. Und insofern hat das Gericht sich dann auch auf das gestützt. Ich meine, wie gesagt, es war nur eine Verhaftung. Ich bin dann auch in Lüneburg verurteilt worden und auch in Lüneburg entlassen. Was für Zeugen waren das? Vom Namen her oder was? Ja, das waren alle die getreue Mitarbeiter bei meiner Arbeit. Also wie er eben geschildert hatte, solche Funktionen hatte ich ja gar nicht, die konnten sie mir auch gar nicht nachweisen. Ich war auch angeblich Kreisvorsitzender der FCJ, aber das war ich nie. Aber das hat dieser Kollege, der es dann gewesen war, tatsächlich also über mich ausgesagt. Der hat dann auch bei dem Gericht die Gnade gefunden, der ist dann noch nie verurteilt worden. Das war also, wie gesagt, eine relativ überschaubare Geschichte, die, was ich am Polen schon mal erzählt hatte, was mich gewundert hat bei der Anklageschrift, die also sehr dünn war, weil da auch diese ganzen Floskeln drin waren, die hier auch heute schon genannt worden sind. Aber es waren 80 Seiten Geschichte des Komsomol angeheftet. Ja, und dieser Richter, der hat sich das relativ leicht gemacht, hat die FCJ einfach gleichgestellt mit dem Komsomol. Und das wäre ja wohl begründet in den Seiten, die er mir da alle übergeben hat. Und insofern habe ich jetzt noch eine kurze Zusammenfassung des Komsomol. Könnte ich eigentlich auch veröffentlichen. Ja, ich glaube, man muss die Zeit sehen, in der das geschehen ist, was wir hier diskutieren. Unmittelbar nach dem Krieg, unsere Hauptideen waren ja nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und ich habe es schon gesagt, ich bin dann über die Gewerkschaftsjugendarbeit in die Politik gekommen. Ich bin dann Mitglied der KPD geworden, war damals Kreisvorsitzender der FDJ im Landkreis Helmstedt. Ein wunderschöner Kreis, aber alles mit dem Fahrrad, aber ganz schön anstrengend. Und dann hat uns in der Vorbereitung des Festivals in Berlin, hat uns das FDJ-Verbot überrollt, über Nacht. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass jemand dann nach Schöningen, ich habe da ein Zimmer gehabt, jemand kam und hat gesagt, sofort die Bude räumen weg. Dann war ich natürlich Kreisvorsitzender in Hannover. Ja, wir sind überrascht worden und sind im Grunde genommen über Nacht in die Illegalität gezwungen worden. Wir haben uns dann am Steinodermeer getroffen. Und ich erinnere mich, am Steinodermeer getroffen und haben überlegt. Und dann sind wir im Grunde genommen vom Zentralbüro damals, Vorsitzender war noch in Hannover, sind wir also aufgeteilt worden und richtig in die Illegalität geschickt worden. So, und in der Zeit ist ja auch hochinteressant, wie das gewesen ist. Heute Morgen ist ja so angesprochen worden von unserem Professor, welche Rolle der Fakt einer Deutschlands gespielt hat. Wir haben das ja ehrlich gemeint. Und ich kann mich erinnern, dass in meiner Anklageschrift nachher in Flensburg stand, dass also die Strafe verschärft werden muss, weil der Angeklagte an dem Programm der Nationalen Wiedervereinigung mitgearbeitet hat. Das war ein Programm, was also zusammen mit der DDR mal entwickelt worden ist, weil eigentlich immer gesagt hat, wir wollten die Einheit gar nicht. Wir haben da einen Kopf für ihn gehalten und wir haben das auch so gemeint. Das hat dann keine Rolle mehr gespielt. Und zu diesem, ja, dieses Programm zur Nationalen Wiedervereinigung haben wir Flugbetter gedruckt. Und die mussten ja unter die Leute und dann waren wir ja immer ganz schön pfiffig im Ausmalen von Möglichkeiten. Also jedenfalls sind wir mit zwei Mann ins Anzeiger Hochhaus in Hannover gekrabbelt, oben im Café. Und da haben wir gedacht, das Beste ist, die schmeißen wir jetzt einfach runter, die Flugbetter. Keiner hat daran gedacht, dass wir auch wieder runterwussten. Und ja, die Flugbetter sind unten dann angekommen und uns haben sie schon den Empfang genommen. Und so ist das also zur ersten Haft gekommen in Hannover. Aber wie damit umgegangen worden ist, heute Morgen haben wir schon drüber gesprochen, wie Fakten von uns. Also das, was wir gemacht haben, das ist in der Anklageschrift mit als Hofverrat gekennzeichnet worden. Also Geheimbündelei mache ich ja noch mit. Aber wie schwer. Keiner hat, oder man weiß heute gar nicht mehr so sehr, die haben damals Zuchthausstrafen verhängt. Und beispielsweise Walter Zauner im Banger, der war der erste, der zwei Jahre Zuchthaus gekriegt hat oder Juppangenfort nachher. Die Strafen von der Härte her waren schon ganz anders. Und die zweite Verhaftung war dann, Stichwort war Ottersbach. Im Zusammenhang auch mit dem Festival gab es in Niedersachsen den ersten Gruppenprozess in Stadthagen. Da waren also junge FDJler angeklagt, weil sie zum Festival nach Berlin gefahren sind. Und als Nehmengeschäft dann noch war sie, dass die Werbung dann an Häusern der Bürgerschaft dann auch mit Farbe deutlich gemacht haben. Das war der erste Gruppenprozess in Niedersachsen. Und als ich dann das erste Mal aus dem Gnast kam, war meine damalige Verlobte, die in die Fasikoschthagen, die saß in Hamburg drin. Die war Mitarbeiterin beim Zentralbüro und sie ist in Hamburg verhaftet worden. Und dieser Ottersbach, der hat sich eigentlich immer wieder bei uns durch die Familie gezogen. Irgendwie ist der jetzt immer wieder über den Weg gelaufen. Und nach der Haft dann, ziemlich kurze Zeit darauf, bin ich dann Mitarbeiter im Zentralbüro gewesen für Bündnisarbeit. Und bin in Schleswig-Holstein verantwortlich gewesen für diese Arbeit. Und da sind wir ganz einfach verraten worden von einem Spitzel, einem Studenten, der uns da war. Keiner konnte nachvollziehen, wie es da nicht zu uns gekommen ist. Aber der hat also richtig geliefert. Und dann sind wir, haben uns in Kiel getroffen und vor dem Bahnhof uns mit den Genossen getroffen, der uns das illegale Quartier besorgt hat. Und dann mit einmal sind wir umringt worden und haben uns dann wieder gefunden im Untersuchungsgefängnis von Kiel zu Schleswig, würde ich eigentlich nachher nochmal was sagen. In der Literatur taucht immer wieder auch der Begriff des Geistes von Lüneburg auf. Also weil das Gericht in Lüneburg muss irgendwie ganz besonders, oder war ganz besonders scharf. Das deckt sich auch mit Ihren Erfahrungen. Können Sie das vielleicht nochmal mit ein, zwei Sätzen illustrieren jeweils? Fällt Ihnen da was zu ein? Geist von Lüneburg? Ja, ich bin der falsche Ansprechpartner, weil, also ich, mein Dickensprogramm habe ich in Jesse Holstein gekriegt und hier war nur, Lüneburg war nur, die haben am Braunschweig abgegeben und da bin ich verurteilt worden. Ja, ich gebe auch weiter, hat er viel bessere Ausführungen schon am Anfang gemacht über Lüneburg. Ich hatte nur den Eindruck, dass da Leute saßen, die direkt aus dem Dritten Reich gekommen sind. So haben die auch gesprochen da und das ist so meine Erinnerung an die Lüneburg. Aber du hast das viel detaillierter gesehen und gefiel das schon, weil ich habe mich da nicht so mit beschäftigt, da jeden zu verfolgen, woher der war und was der Getriebe war. Ja, also der Geist von Lüneburg, ich glaube, das ist schon an dem deutlich geworden, was ich gesagt habe. Also hier gab es auch eben eine besondere Konzentration von aktiven Blutrichtern, die dann dort wieder tätig geworden sind. Und das hat natürlich die Urteile auch mitgeprägt, sie mussten sich jetzt, die Nazitäter mussten sich vor ihren neuen Herren bewähren und darum auch besonders hart durchgreifen gegen diejenigen, die jetzt aktiv geworden sind, gegen bestimmte Maßnahmen der Regierung, wie das Verhindern der Wiedervereinigung Deutschlands oder der Wiederaufbau einer Armee. Herr Gernz, Sie wussten aber nicht, Sie kannten die Vergangenheit des Richters und des Staatsanwalts nicht, als Sie vor dem Gericht in Lüneburg angeklagt wurden. War eine besondere Wortwahl von Ihrer Seite aus zu spüren? Na, also es tauchten natürlich in den Reden auch viele Begriffe auf, wie sie vorher von diesen Nazi-Juristen auch in der Nazi-Zeit schon angewandt worden sind. Viel deutlicher ist das bei anderen Genossen, die verurteilt wurden, bei denen man beispielsweise strafverschärfend angeführt hat, dass sie ja schon in der Nazi-Zeit verurteilt worden sind und nicht daraus gelernt haben. Eine Ungeheuerlichkeit. Wie war das, also hatten Sie Angst zum Beispiel? Sie waren ja zum Teil im Untergrund tätig, Sie waren zum Teil verlobt, Sie haben für Ihre Familie auch gesorgt. Haben Sie sich da Gedanken darüber gemacht, was es bedeutete, Mitglied in der FDJ zu sein, in der Illegalität zu leben, mit der Gefahr verhaftet zu werden? Und wie war Ihre Empfindung dann, als Sie tatsächlich verhaftet worden sind? Also dazu muss ich sagen, ich war damals Anfang 20, also Großgedanken darüber habe ich mir nicht gemacht. Ich war nicht verheiratet, noch nicht verheiratet, ich hatte kein Kind, ich habe zwar, meine Mutter war, da habe ich für gesorgt, aber die hat dann, muss ich sagen, auch aus der DDR Unterstützung bekommen, sozusagen Spenden, dass sie leben konnte, denn von ihrer kärglichen Rente hätte sie und hätten meine, vor allem meine beiden Geschwistern nicht leben können. Aber wie gesagt, ich habe mir da keine große Gedanken und habe das auch für mich gesehen, nicht als besonders schrecklich gefunden, sondern damit habe ich gerechnet, weil ich ja wusste, was passieren konnte bei dem, was ich gemacht habe. Es gab ja schon zu der Zeit, als ich verhaftet wurde, 55, gab es ja schon viele, die vorher verhaftet worden sind, verurteilt worden sind. Das wusste ich und dieses Risiko bin ich ganz bewusst eingegangen. Wollen Sie das gleich noch viel weiter machen mit der Hand? Ja, also zu der konkreten Frage nochmal, ob man Angst hätte gehabt oder wie es für Familie ausgesehen hat, ich war ebenfalls, wie schon eben geschildert, ledig und hatte in dem Sinne keine Verantwortung für irgendjemand anderen. Das ist, glaube ich, erleichtert, wenn man so alleine da ist. Angst hatte ich nicht. Ich habe mich später mal darüber gewundert, wie doch schon relativ tief meine Überzeugung war, dass das, was ich getan habe, richtig. Sodass ich eigentlich diesen Angriff von der anderen Seite nicht so erfunden habe, jetzt mit Angst zu begegnen, sondern mehr oder weniger, ich will nicht gerade sagen, mit vollkommen klarem Bewusstsein, aber über das, was ich getan habe. Aber ich habe das später mal, und ich glaube, das sollte man heute wieder einführen, Klassenbewusstsein genannt. So bin ich auch erzogen worden, also nicht erzogen worden, aber von meinem Stiefvater dann auch in der Richtung entwickelt worden. Ich glaube, dass, wenn man dieses Klassenbewusstsein hat, das hat mir in meinem späteren Leben sehr oft geholfen, bei Entscheidungen ganz verschiedenster Art, dann kommt man, also mit Angst hat das dann nichts mehr zu tun. Sondern es hat dann also was mit der Einsicht zu tun, dass man eventuell zu schwach ist gegen diese Kraft, die auf der anderen Seite sich da entwickelt hat. Die Atmosphäre bei diesem Prozess, wobei ich da ganz ehrlich bin, ich muss mich unheimlich anstrengen, das überhaupt noch mal zu rekapitulieren, wie das war. Das ist ja nun schon ein paar Tage her. Die Atmosphäre auf jeden Fall war für mich ganz klar, dass das Leute sind, die, wovon ich keine Gnade oder sonst was zu erwarten hatte, dass die Hemmungslos mich verurteilen werden. Und insofern habe ich auch in dem ganzen Prozess so gut wie nichts gesagt. Und ich glaube, ja, das war eigentlich so meine Erfahrung in dieser Zeit. Und ich bin froh, dass ich damals keinerlei Verantwortung gehabt habe. Ich kann mir vorstellen, wenn einer in der Familie oder relativ jung verheiratet war, das waren ja recht junge Leute, dass das natürlich wesentlich schwieriger im Gefängnis war. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das mehreren Gefangenen so gegangen ist. Ich persönlich war sehr erleichtert, dass ich die ganze Zeit in Einzelhaft war. Ich höre das manchmal in umgekehrter Weise von Menschen, wie kritisch das gesehen wird. Also ich persönlich habe es als sehr erleichtert angesehen, weil ich war nur vier Wochen mit einigen anderen zusammen, die Kriminelle, wie man die damals nannte und wahrscheinlich auch waren. Ich muss sagen, die Erfahrung von vier Wochen hat mir gereicht, also in einer Zelle mit diesen Leuten zu sein. Wobei wir auch in Göttingen noch die Verhältnisse, die der Gerd geschildert hatte, dass die Hygiene eben auch noch nicht entwickelt war. Aber ich glaube, das sind ganz verschiedene Erfahrungen. Vielleicht wäre es diese Beurteilung anders ausgefallen, wenn ich mit einem politischen Gefangenen zusammen gewesen wäre. Das wäre vielleicht noch eine andere Lebenserfahrung, weil das ist natürlich eine andere Berührung. Im Einzelhaft musst du eben sehen, dass du dich nicht hängen lässt, dass du möglichst etwas tust. Und da ich ja die ganze Zeit untersuchungshaft war, konnte ich das alles frei entscheiden, was ich da wollte. Und ich habe dann also intensiv zum Beispiel Netze stricken gelernt. Aber das habe ich gemacht, weil ich das Garn brauchte. Das Garn brauchte ich, um also ungefähr 50 Meter durch den Gefängnishof jemand anderen eine Mitteilung mitzuschicken. Das war eine sehr aufwendige Aktion. Das hatte auch mit einer Menge Zigaretten zu tun, damit die Zellennachbarn da mitgeholfen haben. Auf jeden Fall, das war der Grund, warum ich also mal Netze stricken gelernt habe. Das war auch eine interessante Tätigkeit. Tüten geklebt habe ich übrigens auch noch. Aber das war ein Göttchen. Ja, eigentlich wollte jetzt Frau Staats die Frage stellen, mache ich jetzt aber. Ist ja egal. Wir würden uns jetzt gerne dem Haftalltag einfach zuwenden, so wie Sie das Leben im Gefängnis erlebt haben. Vielleicht da ein paar Schilderungen. Ja, mir geht es wie Walter. Ich habe diese ganzen zusammengerechnet, addiert, diese ganzen drei Jahre, drei Monate eigentlich entweder als Untersuchungsgefangener über die Bühne gebracht, indem man immer wieder Anträge gestellt hat, Ergänzungen. Und mir geholfen hat ein bisschen dabei, meine Krankheit. Und dadurch war ich auch immer in Einzelhafen und ich muss sagen, ich wollte das auch. Und ich sage euch, ich habe noch nie in meinem Leben wieder so viel Zeit gehabt zu lesen, wie in dieser Haftzeit. Die hat also unheimlich geholfen und da gab es eine richtig pfiffige Methode. Und du durftest ja keine Bücher von zu Hause. Es gab ein paar Bücher, die in der Gefängnisbücherei waren, wie die da reingekommen sind, weiß ich nicht. Zum Beispiel das erste Buch, was ich hier im Handelberg gelesen habe, war Dimitrov Reichstagsbrandprozess. Den musste ich immer zweimal lesen, weil wenn Dimitrov beispielsweise gesagt hat, ich bin für die Diktatur des Proletariats, hat einer daneben geschrieben, ich auch. Also das war zweimal zu lesen. Und dann gab es eine gute Geschichte. Du durftest Bücher in Empfang nehmen, wenn die direkt vom Verlag kamen. Und die Genossen in Hannover von der Wahrheit, also die Niederländische Partei-Zeitung, die haben so eine Rubrik gehabt, die haben also jede Woche Leserbriefe prämiert. Und wenn ich also meine Edith damals einen Brief geschrieben habe über meinen Schwiegervater, dann hat der die zurückstrichen und hat einen Leserbrief von gemacht, da hingeschickt und ich kriege dann vom Verlag ein Buch. Als ich weggegangen bin, hatte ich eine richtige Bücherei. Und die Zeit will ich auch nicht missen. Und überstehen. Also einer, Robert Gerke hat mir mal gesagt, als ich noch ganz jung war, egal was du machst, Gerke, überlege ich immer, wem dient das? Und damit bin ich eigentlich immer klar gekommen. Und das habe ich mich auch oft im Knast gefragt, wem dient das denn jetzt, was hier abläuft? Oder alle haben gesagt, bist du verrückt, du bist gerade raus aus dem Knast und gehst wieder in die Illegalität. Da gab es ja auch Gründe für. Ich hatte Auflagen, drei Jahre durfte ich nichts machen, musste mich jede Woche bei der Polizei melden. Ich war so praktisch handlungsunfähig in meiner Heimatstadt. Also wenn er was machen wollte, musste er diesen Weg einfach gehen. Er war nicht immer einfach, aber ich habe ihn als notwendig empfunden und ich habe auch bis heute keinen Grund, das zu bedauern. Auch diese Zeit hat mich geprägt. Und das ist ganz gut, wenn man sich da irgendwo auch anlehnen kann. Und wie das so ist mit den Heizten, das habe ich euch geschildert, aber auch die Zusammenhänge der Richter, hier ist es also von Ottersbach und Lüdeburg gesprochen worden, in Flensburg, war der Oberstaatsanwalt, den Namen vergesse ich nie, Bessel-Lorg. Bessel-Lorg, ein Doppelname. Ein ganz harter Hund. Und der hat beispielsweise Folgendes gemacht. Eines schönen Tages kam der Schließer und sagt, hast du Besuch? Komm mal raus, zwei Herren, ich sage jetzt mal wie Schlapphut. Und dann haben die gesagt, wir wollen Sie zum Essen einladen. Aber völlig klar war der Verfassungsschutz. Mit Zustimmung, mit Überweisung des Oberstaatsanwalts. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Bessel-Lorg später einer der führenden Leute im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln war. Aber der hat dann dafür gesorgt. Und solche Erlebnisse gibt es dann auch. Und dann sind die mit mir nach Glücksburg gefahren. So ein Seerestaurant. Und es war Speichelzeit. Und ein paar Monate Knastessen hinter uns. Und die haben mal so Speichel aufgefahren da. Und ich muss euch ehrlich sagen, so schwer ist mir wie da, nein sagen, noch nie wieder gefallen. Aber auch diese Methoden, mit denen sie arbeiten und denen man dann auch widerstehen muss. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und Jan hat hier davon gesprochen, Stichwort Stalinismus. Ja, war ich auch. Als Stalin gestorben ist, war ich hier im Randelberg. Ich habe Brot zum Wasser geheult. Und wir haben das auch ehrlich gemeint. Und das große Heulen kam dann nochmal, als wir dann erfahren haben, wie das ist. Oder dieser, was ja auch hier im Wolfenbügel war, was erkennbar war aus der Zeit vorher. Die Schließer haben ja alle noch die alten Uniformen von der Meermacht angehabt. Und die Mützen waren auch so, dass man erkennen konnte, wer mehr zu sagen hat. Und im Randelberg war das so, der Hauptwachmester da, das war so ein richtiger rechter Hund. Der hat am 17. Juni in der DDR, Stichwort, hat der ein Radio unten in der Halle aufgestellt. Und dann volle Lautstärke, Patzerketten und, 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 und. Und jetzt sitzt du da alleine. Und dann reden die da unten mit Sowjetspanther gegen Arbeiter. Das sind aber Zeiten, wo du dann doch ins Grübeln kommst. Aber auch solche Zeiten, mich haben die recht. Und das kann ich wissen, aber vergessen will ich es eigentlich nicht. Ja, Herr Gerns, Sie waren zwei Jahre, sind zu zwei Jahren verurteilt worden, waren davon aber 128 Tage in Untersuchungshaft. Und sind dann von Lüneburg nach Wolfenbüttel ins Strafgefängnis gekommen, um dann die noch verbleibende Strafe dort abzusitzen. Das war von 1955 bis 1957. Wir haben schon gehört, dass am Anfang die politischen Gefangenen im Strafgefängnis Wolfenbüttel im Haus 2 unter anderem in Einzelzellen auch waren. Ich würde Sie jetzt gerne bitten, nochmal zu schildern, wie die Situation war, als Sie 1955 dann nach Wolfenbüttel gekommen sind und wie auch die Lebenshaftverhältnisse waren. Ja, als ich nach Wolfenbüttel gekommen bin, waren die politischen Gefangenen schon in Gemeinschaftshaft. Auf einem großen Saal praktisch mit bis zu 20 Genossen. Möglicherweise trifft das zu, was vorhin gesagt wurde, 19 sind festgestellt worden. Ich habe es nicht genau gezählt, aber die Vorstellung war also bis zu 20, war eine große Gruppe. Die meisten wegen der Tätigkeit in der FDJ. Die KPD war zu diesem Zeitpunkt noch legal. Erst auf der Mitte meiner Zeit in Wolfenbüttel kam dann das KPD-Verbot. Es waren aber auch schon Genossen der KPD drin, unter anderem Genosse der als Sitzredakteur, so nannte man das damals bei der Parteizeitung in Niedersachsen, war der Walter Timpe, war deshalb beispielsweise da und genossen wegen Beziehungen zu Gewerkschaften in der DDR oder so etwas. Aber die meisten, wie gesagt, wegen der FDJ. Sie sind, so habe ich es erfahren, auf die Massenzelle gekommen, weil sie das wollten. Aber auch, weil sie vorher zusammengearbeitet haben mit, auch mit kriminellen Gefangenen. Und dann, es hat ihnen gar nicht so ganz lange gedauert, da wollten die kriminellen Gefangenen unter dem Einfluss der Kommunisten für Tariflohn streiten. Und da hat man vorgezogen, lieber zu genehmigen, dass man zusammen auf eine Massenzelle kommen konnte. In Ihrem Fall, Sie haben mir erzählt, dass in Ihrem Fall waren Sie ganz froh, weil die Überführung von Lüneburg nach Wolfenbüttel war nicht so angenehm. Die war nicht angenehm, weil ich bei der Übernachtung in Braunschweig dann in einer Viererzelle über mir ein Mörder gelegen hat. Und dann hat man schon ein bisschen Schwierigkeiten beim Einschlafen. Und man möchte am liebsten die Augen offen halten. Aber das nur als eine kleine Episode. Dieses Zusammensein mit so vielen Genossen, das habe ich sehr positiv empfunden. Und das war der Hintergrund für eine Möglichkeit, die ich so von keinem Genossen irgendwo anders aus Strafanstalten erfahren habe, dass es das dort auch gegeben hat. Nämlich zu diesem Zeitpunkt war Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Und der hat genehmigt, dass wir marxistische Literatur reinbekommen können auf die Zelle. Und dann haben wir bekommen, für jeden, das wurde auch, musste aus dem Verlag kommen, durfte nicht zu Hause gewesen sein oder so etwas. Dann haben wir bekommen, ein populäres Lehrbuch der marxistischen politischen Ökonomie. Und ich hatte beantragt und habe zusätzlich bekommen, noch die drei Bände Kapital von Marx. Da hatte ich diese drei Bände von Marx, die hatte ich schon, hatte schon mal kurz angeführt, dass ich ein Jahr an der Karl-Marx-Hoch-Schule studiert hatte. Dort hatte ich mich schon schwerpunktmäßig mit politischer Ökonomie beschäftigt, also schon eine Menge aus dem Kapital gelesen, habe das dann dort fortgesetzt. Und wir haben dann da drin etwas organisiert, was es so nirgends gegeben hat, und wir hatten ja Arbeitszwang, unser Pensum beim Netze stricken oder Tüten kleben oder auch Zementtüten haben wir geklebt, das musste erfüllt werden. Aber da haben wir sozusagen als Stachanow-Aktivisten, haben wir es in möglichst kurzer Zeit geschafft, viel freie Zeit gehabt haben. Und in dieser freien Zeit haben wir organisiert ein marxistisches Studium. Nicht jeder hat alleine da gemacht, sondern das lief so ab, dass ich zwei oder drei Stunden Lektion gehalten habe. Anschließend wurde eine Woche oder zehn Tage wurde studiert in der freien Zeit. Und dann gab es ein Seminar von drei Stunden oder sowas, wo wir darüber diskutiert haben. Also ein regelrechtes, organisiertes Studium, sodass es draußen in der KPD, die ja noch legal war, dann schon mal ein geflügeltes Wort gab, wenn man meinte, einer diskutierte ein bisschen schief, dass man dann gesagt hat, also Freundin, ich glaube, wir müssen dich bald zur Parteihochschule nach Wolfenbüttel schicken. Und das wurde auch dadurch legalisiert mit, dass ich noch ein zweites Fach hatte. Also Großschabelei ist das jetzt, was ich jetzt sage. Ich hatte nämlich ein zweites Fach, Atomphysik. Damals wurde ja überall diskutiert, Es ging dann um dieses erste sowjetische Atomkraftwerk, ein kleines noch. Es gab eine bestimmte Euphorie für Atomenergie. Und da habe ich es noch genehmigt bekommen, ein sowjetisches, ganz populäres Lehrbuch. Und daraufhin habe ich dann auch ab und zu mal einen Vortrag gehalten über das Atommodell und so, wie das aussieht und so. Aber das war eigentlich nur Vorwand. Denn wir hatten eine Tafel für uns, für die Dinge drin. Da habe ich Formeln aus der Atomphysik herangeschrieben, die ich selber nicht verstanden habe, weil ich gar keinen mathematischen Grundlagen dafür hatte. Und wenn der Anstaltsleiter Professor Herrmann, wenn ich nicht irre hieße, ja damals, der hat dann ab und zu mal seine 15 oder 19 Kommunisten dort besucht und war immer ganz begeistert davon, was das für kluge Leute. waren, sodass es da auch keine großen Einwände gab gegen das Studium, was wir veranstaltet haben. Außerdem haben wir noch einen anderen Genossen, Günter Weiß, der hat Vorträge in deutscher Geschichte gehalten und über deutsche Grammatik. Das war ein ordentliches Lehrprogramm gehabt haben, sodass ich die Zeit persönlich auch nicht als verlorene Zeit empfunden habe, sondern es bildet sich derjenige immer am besten weiter, der Bildung vermitteln muss, weil er besonders tief steigen muss. Ich habe dort viel gelernt in der Zeit. Also erst mal vielen Dank. Sie hatten ja besondere Privilegien eben bis seit 1955 schon durchsetzen können. Wie gesagt, vorher waren die Verhältnisse durchaus anders. Auch eine andere Unterbringung. Die politischen Gefangenen waren nicht zusammen untergebracht. Sie hatten eben eine Gemeinschaftshaftzelle, hatten auch gesonderte Freistunde im Hof. Sie sind sehr wenig mit anderen Gefangenen zusammengekommen. Sie hatten mir noch eine Begebenheit erzählt, dass Sie was eingetauscht hatten, weil Sie Nichtraucher waren? Ja, ja. Das hatte ich nicht persönlich, aber das war, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt, ich glaube, das ist sogar schon vor meiner Zeit gewesen. Da wurde dann an der Tabakbörse, die Tabakbörse war die Kirche, sodass dann auch mal Atheisten in die Kirche gegangen sind. Da hatten sie entweder das ganze kleine Dingelchen oder aber Einzelteile, das weiß ich nicht, jedenfalls gab es, ein Detektor nannte sich das, wo man auf ganz primitive Art und Weise Nachrichten mit empfangen konnte. Und da haben wir denn, das haben wir nicht groß ausge, aber von Zeit zu Zeit uns informiert. Das hat lange gedauert, bis das gefunden wurde, weil wir auch eine solche Sache hatten. Wir haben vereinbart oder uns zunächst geweigert, dass die Maschordisse, wie man sagt, also die Wärter, dass die uns kontrollieren sollten, ob wir sauber sind, auf Sauberkeit. Wo wir sonst bei Kriminellen wurde kontrolliert, wie sauber die Zelle ist, ob die ordentlich sauber gemacht wird, wie die Picknäpfe da und die Schalen, wie die geputzt sind und so weiter und so fort. Wir haben erreicht, dass das bei uns nicht gemacht wurde, weil das haben wir selbst festgelegt, wer ist dran, wer muss sauber machen und so weiter. Das war immer bestens in Ordnung. Da waren sie auch drüber begeistert, dass das so gut bei uns geklappt hat. Da war sozusagen Arbeiterdisziplin. Da wurde nicht kontrolliert jedenfalls. Und dadurch hat sich das lange hingezogen, bis es dann ein Gerücht gab, dass so ein Detektor da sein soll. Und dann wurde der, dann war das große Aufregung und es gab dann das Gerücht sozusagen, da war nicht von einem Detektor die Rede, sondern die Kommunisten, auch unter den Kriminellen gab es das. Die haben einen Sender nach Moskau und nach Berlin. Und dann wurde es gefunden, das war unter dem Tisch festgeklebt, wurde gefunden und große Erleichterung, dass das kein Sender war. Denn sonst wäre das für die Gefängnislattung natürlich ein großes Problem geworden. Und dann haben wir natürlich auch diese Möglichkeit nicht mehr gehabt. Das wurde dann auch wieder in Stichproben kontrolliert. Also das waren so ein paar Dinge, die hat es gegeben. Und dass das so war, hat viel beigetragen, dass damals der Verantwortliche, der Fritz Bauer war, der ja selber in der Nazizeit Verfolgter war und so weiter. Alle Besonderheiten von Wolfgang Büttel damals. Wie ich erfahren habe, ist es später dann nicht mehr so gewesen. Ja, ich würde gerne noch mal jetzt ein bisschen in die spätere Zeit gehen wollen. Und Sie haben aber auch gesagt, also auch über Sie jetzt als Person hinaus, auch mal Ihre Familienverhältnisse betrachten. Sie haben erzählt, Sie hatten eine Tochter, Sie waren dann später ja verheiratet, hatten eine Tochter und einhergehend mit den Verhaftungen fanden auch Hausdurchsuchungen statt. Vielleicht können Sie das noch mal schildern, weil uns interessiert jetzt, das haben wir auch so besprochen, und dann würden wir nämlich auch gerne dann den Diskutantenkreis auch erweitern. Wie ging denn die Familie mit der Haftsituation um? Wie ging die Familie eben, was für Auswirkungen hat es auf Ihre Familie gehabt? Tja, also bei meiner Familie, zunächst mal bei meiner Frau, hat das keine Probleme bereitet, dass ich gesessen habe, weil meine Frau kommt aus einer kommunistischen Familie. Ihr Vater war in der Nazizeit im KZ Müssler und Ortum Sand in Bremen inhaftiert und sie ist von Kindheit an kommunistisch erzogen worden. Also das war, machte keine Probleme, das war klar, sie hat das genauso gesehen wie ich. Und was das betrifft mit Hausdurchsuchungen, dann wurde ja von der politischen Polizei, wurden Hausdurchsuchungen gemacht. Bei uns zu Hause, als ich das zweite Mal schon im Knast saß, bei uns zu Hause, weil meine Frau nach meiner zweiten Verhaftung zu den Haftgründen gehörte unter anderem ein Streik bei den Vereinigten Leichtmetallwerken. Ich war dort Vertrauensleutevorsitzender und wir haben, es gab damals gegen den Versuch der Adenauer Regierung, eine Selbstkostenbeteiligung bei der Krankenversicherung durchzusetzen, gab es ja große gewerkschaftliche Aktionen. An zwei Stellen hat es Streiks dagegen, Warnstreiks gegeben, bei der Kieler Hohwaldwerft und bei den Vereinigten Leichtmetallwerken in Hannover haben wir bei Schichtwechsel eine Stunde Warnstreik durchgeführt. Das wurde mir dann im Urteil ausgelegt als Fortsetzung der KPD. Und in diesem Zusammenhang, als ich gesessen habe, hat meine Frau dann ein Fluchblatt herausgegeben an meine Kollegen bei Leichtmetall und das verteilt. Und das wollten sie suchen, wo das war. Und da haben sie dann das in allem Möglichen gesucht. Jedenfalls haben sie es nicht gefunden. Und nachdem sie weg waren, kam meine Tochter, ich weiß nicht, wie alt war sie damals, vielleicht drei Jahre oder sowas, die kam dann an und hat meine Frau hingezogen und sagte, Mama, die haben wir aber angeführt. Und hat dann gezeigt, wo die Fluchblätter in einem großen Wäschepott ganz unten dazwischen versteckt waren. Die paar, die noch über waren und meine Tochter hatte außerdem, die hatte meine Frau durchgesetzt. Die war, wie gesagt, drei Jahre oder vier Jahre, weiß ich nicht mehr genau. Es wurde heute ja schon gesagt, bis zum 16. Lebensjahr durften Kinder nicht ins Gefängnis. Aber sie hat durchgesetzt, ich habe damals in Untersuchungshaft in Hannover gesessen, dass die Tochter da sein konnte, dass sie die mitnehmen konnte, sodass die auch schon von daher natürlich mitgekriegt hat, wo der Wind herweht. Mir entfällt das. Ich hatte jetzt so sehr Zeit keine Familie. Ja, ich muss das auch sagen. Wir waren verlobt und jeder hat seine Arbeit gemacht und meist getrennt. Das Einzige, was mir manchmal ein bisschen Probleme gemacht hat, meine Mutter hat mir leid getan. Die das alles mitgetragen hat, aber für die war das bürgerische Dürfer, was wir da tragen. Und vielleicht noch ein Wort, wenn ich darf, zu den Haften. Also, wenn man jetzt im Fernsehen mal sieht, wie die Zellen aussehen, einschließlich Fernsehen und, 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 und. Das war in Flensburg, nicht anders als hier im Rindelberg. Das einzige Möbelstück, was nicht zum Sitzen oder Liegen gedacht war, war eine alte Munitionskiste aus dem Krieg. Und da kriegte man seinen Blechnapp rein und sein Geschirr. Und wenn sie Gründe genug hatten, haben sie der, also beim Einschluss das Besteck noch weggenommen, da durfte sie nicht mal ein Bild, ich durfte nicht mal ein Bild von meiner Frau da machen, dann hat es Theater gegeben. Also, so viel zu den Haftbedingungen, wie sie damals waren. Und ich könnte in das Fernsehen heute, aber es war schon ein Unterschied. Ja, ich nehme den Ball mal auf, den wir hatten mit der Perspektive der Betroffenen von außerhalb der Gefängnismauern. Und ich freue mich, in der Mittagspause erfahren zu haben, dass die Mutter von Marian Hans, also die Frau von Otto Hans, eine Broschüre geschrieben hat über ihre Erfahrung. Und Marian, du hast sie dabei und wolltest uns da auch ein bisschen was, ein kleines Stück vorlesen. Darauf würde ich jetzt ganz zurückkommen. Ja, es geht ja jetzt hier darum, die Beeinflussung auf die Lebensumstände der Familienangehörigen. Und bei mir ist es eigentlich so, dass mich das von meiner ersten Sekunde beeinflusst hat. Mein Vater ist verurteilt gewesen zu 55 Monaten in zwei Prozessen insgesamt, hat davon über 42 Monate abgesessen. war auch der letzte verurteilte Gefangene überhaupt. Herbert Mies ist nochmal in den Versuchungsab gekommen, aber wurde dann nicht mehr verurteilt im März 68. und mein Vater und mein Vater wurde entlassen am 1. Februar 1968. Keine Spitze noch dagegen, Geburtstag hat er am 30. Januar gehabt, da hat man ihn natürlich noch im Gefängnis gelassen. Ich bin ja im November 68 geboren, also von daher, mein Leben ist komplett davon beeinflusst. meine Eltern oder meine Mutter hat mich mit 37 als einziges Kind bekommen, spät geboren. Spät erstgebierende steht halt im Pass dementsprechend drin. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich hier drei Genossen, wie ich gefährdet, meiner Eltern hier mit bester Gesundheit, mit Humor und mit Lebensfreude hier sehen kann. Also meine Eltern haben auch sehr viel Lebensfreude gehabt, aber ich glaube, die haben einfach nicht die Kraft gehabt. Ich glaube schon, dass die Zeit meinen Eltern später Kraft genommen hat. Also meine Mutter ist vor acht Jahren verstorben. Von Otto der Todestag hat sich dieses Jahr das 20. Jahr gejährt und von allen leben noch alle Geschwister heute, die sind etwa gleich alt oder älter. Ich glaube schon, dass das ein bisschen beeinflusst hat, weil mein Vater sicherlich auch noch der Zusammenbruch der DDR, das wird ihm auch viel Kraft und Lebensmut genommen haben, aber ich glaube schon, es beeinflusst halt. In meinem Leben beeinflusst es halt dementsprechend, meine Kinder haben ihre Großeltern nicht gesehen, ich habe nur 28 Jahre als von meinem Vater gehabt, war aber eine schöne Zeit. Ja, wie gesagt, meine Mutter hat in der Zeit der 60er Jahre eine Broschüre gemacht, zehn Jahre unseres Lebens, wo sie sich so kennengelernt haben, bis 1965, 66, 64 war es glaube ich, hat sie dann aufgeschrieben, wie ihr Leben dementsprechend beeinflusst wurde durch die Zeit. Ich kann da jetzt ja nochmal, ich will es kurz machen, ich nehme eine Passage halt raus über die erste Verhaftung meiner Mutter. Ich richtete mir bei einem Bekannten in der Immelmannstraße ein kleines Zimmer ein. Als wir beide, wir waren damals bereits verlobt, fing es 1956 das Hause der Immelmannstraße verließen, wurden wir gemeinsam auf offener Straße festgenommen. Man hatte mir spät, wie mir später bekannt wurde, in der Immelmannstraße und den eingrenzenden Straßen mit drei PKWs schon lange auf uns gewartet. Für meinen Verlobten begann nun eine sechsmonatige Untersuchungshaft, ging mich ein Immelungsverfahren eingeleitet durch die Festnahme auf offener Straße, weitergeführt mit einer Haussuchung in meinem Zimmer in der Immelmannstraße, einer Haussuchung in der elterlichen Wohnung in der Barthalowstraße, beide Haussuchungen waren ohne Ergebnis, einer körperlichen Durchsuchung, bei der ich mich völlig entkleiden musste und in meinen Ritschen zehn Kniebeugen machen musste, einer Untersuchung meiner Unterwäsche und meiner Schuhe, auch diese natürlich ohne Ergebnis. Mein Verlobter, der der einfach unmittelbare Anlass meiner Festnahme war, brauchte sich solchen schikanierenden Maßnahmen nicht zu unterziehen und ich denke, das hat halt einfach viel Kraft gekostet. Vielen Dank erstmal. Ja, genau. Also, Marian, auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du das eben vorgelesen hast und Gerda Marotzki und Sonja, ihr seid die Töchter wie gesagt von August Baumgarte. August hat Ähnliches erlebt, wie hier geschildert worden, ist meine Frage an euch, was erinnert, wie erinnert, wie habt ihr die Situation erinnert, was könnt ihr uns mitteilen, was mögt ihr uns mitteilen? Ja, ich bin 1953 geboren und und meine Mutter hat zu Hause entbunden und die ganze Zeit während der Entbindung standen Leute vom Verfassungsschutz vorm Haus. Meine Mutter hat sehr stark darunter gelissen und das geht auch in mir nicht vorlos vorüber. Aber wie man sieht, ist dann alles gut gegangen. Sie haben meinen Vater nicht gekriegt, weil sie ja immer hofften, dass er zur Geburt des Kindes nach Hause kommt. Ich habe eigentlich keine wirkliche Erinnerung an die Zeit, wo ich klein war, weil mein Vater viel für die Partei unterwegs war und dann irgendwann ab 56 war er auch nicht mehr zu Hause. Ich weiß noch, wir sind irgendwann mal an die Ostsee gefahren zum Zelten, da haben wir meinen vierten Geburtstag gefeiert und da haben wir ihn unterwegs getroffen. Er kam auf dem Fahrrad angefahren und er war kurze Zeit dort mit uns zusammen und danach war er wieder verschwunden. Ich habe eigentlich keinen Vater gehabt in dem Sinne. Dieser Mann, den ich eigentlich erst nach der Freilassung aus dem Gefängnis kennengelernt habe, den habe ich zuerst ja wie einen Fremden gesehen. Wir haben ihn einmal oder einmal durfte ich mit ins Gefängnis oder ich weiß nicht, vielleicht auch mehrmals, aber an das eine Mal erinnere ich mich. Ich weiß nur ganz genau noch, ich hatte einen grünen Anorak an mit einem karierten Futter und dieser Anorak hatte eine große Kapuze und da drin war eine Mettwurst. Und ich war noch sehr klein, ich durfte ihm über diesen Tisch oder über, weiß ich nicht, die Schranke rübergereicht werden, zu ihm auf den Schoß und da nahm er sich diese Mettwurst raus und ich glaube auch ein Stück Butter. Und das wurde auch von dem Gefängnispersonal, also von den Vollzugsbeamten, da wurde drüber hinweg gesehen, das wurde von denen akzeptiert. Aber mir war eigentlich gar nicht so bewusst, dass wir meinen Vater besucht haben. Einfach weil durch die Illegalität war diese Nähe so in dem Sinne gar nicht vorhanden. Und dann auch später, als er im Gefängnis war und ich auch zur Schule kam und auch in der Zeit davor, haben bei uns ständig Hauswissuchungen stattgefunden. Zum Glück hatten wir immer wirklich auch solidarische Nachbarn, die uns unterstützt haben, die auch wenn sie vom Verfassungsschutz oder von der politischen Polizei befragt wurden, auch immer Einladungen dankend abgelehnt haben und gesagt haben, unseren Kaffee und Kuchen können wir uns selber kaufen, euer Geld brauchen wir nicht. Also die Nachbarn waren alle voll auf unserer Seite. Selbst das Polizisten-Ehepaar, was im Haus wohnte, die haben nie irgendwie sich gegen uns geäußert. Wir hatten Nachbarn, also in Nachbarhäusern, die auch Material für uns versteckt haben, damit man es nicht bei uns fand. und einmal gab es auch so eine ähnliche Geschichte, wie du das erzählt hast. Bei uns fand eine Hausdurchsuchung statt und wir hatten Flugblätter in der Wohnung. Also das war zu der Zeit, als mein Vater im Gefängnis war und diese Flugblätter befanden sich in einer braunen Einkaufstasche. Und zu dem Zeitpunkt, als die politische Polizei kam, war aber auch gerade eine Bekannte da und meine Mutter sagte immer zu ihr, du wolltest doch gehen und vergiss deine Tasche nicht. Die Frau wollte erst mal gar nicht so schnell gehen, aber meine Mutter hat sie dann mit der Tasche sozusagen aus der Wohnung geschoben und somit gab es dann nichts aufzufinden. Ab und zu war es auch so, wenn ich aus der Schule kam und bei uns oben wieder eine Hausdurchsuchung stattfand, dass mich dann schon eine Nachbarin im Treppenhaus abgefangen hat, die dann gesagt hat, Sonja, bei euch ist wieder dicke Luft, komm mal erst mal mit rein und dann habe ich da Mittag gegessen und so. Aber es gab dann eben auch mal sowas, immer wieder, wenn die politische Polizei kam, wir hatten auch im Wohnzimmer ein großes Stadienbild hängen und immer, wenn man ins Wohnzimmer reinkam, guckte man auf dieses Stadienbild und haben die sich tierisch drüber aufgeregt und dann habe ich gesagt, ach, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit, na, ich zeige Ihnen mal was. Und dann habe ich sie in mein Kinderzimmer geführt und sie sagte, ich erzähle denen irgendwas Wichtiges und dann sage ich, gucken Sie mal hier um die Ecke, hier hängt noch eins. Also, es war, ja, es waren so die kleinen Freuden, wenn man sie, wie soll ich mal sagen, reinlegen konnte, wenn man irgendwie was retten konnte. Ja, und auch, wie Willi erzählt hat, die Zeit, als unser Vater im Gefängnis war, haben wir eigentlich sehr viel Solidarität aus der DDR erfahren, also Weihnachtspakete, Geschenke, was wir uns sonst nie hätten leisten können. Ja, und auch sonst eben sehr viel Solidarität, so dass wir überleben konnten, weil ansonsten, ja, wir hatten noch einen Bruder, der hat schon gearbeitet, der hat im Grunde für den Unterhalt der Familie gesorgt. Das war es jetzt erst mal. Ja, ich glaube, da bist du wieder weiter. Willst du noch? Ja, hast du erst mal sofort eine. Ja, vielen Dank. Vielen Dank erst mal, also, das ist jetzt natürlich die andere Seite der Wahrnehmung. Als Kind, wie war das, wenn der Vater nicht da sein konnte, weil er im Gefängnis war für seine politische Überzeugung, die Familie musste zurückstehen? Das war jetzt die andere Schilderung. Ja, und ich glaube, auch genau diese Schilderungen sind so unsagbar wichtig, weil so wichtig, weil das ist, was wir heute Vormittag gehört haben, mit den Quellen, und ich bin selber Historiker, von der, weiß ich das, aber hinter, hinter jeder historischen Wirklichkeit stehen ja ganz konkrete Menschen. und nochmal auch von mir ganz herzlichen Dank, dass ihr euch, dass ihr hier erzählt habt. Ja, aber wir wenden uns jetzt nochmal der Zeit nach der Inhaftierung zu. Ja, machen wir aber trotzdem vielleicht noch eine kleine Runde, wie das, also mit der Bitte ganz kurz nochmal zu umreißen, wie das Leben nach der Haftentlassung weitergegangen ist. Ja, auch das politische vielleicht nochmal. Ja, nicht unmittelbar nach der Haftentlassung, sondern 68, als ja begonnen worden ist, bei uns drüber nachzudenken, wie das weitergeht, das heißt, die ersten Ideen entwickelt worden sind für die Gründung der DKP und der SDRJ, wollen wir eigentlich völlig im Geschäft und es war eigentlich, die schwierigste Zeit war eigentlich, der Übergang aus dieser Illegalität wieder zum normalen Leben zu kommen und das musste ja da geregelt werden, wo es verursacht worden ist, nämlich in Flensburg und diese Sisyphus-Arbeit, die hat für mich damals Heinrich Hannover erledigt, der es dann hingekriegt hat, dass ich, er sagt, also halte ich dann noch mal eine Woche auf und dann kannst du nach Hause fahren, nicht, dass die Greifer dann schon warten und dann habe ich mich wieder der Gewerkschaftsarbeit gewidmet, habe großes Glück gehabt, dass ich nach unterschiedlichen Arbeiten, ich habe nur gesagt, ich habe bei der Versicherung mal meine Spuren verwischt, aber habe Glück gehabt, damals gab es die ersten Ansätze für die Gesamtschulen, die haben wir begleitet in Braunschweig, ich war damals mit einem leitenden Mann aus Wolfsburg im Bundeselternrat für diese Schulform und der hat im Grunde genommen mir einen Job bei VW verschafft und damit war das natürlich der hat auch meine Unterlagen wie wir nachher wussten gar nicht weitergegeben sonst wäre das auch bei VW sicher nicht so normal abgelaufen und dann bin ich im Zuge von Wolfsburg aus Tarifarbeit da gemacht und Pressearbeit für diese Abteilung und bin dann nach Salzgitter rüber und bin Fachreferent beim Betriebsrat geworden und damit also in Ortsverwaltung der EG Metall eingebunden gewesen ja und weiter hat geschildert wie wir uns dann politisch gefunden haben BDS die Linke angefangen als 16 jähriger Jugendarbeit und jetzt bin ich berufen worden in den ältesten Rat der Links ist bei mir war das so dass ich nach dieser Entlassung festgestellt habe dass ich in der Stadt wo ich wohnte doch sehr eng verfolgt wurde weiter ich war über zweieinhalb Jahre arbeitslos war also überhaupt nichts zu machen man merkte auch sehr deutlich dass die dicht an hier ran waren bin dann wie gesagt später auch nach Salzgitter ich habe dann im prinzip gewerkschaftspolitische arbeit gemacht und war dann damit beschäftigt meine familie zu gründen die habe ich dann auch hier in Salzgitter entsprechend gebildet ja also bis zur das war ja 53 54 bis zum Verbot der KPD war ich tatsächlich etwas illegal tätig aber bin dabei die bei der Polizei erwischt worden und die war allerdings auch nicht so intensiv dass die die Chance gehabt hätten mich dazu befassen wir haben in der Zeit sehr viel Ärger gehabt mit Plakate kleben und mit Losungen malen und so weiter insofern haben wir da Zeit hinter uns gehabt wo die sich also mit uns beschäftigten aber es ist dann eben nicht mehr zu Verhaftungen kommen zu den Hausdurchsuchungen will ich nochmal sagen das war ja ständig die die waren also ziemlich klein Abstand haben die immer wieder Hausdurchsuchungen gemacht und ich glaube das will ich verlängern aber es war doch eine nette episode die hatten ja früher in den Keller Kohle und alles da gelagert nicht so wie heute und die hatten dann ein paar Pakete gebündelte Zeitungen Sowjetunion heute oder wie die damals hieß und die dieser Polizist war nun wirklich heftig verspotzt und kam dann in meine Wohnung und hat gesagt er möchte sich doch bitte schön mal die Hände waschen ich habe ich dann gesagt aus meinen Klassenbewusstsein raus bei mir nicht da bei mir war es so im Grunde genommen nach der Haft in Wolfenbüttel 1957 zu Ende war es dann bald eine Zeit vor der nächsten Verhaftung und Inhaftierung allerdings eine Weile gedauert ich habe dann zunächst auch große Schwierigkeiten gehabt Arbeit zu finden habe in verschiedensten Berufen gearbeitet und stand auf der schwarzen Liste des Unternehmerverbandes das hat sich zum Beispiel darin geäußert dass ich eines Tages dann doch ich war ganz glücklich sah es so aus dass ich bei der Hacketal in Hannover anfangen konnte aber am Abend bevor ich am nächsten Morgen in der Schicht anfangen sollte hat die Firma einen Boten geschickt der dann gesagt hat das geht leider nicht ich habe dann aber später bei den Vereinigten Leichtmittelwerken in Hannover die Arbeit gefunden von der ich schon gesprochen habe aber da kam es dann auch nach relativ kurzer Zeit wieder zum nächsten Prozess mit drei Anklagepunkten Streik gegen die Krankenkassen Reform der zweite Anklagepunkt war ich wollte zusammen mit sozialdemokratischen Kollegen aus dem Betrieb einen Zirkel zum Studium des Marxismus gründen und der dritte Anklage Punkt war die Teilnahme an einer Versammlung zur Gründung einer demokratischen Wählervereinigung zur damaligen Landtagswahl in Niedersachsen für diese drei Punkte bin ich in einem ersten Prozess zu einem Jahr Gefängnis verurteilt da wurde aber Revision eingelegt und in Revision mussten aufgehoben werden die beiden ersten Punkte Streik gegen die Krankenkassen Reform und der zweite Punkt auch der marxistische Zirkel verurteilt wurde ich wegen die wegen der Teilnahme an dieser Gründungsversammlung ich sollte dort überhaupt keine führende Rolle oder sowas spielen für die Landtagswahlen und ein weiterer Punkt blieb hängen geradezu lächerlich ich hatte dann als ich oder so bevor ich verhaftet wurde wegen dieser oder nicht bevor ich verhaftet wurde so rum meine Frau hatte ja von diesem Flugblatt gesprochen hatte dann ein Flugblatt herausgegeben und dort mich zitiert in dem Flugblatt dass ich gesagt habe Adenauer und Blank sind Arbeiterverräter weil sie eben die Krankenkassen Reform kaputt machen wollten das wurde mir ausgelegt dann als Beleidigung des Bundeskanzlers und des Arbeitsministers blank mit der Festlegung dass die beiden das Recht haben ob sie es dann getan haben weiß ich nicht das Recht haben in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung und in der Hannoverischen Presse ja dort auf meine Kosten mitzuteilen an die Bürger Hannovers dass ich verurteilt wegen worden bin wegen Beleidigung des Bundeskanzlers und des Arbeitsministers kann man sich heute nicht mehr vorstellen dass sie so blöd eine Geschichte machen ja das war dann die so als ich dann da wieder raus gekommen bin habe ich dann nochmal später zwei Jahre in Moskau an der internationalen medien schule studiert und anschließend frei beruflich gearbeitet als Journalist habe rausgegeben beispielsweise für Gewerkschaften Auszüge aus der Gewerkschaftspresse der Sowjetunion übersetzt und bin dann als es zur ich war dann gleichzeitig Mitglied des Dreierkopfes der illegalen KPD im Bezirk Bremen Niedersachsen Nordwest der KPD und als es zur Konstituierung der DKP kam Mitglied des Konstituierung Ausschusses in Bremen und auf dem ersten Parteitag der DKP dann gewählt worden ins Präsidium des Parteivorstands der DKP und bis zu meinem Ausscheiden 1990 war ich in der Führung in der engsten Führung der DKP tätig verantwortlich wiederum für Theorie und marxistische Bildung Ja vielen vielen Dank Ihnen allen für Ihre Beiträge zu dem Zeitzeugengespräch und auch dem Gespräch mit der zweiten Generation für mich war es sehr interessant zu erfahren einmal wie viel Einfluss die NS Zeit und durch bestimmte Personen die sie zu einer politischen Tätigkeit quasi inspiriert haben auf das gesamte Leben von ihnen aber auch quasi von ihren Kindern gehabt hat es war sehr interessant zu erfahren welche Sonderrolle das Strafgefängnis Wolfenbüttel in Bezug zu den politischen Häftlingen hatte das fand ich sehr spannend wir werden dem ganzen nachgehen ich möchte Sie herzlich bitten wenn Sie noch Unterlagen haben oder weitere Zeitzeugen noch kennen wir würden uns wirklich sehr freuen über die historische Erforschung hinaus die natürlich noch weiter gehen wird aber auch die Akten verknüpfen zu können mit dem eigenen erleben denn das ist absolut wichtig um angemessen weiterarbeiten zu können also da möchte ich Sie herzlich bitten sich mit uns oder mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Verbindung zu setzen damit wir das als erste Stufe sehen können und auch weitermachen können ja ich bedanke mich wie gesagt wirklich noch mal sehr sehr herzlich bei Ihnen und würde gerne Herrn Grams noch abschließend das Mikrofon geben ich würde vielleicht noch zur Organisation sagen dass in Bezug mit Blick auf die Zeit wir vielleicht nur eine fünf Minuten Kaffeepause machen und uns dann wirklich auch schon gleich treffen um noch zur sehr interessanten Runde mit Herrn Wagner und Herrn Perli kommen zu können mir bleibt auch nur mich noch mal bei allen Beteiligten zu bedanken und ja ich bin gespannt auf das was noch kommt ja meine Damen und Herren ich begrüße Sie zur letzten Sitzung ich bin nicht Herr Dr. Wagner sondern ich bin Dr. Thomas Kowetzki ich bin auch Mitarbeiter am Neugestaltungsprojekt in der Gedenkstätte und ich habe das große Vergnügen hier jetzt die Moderation für den letzten Programmblog vornehmen zu dürfen das große Glück deswegen weil ich nichts mehr viel sagen muss denn die beiden Referenten Herr Dr. Wagner und Herr Perli sind bereits bestens eingeführt Sie kennen sich schon da muss ich also nichts mehr sagen und ich würde deswegen vorschlagen im Sinne des Zeitmanagements dass wir gleich mit dem Beitrag von Herrn Dr. Wagner anfangen zur Umsetzung des Themas über das wir heute den ganzen Nachmittag gesprochen haben und den Vormittag auch in der niedersächsischen gedenken gewenken stöten arbeiten ja vielen Dank zunächst mal vielen Dank an Sie für die Geduld und das Verständnis dass wir jetzt trotz der fortgeschrittenen Zeit und das Zeitkonstruktion fast in einer dreiviertel Stunde trotzdem noch weitermachen und nicht einfach einen Strich ziehen und nach Hause gehen denn natürlich müssen wir noch ein gewisses Fazit ziehen und so gehört es zum Design wie man so schön sagt unserer heutigen Veranstaltung dass wir nach dem wissenschaftlichen Blick nach dem Blick von Betroffenen von Akteuren nun Schlussfolgerungen gewissermaßen ziehen aus der Perspektive der historisch-politischen Bildungsarbeit der Gedenkstättenstiftung und dann auch noch aus der Perspektive der Rosa-Luxemburg-Stiftung wie wir in der Zukunft mit diesem Thema umgehen und damit bin ich auch schon beim Ziel der Gedenkstättenarbeit und das möchte ich ganz knapp umreißen damit deutlicher wird warum ich dann zu bestimmten Schlussfolgerungen komme das Ziel der Gedenkstättenarbeit ist im engeren Sinne nicht mehr das hat mit dem zeitlichen Abstand zu den Verbrechen die bis 1945 stattgefunden hat zu tun nicht mehr primär Trauer und Gedenken das bleibt natürlich aber es wird immer mehr eine auf wissenschaftlicher Basis liegende kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen in der Gesellschaft letzten Endes ist das Ziel unserer Arbeit die Schärfung des historischen Urteilsvermögens und die Entwicklung eines kritischen historischen Geschichtsbewusstseins in der Bevölkerung und das bedeutet dass wir die kausalen Wechselwirkungen und die Abfolge von Ursache und Wirkung in historischen Vorgängen herausstellen und herausarbeiten das heißt ganz explizit auch eine Absage an das unterschiedslose Beweinen der Toten des 20. Jahrhunderts und an das was Kollege Volker Schneeke immer historisch entleerte Pietät nennt das heißt aber auch dass Opfer des Kommunismus und Opfer des Nationalsozialismus nicht in einen Topf geworfen werden können Stalinismus und Nationalsozialismus haben zwar zur selben Zeit stattgefunden aber unter grundlegend unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grundbedingungen das muss herausgearbeitet werden und auch das was an Verbrechen in der DDR begangen wurde hatte im Wesentlichen eine Folge dessen was vorher bis 1945 stattgefunden hat also hier dürfen wir nichts durcheinander werfen wir dürfen nichts gleichsetzen auch terminologisch nicht und wir müssen die Kausalität von Ursache und Wirkung herausarbeiten wenn wir uns als Vertreter eines kritischen Blicks auf die Geschichte verstehen dann heißt das auch dass wir der Betroffenheitskultur und der Überwältigungspädagogik eine Absage erteilen das heißt nicht Bekenntnis sondern Erkenntnis ist das Ziel der Gedenkstättenarbeit nicht Appellation sondern Reflexion wir wollen nachdenken so wie es Herr Foschepo heute Morgen gesagt hat es ist besser wenn man mit mehr Fragen als vermeintlich simplen Antworten vom Gedenkstättenbesuch nach Hause geht das heißt es geht um den kritischen Blick und nicht um Affirmation es geht auch nicht darum in den Gedenkstätten zu lernen dass wir nach langen Jahren historischer Dunkelheit und historischer Verbrechen jetzt im hellen Licht des Endes der Geschichte und der Vollendung der Gesellschaft angekommen sind Gedenkstättenarbeit heißt nicht freiheitlich demokratische Staatsbürgerkunde zur Neukonzeption der Gedenkstätte im Mittelpunkt der geplanten Ausstellung steht das habe ich heute Morgen schon gesagt das Thema Strafjustiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus im Allgemeinen und den im Strafgefängnis Wolfenbüttel zwischen 1933 und 1945 begangenen Verbrechen im Besonderen allerdings lässt sich auch darauf ist bereits verwiesen worden kein historisches Ereignis von seinen historischen Folgen und auch nicht von der Präsentationsgeschichte trennen und aus diesem Grund werden wir in der Dauerausstellung auch die Themen der Kontinuitäten und Brüche nach 1945 wie auch des konkreten Umgangs im Gefängnis Wolfenbüttel stark machen habe ich schon bereits darauf hingewiesen ein Alleinstellungsmerkmal der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel ist es dass wir in den alten Bundesländern liegen und hier die bundesrepublikanische Folgegeschichte des Nationalsozialismus im Gegensatz zu den Gedenkstätten Roter Ochse Brandenburg-Görden und Münchner Platz stark machen können darin sehen wir in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal und in der Frage nach der überregionalen Bedeutung der Gedenkstättenarbeit muss gerade dieser Punkt stark gemacht werden die Annäherung an das Thema der Verfolgung von Kommunisten am Beispiel Wolfenbüttels erfolgt von drei Seiten zum einen blicken wir auf den Umgang mit den Überlebenden nach 1945 dann blicken wir auf den gesellschaftlichen Kontext nämlich den Umgang der deutschen Gesellschaft mit der NS-Geschichte und schließlich blicken wir auf die Inhaftierung politischer Verfolgter im Gefängnis Wolfenbüttel als Bestandteil politischer Strafjustiz in der frühen Bundesrepublik zum Umgang mit den Überlebenden darüber ist heute schon eine ganze Menge gesagt worden wir haben es mit zumindest teilweise fortdauernder Ausgrenzung zu tun oder sogar Verfolgung einzelner Gruppen denken Sie an Sinti und Roma kriminelle Häftlinge aber auch Homosexuelle und Kommunisten wir haben es mit der Nicht-Rehabitierung von Verfolgten im Nationalsozialismus zu tun denken Sie an die von Militärgerichten Verurteilten Herr Kramer Sie waren doch daran beteiligt das war 2009 die Bundestagsentschließung Herr Kortler hat es vorhin gesagt 2009 das heißt es ist ein Thema das auch heute noch im politischen Raum eine große Rolle spielt und wir sind 70 Jahre nach Kriegsende und erst vor wenigen Jahren ist diese Opfergruppe überhaupt rehabilitiert worden auch das wird in der Ausstellung eine Rolle spielen eine weitere Rolle wird das Bundesentschädigungsgesetz spielen es ist darüber bereits gesprochen worden das Gesetz von 1956 dass Personen denen unterstellt wurde nicht auf der Grundlage der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik zu stehen von Entschädigungen explizit ausschloss oder sogar wir haben es vorhin gehört die Folge hatte dass Entschädigungszahlungen zurückgefordert wurden Beispiel des Blicks von Verfolgungsbehörden auf Überlebende der Konzentrationslager ist die Vernehmung eines DORA Überlebenden als Zeugin an Ermittlungsverfahren gegen SS-Personal das heißt ein Mann der als Zeuge vernommen wurde und von der örtlichen Polizeidienststelle auf Ersuchen einer Staatsanwaltschaft vorgeladen wurde um gegen Beschuldigte eine Zeugenaussage zu machen und am Ende des Protokolls kann man dann lesen dass der örtliche Polizeibeamte in Bayern ist das gewesen in Vierzhofen angefertigt hat das ist ein Protokoll von 1952 dieser Zeuge so heißt es ist als Zeuge ungeeignet seine politische Einstellung ist nach wie vor kommunistisch hierüber dürfte das Landesamt für Verfassungsschutz ausreichend informiert sein und solche prägorativen Sichtweisen auf die auf Befreite aus den Konzentrationslagern lesen sich wie ein roter Faden durch Ermittlungsakten der 50er Jahre allerdings nicht nur in Westdeutschland auch in Ostdeutschland lässt sich so etwas finden ein Beispiel wiederum zum KZ Mittelbau Dora weil ich mich damit am besten auskenne aus dem ein Beispiel aus dem Essener Dora Prozess 1967 bis 70 vor dem Landgericht Essen und dort trat Friedrich Karl Kaul als Nebenklagevertreter auf der berühmte Staranwalt aus der DDR und Kaul wollte den Prozess unterstützen indem ehemalige Häftlinge die auf dem Gebiet der DDR lebten als Zeugen vor Gericht aussagten und es wurden dann von den DDR-Behörden im Allgemeinen gesagt und von der Stasi im Besonderen gesagt diese 100 potenziellen Zeugen Überlebende des KZ Mittelbau Dora unter die Lupe genommen mit dem Ergebnis dass keiner dieser 100 Überlebenden KZ-Häftlinge ausreisen durfte um als Vertreter des selbsternannten antifaschistischen Staates vor dem Essener Landgericht auszusagen Dass die Beurteilung der Zeugen durch Polizei und auch MFS eine gewisse Kontinuität zu Zuschreibungen aus der NS zeigt mag ein Beispiel zeigen so heißt es zum Beispiel zu Paul K der einst als sogenannte Asozialer im Lager mit dem schwarzen Winkel gekennzeichnet war er sei nicht als Verfolgter des Nationalsozialismus anerkannt worden Zitat weil er bereits im Lager Dora als Arbeitsbummeland eingeliefert wurde was sich auch jetzt noch bei ihm zeigt Zweiter Punkt Umgang der deutschen Gesellschaft mit der NS Geschichte Wichtig ist und das gilt allgemein für Gedenkstättenarbeit die gesamtgesellschaftliche Dimensionierung beziehungsweise Kontextualisierung des Konkreten in einer Ausstellung wie auch in der Bildungsarbeit präsentierten historischen Geschehens Das bedeutet dass wir wenn er in der Ausstellung die Inhaftierung von Kommunisten in Wolfenbüttel thematisieren wollen und das werden wir tun dass wir den Kontext einblenden und das ist neben der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz und dem Kalten Krieg oder wie Herr Foschepot sagt dem Kalten Bürgerkrieg zwischen den beiden deutschen Staaten beziehungsweise zwischen NATO und Ostblock das ist der Umgang der westdeutschen Gesellschaft mit der NS-Vergangenheit und damit mit den Themen Schuld und Verantwortung und hierbei zeigt sich dass der Antikommunismus und das ist heute ja schon mehrfach gesagt worden als tragendes Element der bundesrepublikanischen Staatsräson nicht nur als Instrument zur Integration von NS-Tätern diente sondern gewissermaßen auch die Funktion hatte der Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen auszuweichen das in der SPZ beziehungsweise DDR begangene Unrecht bot der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft eine ganz willkommene Folie für Schuldprojektionen in Richtung Osten so ist es etwa 1952 in einer Meldung des Göttinger Tageblattes über die Südharzer Gemeinde Elrich-Julius-Hütte dort hatte sich 1944-45 eins der größten KZs in Mitteldeutschland befunden ein Lager das dann nach 1945 durch die deutsch-deutsche Demarkationslinie getrennt wurde mitten über den Appellplatz und in der Meldung über diesen Ort hieß es im Göttinger Tageblatt 1952 Zitat auch die verkleideten Betonpfeiler die am Ende des Ortes aufragen zeugen von keiner ehrwürdigen Vergangenheit es sind die übrig gebliebenen Pfosten vom Tor eines Konzentrationslagers ein anderer Blick fällt auf das andere Tor das auf rohen Latten gezimmert über die Eisenbahnschienen gezogen ist keine Tür der Welt trennt unbarmherziger als die der Zonengrenze also noch schlimmer als das KZ-Tor noch prononcierter formulierte es 1957 die Bonner Rundschau ausgerechnet die Bonner Rundschau aus der Hauptstadt der Bonner Republik mit einer Beschriftung eines Fotos des ehemaligen KZ-Krematoriums in Elrich-Julius-Hütte Zitat Es ist es ist also keineswegs so dass die NS-Vergangenheit verschwiegen worden wäre aber sie galt vielen Westdeutschen als bewältigt ganz im Gegensatz zum DDR-Unrecht die Schuldzuweisung gegenüber dem anderen deutschen Staat wirkte in der Bonner Republik in der Antikommunismus zur Staatsräson gehörte entlastend indem sie von der kritischen Ausnahmesetzung mit den NS-Verbrechen ablenkte Dieser Kontext des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in der jungen Bundesrepublik der muss natürlich in der neuen Ausstellung deutlich präsent sein denn er zeigt in welchem politischen aktuell politischen aber auch vergangenheitspolitischen Klima die Verfolgung der Kommunisten in den 50er und 60er Jahren in Westdeutschland erfolgte und damit komme ich zum dritten Zugang zum Thema nämlich der konkreten Situation der Inhaftierten vor Ort im Gefängnis Wolfenbüttel als Bestandteil der politischen Strafjustiz in der frühen Bundesrepublik Die Forschung wie wir heute gehört haben hat zu diesem Thema eigentlich gerade erst begonnen erste empirische Ergebnisse zu Wolfenbüttel konkret liegen mit den Arbeiten von Lukas Busche vor aber deutlich wird dass wir hier weiterarbeiten müssen wir haben wirklich gerade erst begonnen wir müssen die Gerichtsakten hineingucken nachdem die Gefangenen Personalakten ausgewertet sind und zu den Gerichtsakten zählen natürlich nicht nur die der Gerichte die in den 50er und 60er Jahren geurteilt haben sondern dann müssen wir auch nochmal sozusagen Tiefenbohrungen vornehmen und gucken was mit den jeweils Verurteilten in den Jahren der NS Diktatur passiert ist also da müssen wir noch ziemlich viele Akten wälzen der Blick wird sich im Übrigen ganz wesentlich auf die Staatsanwaltschaften und Oberlandsgerichte in Lüneburg und Zelle richten müssen auch Braunschweig wie wir vorhin gehört haben die im bundesweiten Vergleich deutlich umfangreicher ermittelten und schärfer urteilten als in anderen Gerichtsbezirken hier wird auch mit Blick auf die beteiligten Juristen nach personellen Kontinuitäten aus der NS Zeit zu Fragen sein auch das haben wir vorhin schon gehört nur das eine ist sozusagen erstmal den Namen zu haben und dann müssen wir tiefer bohren auch hier gewissermaßen tiefen Bohrungen vornehmen zudem stellt sich die Frage nach einer die antikommunistische Verfolgung möglicherweise verstärkenden Rolle der nahen DDR Grenze und auch des illegalen Grenzverkehrs wenn wir heute über illegalen Grenzverkehr hören in der Öffentlichkeit dann denken wir automatisch immer an Flucht von Ost nach West aber dass es genauso einen illegalen Grenzverkehr von West nach Ost gegeben hat das wird häufig vergessen es gab einen sehr regen Grenzverkehr wie wir ja vorhin auch von den Betroffenen selbst gehört haben das heißt hier spielt das Thema der wechselseitigen Unterwanderung und Infiltration zwischen Bundesrepublik und DDR auch eine wichtige vermutlich in weiten Bereichen noch zu erforschende Rolle da Herr Foschepot hat heute Morgen vom Bürgerkrieg gesprochen er hatte mir das vor einigen Wochen schon mal am Telefon erzählt und da war ich noch sehr skeptisch ob dieser Begriff tragfähig ist heute Morgen war ich dann schon nicht mehr ganz so skeptisch bin immer noch ein bisschen skeptisch weil ich glaube dass die Rolle der beiden Großmächte da nicht nicht verkannt werden darf aber wichtig ist ja beim Blick beim kritischen historischen Blick immer vor allen Dingen der auf Grauzonen und auf Schattierungen und hier ist es schon ich war ein wichtiger Punkt den Foschepot gemacht hat als er gesagt hat die USA haben sicherlich waren die USA auch antikommunistisch aber der Antikommunismus in den USA war ein anderer Antikommunismus als der deutsche Antikommunismus das muss man hier nochmal deutlich herausstellen wie überhaupt der Verweis auf den Antikommunismus glaube ich ein ganz wichtiger ist insbesondere auch in der Kontinuität ja im Grunde nicht nur erst seit 1918, 1919 sondern bis in die 1870er Jahre hinein denken Sie an das Sozialistengesetz das führt mich dazu nochmal ein paar Bemerkungen zum Blick und auch auf Unterschiede zu machen den wir aus der Gedenkstättenperspektive auf die Akteure haben ich glaube und diese Überzeugung hat sich im Laufe des Nachmittags nochmal verstärkt dass wir uns von gängigen Schwarz-Weiß-Mustern wenn wir die Zeit der 50er und 60er Jahre kritisch historisierend in den Blick nehmen wollen dass wir uns von Schwarz-Weiß-Deutungsmustern verabschieden müssen und das bedeutet dass wir auch anerkennen dass die von den Westgerichten verurteilten Kommunisten natürlich nicht die Agenten des Bösen waren wie sie im Westen dargestellt wurden aber auch nicht in Toto unschuldige Opfer der imperialistischen Klassenjustiz überhaupt ist glaube ich der Begriff des Opfers wenig tragfähig übrigens habe ich auch meine Probleme mit dem Begriff im KZ-Bereich wobei ich hier ganz deutlich sagen möchte Analogien zwischen dem KZ-Bereich und dem was in den 50er und 60er Jahren passiert denen möchte ich eine klare Absage erteilen unabhängig davon habe ich ein Problem mit dem Opfergriff in Toto ganz besonders aber hier in Toto deshalb weil der Opferbegriff der victimisierende Begriff immer auch ein Begriff der Objektivierung ist und zwar der Objektivierung im Sinne dass man einen Menschen abspricht eine handelnde Person ein Akteur zu sein das ist im Bereich des Blicks auf KZ-Häftlinge ein ganz schwieriges Problem mit dem wir zu kämpfen haben und dummerweise man muss mal etwas salopp zu formulieren leben wir zur Zeit in einem gesellschaftlichen Klima in dem es extrem schick ist ein Opfer zu sein ganz abgesehen davon dass der Begriff auf Schulhöfen ein Schimpfwort ist aber im Grunde ist das Opfer im gesellschaftlichen Bewusstsein sozusagen die Vollendung des demokratischen Staatsbürgers und ich denke da müssen wir nochmal vorsichtig sein ich würde sehr dafür plädieren hier den Begriff des Akteurs sehr viel stärker zu machen wie wir überhaupt in der Gelingstettenarbeit auch immer Handlungsorientierung als Einvermittlungsziel vertreten und Handlungsorientierung heißt dass wir konkret darauf gucken was jemand tut was jemand nicht tut warum er es tut und welche Möglichkeiten jemand hat also ich plädiere für Abschied von diesem Begriff würde er von Akteuren sprechen und dann kann dieses Thema auch erfolgreich genutzt werden für eine kritische und eben nicht affirmative Gedenkstettenarbeit die sich von Denk- und Wertungsschemata des Kalten Krieges löst generationell glaube ich stehen die Zeichen dafür gut in unserem Neugestaltungsteam gibt es einige Kolleginnen und Kollegen die jünger sind als die Bonner Republik für die ist der Kalte Krieg Geschichte und manchmal ist es nicht schlecht wenn etwas Geschichte ist weil man gewissermaßen Sine ihrer als Studio auf historische Vorgänge sieht das hilft manchmal den Blick zu klären was nicht heißt dass man die Selbstwahrnehmung derjenigen die Geschichte erlebt und gemacht haben auch das ist wichtig gemacht haben dass man den ausblendet es geht immer um Multiperspektivität in der Gedenkstettenarbeit Fazit Ziel der Gedenkstettenarbeit ist es in die Gesellschaft hineinzuwirken im Sinne der Vermittlung historischen Wissens der Schärfung historischen Urteilsvermögens und eines kritischen Geschichtsbewusstseins zweitens im Mittelpunkt der Bildungsarbeit wie auch in der neuen Ausstellung steht die Geschichte Wolfenbüttels im Nationalsozialismus aber drittens die Tat kann von ihren Folgen und ihrer Repräsentation nach 1945 nicht getrennt werden und deswegen werden wir die Kontinuitäten und Brüche auch Brüche hat es nach 1945 natürlich gegeben thematisieren und dazu gehört auch die Verfolgung von Kommunisten in der alten Bundesrepublik Kommunisten die teils vor Richtern standen die sie bereits vor 1945 abgeurteilt hatten wir haben vorhin einige dieser Richterkarrieren gehört und die teils auch in Gefängnissen einsitzen mussten in denen sie bereits vor 1945 gesessen hatten das gehört zur Perfidie der Geschichte wir wollen dieses Thema in der Gedenkstättenarbeit stark machen und ich bin mir sicher dass es ein wichtiger Bestandteil der neuen Dauerausstellung sein wird die wir 2018 eröffnen wollen vielen Dank Applaus Ja vielen Dank Herr Wagner ich nehme an wir machen kurz die Gelegenheit zu fragen sind aber keine da doch dorthin ich habe nur kurz eine Frage dass die Texte oder das das was heute Morgen gesprochen worden ist ist das im Internet auch nachlesbar oder gibt es da keine Dokumente zu ich musste Herrn Foscheport überzeugen und das ist sehr ungewöhnlich bei Referenten dass wir nicht vorhaben ein Tagungsband zu machen weil das war Grundvoraussetzung dass er hier heute auftritt und zwar nicht weil es ein Geheimvortrag gewesen ist sondern weil er Wert darauf legt wichtige Grundlagen und wichtige Erkenntnisse für sein neues Buch das nächstes Jahr rauskommt nicht vorab zu veröffentlichen sozusagen das gibt es ja manchmal dass man dann sozusagen Teile seiner Forschung immer in kleinen Kuchenstückchen serviert und am Ende weiß man nicht mehr was man in die Monografie schreiben soll das heißt wir haben uns hier ganz bewusst haben dieser Veranstaltung den Workshop Charakter gegeben hier werden laufende unfertige Arbeiten vorgestellt die noch nicht den Stand erreicht haben dass man sie publizieren kann also keine Publikation gibt es noch weitere Fragen ich würde gerne zu der Frage noch eine Anmerkung machen weil es gibt eine audiovisuelle Aufzeichnung und die wird Minus des Vortrages von Herrn Professor Koschebrot ab der nächsten Woche nachzuhören sein Sie haben jetzt zum Schluss Herr Wagner einige Ausführungen zu der Schattierung des Opferbegriffes gemacht da gibt es bei etlichen Kommunen auch in der Kommune wo ich wohne bedarf weil die Kommunen in der ich wohne inzwischen Arbeitsgruppen gebildet sind auch eine Arbeitsgruppe die sich mit dem Opferbegriff auseinandersetzt um also aus einem ehemaligen faschistischen Ehrenmal ein Friedensmal zu gestalten das wird sicherlich ein zwei Jahre dauern und vor drei Jahren hat es schon mal einen Schriftwechsel zwischen den Beauftragten für Kultur und Medien mit der Gedenkstätte gegeben wo kundgetan worden ist dass die Gedenkstätte auch bei bestimmten kommunaler Seite dann auch sich einbringen könnte wäre das eine Überlegung oder gibt es also auch neueres Schrifttum und so weiter das sie zur Führung stellen könnten um also diesen engagierten Bürgern etwas an die Hand zu geben um also auch in Eigenarbeit dem Opferbegriff in seinen vielen Schattierungen näher zu kommen also es muss ja nicht immer sein dass dann ein Kunde kommt der dann die hohe Weisheit da reicht sondern das Wesentliche ist dass also Bürger selber sich etwas erarbeiten und dadurch zu neuen Einsichten gelangen wir gehen wir kommen Kommunen immer entgegen wenn eine Kommune auf uns zukommt und sagt wir haben Beratungsbedarf und bei euch in der Stiftung gibt es den Sachverstand weil ihr das professionell staatlich alimentiert von von morgens bis abends macht und ihr seid ja auch gut ausgebildet natürlich helfen wir Kommunen dann und beraten entsprechend es gibt ganze Bibliotheken zum Thema Erinnerungspolitik zum Thema Gedenkstätten Didaktik da jetzt sozusagen aus der Hüfte schießend ihnen einen Text zu nennen wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt was meine Überlegungen zum Begriff des Opfers anbelangt sitze ich gerade in einem Text der im nächsten Jahr erscheinen wird Herr Dr. Wagner hat davon gesprochen dass es sinnvoll ist Verfolgungskontinuitäten aufzuzeigen wenn ich ihn richtig verstanden habe ich habe mich gestern Abend mit meinem Schwiegervater unterhalten Herbert Jägel 89 Jahre alt der ist zehn Jahre in Wolfenbüttel als Post er hat seine Ausbildung bei der Post gemacht und dann als Postbeamter auf Widerruf gearbeitet 1940 hier in Wolfenbüttel bei der Post eingestellt er erinnert noch aus seiner Jugendzeit wie Pastor Müller war der Name glaube ich zu den Hinrichtungen im Gefängnis an seinem Haus vorbeiging von der herbert dege hat dann aufgrund des Adenauer erlasses der 1950 gefasst wurde nach zehn Jahren bei der Post unterbrochen durch Kriegsgefangenschaft verschiedene andere Sachen Berufsverbot bekommen hat eine Verhandlung bei der Oberpostdirektion Braunschweig gehabt vorgeworfen FDJ Tätigkeit KPD Tätigkeit und wurde dann entlassen er hat ein Dienstleistungszeugnis angefordert nur zwei Sätze daraus Herr Dege hat seine Arbeit zur vollen Zufriedenheit ausgeführt er war ein strebsamer und fleißiger Beamter Zitat Ende Ja soweit zu der Person Ich wollte damit sagen das Ganze ist nicht nur ein historisches Thema sondern im Grunde genommen geht das weiter bis in unsere heutigen Tage Ich selbst bin wie verschiedene andere hier im Raum auch von Berufsverbot betroffen gewesen das heißt als Lehrer man kann sich vergegenwärtigen dass nicht wenige belastete Nazi Richter an der sogenannten Rechtsprechung für die Berufsverbote an höchster Stelle mitgewirkt haben und ja ich kann dem Zustand auch es darum geht Verfolgungskontinuitäten aufzuzeigen die ganze Angelegenheit ist ja nicht abgeschlossen sondern unsere Gegenwart erklärt sich aus dem was in der Vergangenheit gelaufen ist in Niedersachsen haben sechs Betroffene vom Berufsverbot versucht eine bestimmte Kontinuität auch darzustellen wir haben eine Ausstellung wir haben eine Ausstellung konzipiert Vergessene Geschichte Berufsverbote politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland die Broschüre liegt hinten aus wird für drei Euro abgegeben eine Ausstellung die im Augenblick auch noch in Hannover gezeigt wird demnächst sogar im Ausland eine Frage in dem Sinne habe ich nicht sondern ich wollte das ergänzen es sei mir hoffentlich gestattet Dankeschön Ja vielen Dank Gut ich denke dann können wir zu unserem nächsten Beitrag kommen ich möchte Herrn Perli bitten nach vorne zu kommen er wird sich auch mit der Umsetzung des Themas über das wir heute schon den ganzen Tag gesprochen haben in der politischen Bildungsarbeit der Rosa Luxemburg Stiftung beschäftigen und ich bin gespannt auf Ihren Beitrag Ich versuche jetzt hier das Ding festzumachen Ja herzlichen Dank wenn man ein bisschen kleiner ist dann wird man ja auch drüber gucken können da das war der Punkt genau vielen Dank also ich ein bisschen ein bisschen kürzer ich werde mich bewusst kurzfassen zum einen vertrete ich jetzt sehr kurzfristig Frau Reichwald Frau Reichwald vertritt die Lüxemburg oder Lüxemburg Stiftung im Beirat im Lengstetten Beirat der Stiftung jetzt zwischen Gelenkstetten hatte eigentlich hier einen Vortrag geplant da spinne ich jetzt ein und mit Blick auf die Zeit will ich mich auch nur auf die Punkte konzentrieren die nicht bereits erwähnt worden sind und wir es auch sehr konkret machen was wir machen wollen und was wir machen können um dann auch hier den Raum zu öffnen wo vielleicht noch Ideen kommen was man auch mit unserer Hilfe vielleicht umsetzen kann ich glaube heute ist deutlich geworden dass Geschichtspolitik rund um die Aufarbeitung der bundesdeutschen Geschichte nach 60 Jahren maßgeblicher Dominanz von konservativer Seite doch jetzt auch eine stärkere Betonung auch anderer Sichtweisen erfährt und es ist ein umkämpftes Feld es gibt es im historischen Diskurs zahlreiche Debatten wir finden dass diese Debatten unbedingt unterstützt werden müssen und möchten auch den Part unterstützen was Herr Foschepot und andere Herr Bursche betreiben sozusagen auch Themen die bislang nicht angefasst worden sind stärker zu fokussieren eine Möglichkeit die wir haben ist Forschung konkret zu unterstützen und als Stiftung gerade die Bundesstiftung hat die Möglichkeit Promotionsstipendien zu vergeben die sind sehr begehrt und ich sage es mal als Angeholt in den Raum wenn es Nachwuchswissenschaftler gibt die Interesse haben dieses Thema in diesem Themenbereich Wolfenbüttel Gedenkstätte aber auch insgesamt die Verfolgung von Kommunistinnen und anderen Linköpositionellen in der Westen Deutschlands zu bearbeiten sprechen sie sprecht uns an da gibt es Möglichkeiten das zu unterstützen mit Promotionsstipendien auf der Bundesebene ist ein Projekt zum 60 jahren KPD-Verbot geplant wo auch Herr Professor Foschepot Teil des Ganzen ist das wird nächstes Jahr auch in Berlin was stattfinden etwas Größeres ich habe gerade noch mit Jan Korte gesprochen dass auch die Bundestagsfraktion rund um dieses Datum einen größeren Empfangplan mit einer größeren Tagung machen will wo noch mal auch Akteure zusammenkommen sollen um dieses Thema zu verstärken ein zweites wichtiges Feld für uns ist die Überschließung für Dokumentation wir haben jetzt gehört was hier geplant ist für die Gedenkstätte für uns ist die Herausforderung auch zu schauen was können wir auch aus der heutigen Tagung mitnehmen für den Raum außerhalb von Gedenkstätten also was können wir sozusagen für die Aufarbeitung von Wanderausstellungen für andere Instrumente nutzen und hier denken wir es ist auch ein wichtiger Punkt um auch die Betroffenen zu würdigen zu rehabilitieren ihnen auch ein Gesicht zu geben also es geht uns darum zu schauen wie können wir jetzt auch Biografien von Menschen die verfolgt worden sind die hinhaftiert waren die in verschiedenen Formen eine Leidensgeschichte in diesem Zusammenhang haben wie können wir das auch publizieren also in verschiedensten Formen online aber auch dokumentarisch über Broschüren über Ausschülungen auch da werden wir diese Tage hier sehr intensiv auswerten dann ist es natürlich eine Funktion die wir als Stiftung haben zu vernetzen zu verbinden zu synchronisieren von den verschiedenen Initiativen vor Ort wir möchten zum einen kommenden Jahr ein Bildungsurlaubsangebot machen was sich speziell an Historiker mit einer lokalen Ausrichtung einer kommunalen Ausrichtung an sie richtet zum zweiten an die sogenannten Hobbyhistoriker oder die Erinnerer die oft über viele Jahrzehnte Material sammeln um Straßenbedingungen um Straßenbedingungen kämpfen um Platzbedingungen kämpfen diese Dinge das ist ein Punkt wo wir auf jeden Fall das unterstützen möchten und natürlich möchten wir das ist auch ein Aufruf wenn es Ideen gibt wie man das Thema Berufsverbote mit diesem Thema verbinden kann wenn die Stiftung da etwas tun kann um etwas anzuschieben sind wir sehr sehr gerne bereit etwas zu tun letzter Punkt von unserem Bildungsverständnis her sind wir Institutionen die nicht von oben herab Bildungsangebote vorsetzt sondern wir möchten Bildung und Weiterbildung ermöglichen und damit auch Leute in die Situation versetzen etwas aufzuarbeiten etwa tätig zu werden wir möchten emanzipativ aktivieren und wir sind auch als Landesstiftung in einer komfortablen Situation Projekte zu fördern wir haben beispielsweise diese erwähnte Broschüre und die Wanderausstellung zu dem Berufsverbot mit gefördert sind da eine der tragenden Säulen mit gewesen wir möchten sowas auch in einem anderen Bereich machen wir müssen kurz über die VVN-BDA-Groschüre aus Wienerburg gesprochen ist natürlich ein herausragendes Projekt die Fortsetzung die da geplant ist auch das können wir sehr gerne unterstützen da sind wir auch auf Kooperation angewiesen weil wir nicht alles selbst machen können und auch nicht selbst machen wollen weil natürlich auch sie weil ihr vor Ort vieles viel besser einschätzen könnt viel mehr Material habt kurzes Fazit von meiner Seite also die hohen Erwartungen an dieser Veranstaltung wurden noch übertroffen ich fand das war eine sehr sehr interessante vielschichtige passendenreiche Tagung wir haben einen Schritt gemacht ich glaube das ist ein Schritt das nicht zu unterschätzen es sind viel mehr Antworten gegeben worden zu Fragen die im Raum waren aber diese Antworten haben neue Fragen ausgelöst und die nehmen wir jetzt mit nach Hause und können da denke ich auch aus einem Fundus was draus machen und um das Wort die Redewendung von vor 13 Jahren aufzugreifen wo es eher verhalten als optimistisch war heute bin ich mehr optimistisch als verhalten dass wir hier auf einem guten Weg sind ich finde es auch toll mir ist berichtet worden manche Leute haben sich zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder gesehen also auch das ist ein kleiner Nebeneffekt dieser Veranstaltung und ich glaube dass ich so höre es hat sich gelohnt möchte mich sehr sehr herzlich bedanken bei allen die mitgewirkt haben ich fand es eine große Sache und freue mich wenn wir mit diesem Thema auch kooperativ weiterarbeiten können vielen Dank ja dann darf ich von meiner Seite auch nochmal ganz herzlich danke sagen nein ich sag noch nicht danke weil wir sind jetzt beim Tagesordnungspunkt Fazit angekommen und zum Workshop gehört es ja dass man miteinander ins Gespräch kommt und miteinander im Gespräch bleibt und bevor wir jetzt hier sozusagen Ex-Kathedra das Fazit 10 und Sie verabschieden würde ich gerne nochmal ins Publikum öffnen und fragen ist etwas Wichtiges Ungesagt geblieben ist etwas Wichtiges Falsch gesagt worden und was empfehlen Sie uns wie wir hier weitergehen das muss jetzt keine große ausufernde Diskussion werden ich denke wir alle sitzen jetzt auch schon ziemlich lange und Sitzfleisch hat auch eine begrenzte Konsistenz aber ein Workshop soll Diskussion sein und deswegen würde ich gerne nochmal öffnen bevor wir dann gemeinsam nach Hause gehen Ja ich selbst bin Jahrgang 49 und war auch mal im MSB Spatterkurs und war auch in der DKP in Braunschweig und ich bin erstmal allen Veranstaltungen hier sehr dankbar über diese tolle Veranstaltung auch ich habe die Leute nach 40 Jahren wieder gesehen bin wirklich dankbar dafür es bleibt ein kleines kritisches Wort und zwar habe ich ein bisschen das Gefühl ich bin auch 1990 ausgetreten aus der DKP weil das hatte keinen Sinn mehr für mich war 20 Jahre Betriebsratsvorsitzender einer großen Einrichtung mit tausend Beschäftigten ich habe so ein bisschen das Gefühl an ein paar Stellen gehabt da nehmen uns junge Wissenschaftler sozusagen ein Teil unserer Geschichte der KPD weg ja das ging so in die Richtung bedeutungslos in 15 Jahren das hat mich ein bisschen gestört das ist jetzt aber eine emotionale Sache das kann ich jetzt nicht belegen ich bin Psychologer kein Historiker ich will das nur noch mal an der Stelle loswerden weil Sie haben mich ermutigt doch noch mal was zu sagen und so möchte ich schließen wie gesagt mit einem großen Dank und ich hoffe dass an der Stelle vielleicht weiter geforscht wird dass man doch noch mal genauer hinguckt und sagt was war das eigentlich das war eine tolle Frage was war die KPD von der Partei Ja, wir haben vorhin die Frage gehört und ich denke da lohnt es sich auch weiter zu diskutieren und auch weiter zu forschen warum wurden zum Beispiel in Lüneburg ganz bestimmte Urteile gefällt die in Braunschweig nicht alle nicht mit Gefängnis endeten sondern nur in Lüneburg dann in Lüneburg kriegte man 10 Monate und das heißt man musste ins Gefängnis in Braunschweig kriegte man 8 Monate für denselben Fakt und es hieß Bewährung das heißt die Leute brauchten dann nicht ins Gefängnis zweite Frage gerade Lüneburg ist ein Beweis dass Menschen eben das wurde heute aber schon gesagt geurteilt wurden dann dass sie ja aus der aus ihrer Zeit in der Nazi-Verfolgung nichts gelernt haben und das führte dann zu schärferen Urteilen ich denke das ist ein Punkt wo weiter auch geforscht werden muss dass sowas passiert ist ein Richter der eigentlich nicht als großer Nazi eingeschätzt wurde Herr Siblik der war Landgerichtsdirektor der hat also solche Dinge durchaus immer wieder in seinen Prozessen durchgeführt und der hat dann auch mit durchgesetzt oder das haben fast alle Richter gemacht in Lüneburg dass sie sogar Haftentschädigung das hörten wir ja schon mal von der Sache aber hier ist der ganz konkrete Fall des Vaters der beiden Töchter von August also der Vater der beiden Baumgartetöchter der sollte seine Haftentschädigung der sollte seine bisher äh äh Entschädigungsrente zurückzahlen und äh die Familie wäre so pleite gewesen dass sie nicht hätte weiterleben können ich glaube das sind Punkte warum das gerade in Lüneburg so passiert ist ich verfolge bundesweit solche äh Geschichten und da stelle ich immer wieder fest Lüneburg und da ist eben die Kontinuität glaube ich dass dieser äh diese Richter in Lüneburg Leute schwerer bestraft haben weil die Kommunisten geblieben sind trotz KZ also das ist auch so ein Forschungsgrund und ein zweiter Punkt den ich in dem Zusammenhang ansprechen möchte ähm ich bin in einer Gedenkstättenarbeit in Mohring verankert wir haben einige in den Unterlagen die mir jetzt bekannt sind mindestens fünf Menschen die im KZ Mohring also im ersten Männer KZ Mohring inhaftiert waren äh die dann wieder in Lüneburg verurteilt wurden und hier in Wolfenbüttel gesessen haben also eine Kontinuität äh die gar nicht mal weit auseinander passiert ist äh es handelte sich immer um Lüneburger Verurteilte und äh ich denke das müsste auch ein weiterer Forschungsgrund sein auch für die Gruppe die hier arbeitet äh damit wir solche Dinge auch herausarbeiten denn ich sehe das unter dem Gesichtspunkt wir müssen uns auch unserer Geschichte stellen auch die die verurteilt sind müssen sich ja ihrer Geschichte stellen und wir müssen generell in der Aufarbeitung uns der Geschichte stellen Dankeschön ein Hinweis für für Victor für die Stiftung äh ich weiß äh wie schwierig das ist und äh kann mir auch ausrechnen wie das ausgeht aber ich ähm äh erinnere mich immer wenn in der Presse steht äh wie ähm die Entschädigungen der Opfer die in der DDR entstanden sind äh immer erhöht werden und äh wir haben ja schon mal angefangen und äh ihr solltet mal sehen wie man das weitermachen kann für die Entschädigung äh der Opfer hier im Westen äh mehr zu tun ich weiß wie schwierig das äh ist äh und äh ich sag das mal am Rande äh ich ärgere mich eigentlich dass wir einen guten Zeitpunkt wie die verpasst haben damals als äh in Berlin alle an der Normannstraße standen und gerufen haben wir wollen unsere Unterlagen haben hab ich vorgeschlagen wir wollen das mal in Köln vor dem Verfassungsschutz machen das ist leider nicht gelungen aber äh was wir noch machen können ist wenn es überhaupt möglich ist a politisch diese Forderung für äh für Entschädigung äh der äh Betroffenen äh zu machen aber auf der anderen Seite warum das ich sag das mal so sein Hauptbüten Korinther halten ne Ja ich möchte auch noch mal für diese Tagung danken ich glaube es ist äh ohne jeden Zweifel so dass es für die Gedenkstätten die an die Verbrechen des Naziregimes oder das Unrecht äh in der DDR äh in der DDR erinnern Aufgabe sein muss immer auch über den jeweiligen Zeitraum hinaus also über 1945 respektive 89 hinaus äh zu schauen was an den jeweiligen Orten äh passiert ist und das gehört hier in diesem Fall zur Wolfen-Müttler äh Geschichte hinzu gehört also mit hinein ich würde mich freuen wenn man das nicht nur für die Opfer der politischen Strafjustiz macht sondern auch wir haben das ist ein ganz besonderes eklatantes Beispiel für das Nachleben des Nationalsozialismus und für die zweite Schuld aber wir haben ja auch noch äh andere Bereiche die im äh für Strafjustiz äh in Frage kommen der äh die Fortgeltung des Paragrafen 175 und ich bin mir sicher dass in äh Wolfenbüttel wenn man sich die Gerichtsakten anguckt bei den Homosexuellen oder wegen Homosexualität Verfolgten auch der eine oder andere dabei sein wird der schon in der Strafhaft unter Hitler gesessen hat äh es dürften auch äh Zeugen Jehovas die wegen Totalverweigerung äh äh verurteilt könnte jedenfalls sehr gut sein ich habe ein paar Beispiele äh dafür äh und man äh sollte das also äh für sozusagen andere Haftgruppen auch mit ins Auge nehmen äh weil ich denke es ist ganz ganz wichtig wir haben ja damit zu tun dass seit 20 30 Jahren sehr viel äh 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 gut das dann auch jeweils im Vergleich zu tun äh 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 Gedenkstätten die über einen Orten von Strafvollzug in der Nazizeit äh errichtet worden sind die in den ja jetzt gar nicht mehr so neuen äh Bundesländern liegen die vorhin erwähnt worden sind die gehen auch eben auf diese Opfergruppen ein die später in der DDR sind ja beispielsweise nach 1950 auch viele Zeugen Jehovas in den Haftanstalten gewesen übrigens ja auch ehemalige politische Häftlinge darf man auch nicht äh vergessen also ich hab ganz lange dabei übrigens in der VVN auch Harry Dubünski der als Angehöriger der Zasergruppe und Kommunist später in Waldheim in der DDR gesessen hat diese Personen hat es ja auch gegeben also diese Nachwirkungen jeweils und für mich ist ein gutes Beispiel dass ich das auch erkenntnisfördernd äh und in Respekt zu den Betroffenen äh gegenseitig anregen kann die Debatte die wir in den letzten Jahren hatten um die Zustände in der Heimerziehung diese Debatte ist mal losgegangen um die äh eklatanten Missstände in den Jugendwerkhöfen äh äh aber im Zuge dieser Diskussion ist dann auch gesagt worden äh und vor allem durch die Betroffenen auch selbst es gibt äh Folgen einer schwarzen Pädagogik es gibt Folgen eines Nachwirkens des Nazi-Umgeistes in der Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland und natürlich wir haben in Schleswig-Holstein eine Untersuchung in einem wissenschaftlichen über das Landesfürsorgeheim in Glückstadt mit sieben Toten die Verhältnisse unterscheiden sich nicht so gravierend man soll immer nichts gleichsetzen es gibt jedenfalls in beiden Deutschland Landen ein Nachwirken und das kann man nur die unterschiedlichen Facetten äh wenn man äh die die Dinge auch tatsächlich in Vergleich und in Relation setzt ja ich denke das ist jetzt auch Zeit für ein allgemeines Fazit vielleicht Herr Perli und Herr Wagner ich wollte gerade sagen jetzt time to say goodbye ähm keine Angst ich werde nicht singen ähm das überlasse ich dann doch lieber meinen Töchtern ähm ja ganz herzlichen Dank jetzt tatsächlich doch an alle ähm ganz stark möchte ich das unterstreichen was äh Kollege Detlef Gabe eben gesagt hat ich glaube dieser äh Gesamtblick auf die deutsch-deutsche Geschichte tut hier Not wir können die Geschichte der Kommunistenverfolgung in Westdeutschland nicht erzählen ohne die DDR zu erzählen und umgekehrt lässt sich auch das was in der DDR passiert ist nicht erzählen ohne den Blick auf die bundesrepublikanische Geschichte zu erzählen das ist eine Wechselgeschichte das ist glaube ich ähm ähm ganz entscheidend ähm und wenn man diese Geschichte erzählt dann möchte ich daran abschließen was ich vorhin ähm abschließend sagte dann macht das glaube ich nochmal ähm stärker notwendig dass wir uns von Deutungsmustern ähm der Jahre bis 1989 verabschieden ähm und mit kühlem wachem und kritischem Blick auf diese deutsch-deutsche Wechselgeschichte der Jahre 45 bis 1989 zurückblicken völlig richtig Detlef gab es Hinweis auf andere Formen ähm der Kontinuität ähm in der Verfolgung ähm da sind wir im Team dran wir ähm haben Rainer Hoppschild mit einer größeren Auftragsarbeit betreut zur Geschichte der Homosexuellen im Gefängnis äh Wolfenbüttel da liegt ein ziemlich voluminöses Werk mittlerweile vor das wir im nächsten Jahr publizieren wollen das Problem wird es sein dieses Werk in eine ähm publizierbare etwas kürzere Fassung zu bringen ähm wir denken aber auch an die Verfolgung ich hab's ja vorhin gesagt der der Sinti und Roma ähm welche Quantitäten gibt es da bis hin beim Blick auf die vermeintlich gewöhnlichen Kriminellen also auch das ist für mich eine Frage wie ist der kriminalisierende Blick von Justiz Personal in den Gerichten aber auch vom Justizvollzugspersonal auf die Insassen im Gefängnissen wir haben vorhin immer in den Berichten der Betroffenen gehört ja diese Kriminellen was waren das denn für Leute also auch da würde ich glaube ich nochmal genau hingucken wollen und ganz wichtig das wäre mein letzter Punkt bevor ich äh an meinen Kollegen übergebe wichtig ist es die Diskussion über die die Verfolgung von Kommunisten und solchen die das Adenauer die Adenauer Regierung für solche hielt äh oder als solche gelabelt hat ähm ist dass solche Diskussionen ähm nicht nur im Zentralkomitee der DKP stattfinden um das mal ganz böse zu sagen sondern dass wir uns gesellschaftlich öffnen und diese Diskussion gesamtgesellschaftlich äh führen ansonsten ähm ja äh äh enden solche Veranstaltungen nicht lassen sich gegenseitig erzählt ähm äh wie aufrecht man gegen das System gekämpft hat das ähm was sie eben sagten sozusagen das das Klassentreffen von früher das hat einen würdigen das hat auch einen heilenden Aspekt sicherlich aber kritische Geschichtsforschung ist was anderes das wäre das wäre mein Fazit das wäre mein Fazit das wäre mein das wäre mein das wäre mein Vielen Dank.